Hallo und herzlich willkommen zum nächsten TKKG-Teil. Es geht wieder los. Wir sind mittlerweile bei Teil 13 von 16 angekommen. Also es geht mit großen Schritten jetzt hier aufs Ende zu. Ihr seht schon, der Name dieses Teils ist Zelle 13. Deshalb spielen wir natürlich unter dem Namen Kriminello von Taro. Und es wird wahrscheinlich wieder eine längere Nummer werden. Wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet. Also am Ende mache ich so eine kleine Tierlist, um dann zu sagen, welcher Teil war insgesamt der beste mit Pro und Contra und von den neuen Teilen, von den alten Teilen. Aber das machen wir, wenn wir alle gesehen haben. Ich muss mal gucken, ob die nächsten Wochen, ob das noch klappt mit den letzten drei Teilen. Aber bisher sieht es gut aus. Und jetzt gucken wir erstmal rein hier. Hatte ich irgendwie auch nicht gedacht, dass das über so viele Monate mein Lebensinhalt sein wird, TKKG zu spielen. Als ich damals dieses allererste, spiel doch mal das TKKG von damals. Ja, und so fing es an und jetzt sind wir bei Teil 13. So, okay, oder? Ach so, ihr hört es wieder nicht. So, Achtung. Pauka. Wie ihr gesehen habt, ist Jugendstrafe nicht dasselbe wie Freiheitsstrafe. David, nicht wahr, musste zum Beispiel erst lernen, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Ich helfe ihm dabei, eigenverantwortlich in Freiheit zu handeln. Jo, ohne Thilo hier, wäre ich längst total abgedriftet. Er passt auf, dass ich sauber bleibe. Keine Autos mehr knacken und so. War super, dass ich im Knast eine Ausbildung machen konnte. Als Maschinenbaumechaniker. Ja, Tim? Nichts gegen dich, David. Aber ich finde es unfair, dass jemand, der Mist gebaut hat, auch noch mit einer Leerstelle belohnt wird. Und Schulabgänger wie wir, die nie kriminell waren, haben dagegen totalen Stress mit der Leerstellensuche. Das ist doch voll ungerecht. Etwas Starthilfe kann jeder gebrauchen, da hast du recht, Tim. Aber wenn es bei dir mal nicht so läuft, wie du es gern hättest, bleibst du sicher gesetzestreu, nehme ich an. Wir bemühen uns, stehen und zu helfen, gegen das nicht so leicht fällt. Oscar, nein, sei brav. Da ist wohl noch jemand, der wieder in die Freiheit will. Nun, Gabi, dein Vater ist doch bei der Polizei. Vielleicht sollten wir ihn auch mal zu diesem Thema einladen. Wie? Ja, stimmt. Mein Vater ist Kommissar. Er brütet gerade über einem sehr kniffligen Fall und hat wenig Zeit. Kusch, sei brav. Aber ich frage ihn mal, Herr Albertsch. Wie klein ist er denn auf einmal? Vielleicht nimmt er mich ja auch mal mit ins Gefängnis. Dann könnte ich dort für die Schülerzeitung ein Interview mit einem Insassen machen. Mit einem Knacki? Eine sehr gute Idee, Gabi. Nun wollen wir uns aber von David und Tilo verabschieden. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Was steht bei euch als nächstes an? Eine eigene Wohnung und einen richtigen Arbeitsplatz suchen, oder? Meister? Eins nach dem anderen. Bisschen creepy immer mit der Hand auf der Schulter, oder? Und ein Aushilfsjob. David, du musst los. Du weißt ja, was mit deinem Chef ausgemacht war. Yo, Meister! Halt, bevor ihr alle geht. Ich mache eine Umfrage zu Halloween und verteile Zettel. Es geht um Sauerlich-Schokolade. Hey, Leute! Oh Mann, unser Klößchen. Aber sag mal, Gabi, was ist denn das für ein Fall, an dem dein Vater dran ist? Das lässt sich bestimmt herausfinden. Ihr lasst mich doch nicht hängen, oder Jungs? Klar, wir sind doch ein Team. Ich wollte schon immer mal was für die Schülerzeitung machen. Aber dass du in den Knast willst, ich weiß nicht recht. Knast muss die Hölle sein. Ich bleibe lieber auf der Schokoladenseite des Lebens. Ganz deiner Meinung, Oskar. Kriegt er noch Luft? Worüber wohl Gavis Vater, Kommissar Glockner, auf dem Polizeirevier zurzeit so stark grübelt. Wird daraus vielleicht sogar ein Fall für TKKG? Nun, wir werden sehen. Okay. Gut. Yo. Yo, sag ich ja immer. So, wir machen erst mal wieder Info. Vielleicht haben sie ja wieder Infos für uns, was für diesen Fall interessant ist. Wer bist du denn? Ich bin Tim. Eigentlich Peter Carsten. Aber ich nenne mich lieber nach meinem Großvater. Der hieß Timotheus. Ich gehe in die 9B des hiesigen Internats. Nachdem mein Vater vor ein paar Jahren ums Leben kam, wohne ich auch im Internat. Ich liebe Karate und hasse Ungerechtigkeit. Ungerecht finde ich es zum Beispiel, wenn mehr für das Wohl der Strafgefangenen getan wird, als für ihre Opfer. Wenn wir von TKKG ein Verbrechen wittern, riskiere ich jedenfalls Kopf und Kragen, um die Übeltäter ins Gefängnis zu bringen. Ist so ein bisschen wie, wenn man als Kind so in diese Freundebücher geschrieben hat, was magst du nicht? Krieg und Streit. Oh, wow. Wer hätte es gedacht. Mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, weil ich mir ganz gut Dinge merken kann. Ich gehe mit Tim, Klößchen und Gabi in die 9B des Internats. Ich wohne aber noch zu Hause bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Seine Artikel erscheinen in Fachzeitschriften auf der ganzen Welt. Von ihm scheine ich den Spaß am Lösen von wissenschaftlichen und technischen Problemen zu haben. Ich würde gern selber mal ein brisantes Forschungsthema aufgreifen. Vielleicht in unserer Schülerzeitung. Mit meinem Namen unter dem Artikel. Das muss ein tolles Gefühl sein. Die Schülerzeitung scheint ein Ding zu sein jetzt hier in diesem Teil. Ich bin Gabi Glockner und werde die Pfote genannt, weil ich mir von jedem Hund die Pfote geben lasse. Ich liebe Tiere und setze mich für den Tierschutz ein. Mein Hund heißt Oskar, ein Kockerspaniel. Er ist zwar auf einem Auge blind, riecht aber alles, mein süßer Schnüffler. Gewöhnlich trenne ich mich von ihm nur am Vormittag, wenn ich mit den Jungs in der Schule bin. Aber in letzter Zeit musste ich öfter ohne ihn los. Das macht ihn traurig. Das spüre ich. Ich werde es wieder gut machen. Mein Vater ist Kriminalkommissar und unterstützt mich und meine TKKG-Freunde bei unseren Abenteuern. Meiner Mutter gefällt es gar nicht, wenn mein Vater so viele Überstunden macht. Sollte ich in Gefahr geraten, kann ich mich hundertprozentig auf Papi verlassen. Und auf meinen Freund Tim, der sich so lieb um mich sorgt. Dass der vor einem im Auge blind ist, haben wir vorher auch noch nie gehört, oder? Also immer mit jedem Teil so eine kleine Info mehr. Okay. Was glaubt ihr wohl, was der erste Satz von Willi sein wird? Ich heiße Willi Sauerlich. Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Ich esse für mein Leben gerne Schokolade. Naja, mein Vater leitet eine Schokoladenfabrik. Meine Eltern leben in einer teuren Villa. Mir wurde es dort auf die Dauer zu langweilig. Jetzt wohne ich im Internat und teile mir ein Zimmer mit Tim, unser Adlernest. Mein Vater möchte ja am liebsten, dass ich die Fabrik eines Tages weiterführe. Hm, mal sehen. Zugegeben, ich habe ein Näschen für Naschkram. Ich meine, dank Halloween ist die Zeit reif für Sauerlichs Schokokürbisse. Also ich finde, jeder andere Charakter hat so ein paar mehr Hobbys. Und bei Willi ist es wirklich immer nur Schokolade. Na gut, Schokolade und Geld. Ich bin reich. Meine Eltern sind reich. Aber schon meistens mehr mit Schokolade. So, okay. Gabi hat Herrn Albertson versprochen, ihren Vater in die Schule einzuladen. Es geht um das Thema Häftlinge im Gefängnis. Gegrönt werden soll das Ganze mit dem Besuch einer Strafanstalt. Ob Herr Glockner da einwilligt? Immerhin ist er gerade mit einem kniffligen Fall beschäftigt. Okay, also Zelle 13 scheint tatsächlich dann auch irgendwas mit einem richtigen Gefängnis zu tun zu haben. Ja, und nicht irgendwie Bio-Unterricht, Mitochondrien. Tasche. Was haben wir hier? Einen Art Blatt, aber man kann nicht erkennen, was. So, Karte. Da würde ich sagen, wenn wir den... Dann gehen wir erstmal zum Vater, oder? Hallo Herr Glockner. Mächt' dich zu tun, was? Wie? Ich dachte, er näht eine Hose. Kann mal jemand an den Apparat vom Meier 2 gehen? Du siehst ja, was hier los ist, Tim. Okay, ich ziehe leider. Da waren doch vorher... Da waren doch auch noch Zellen im Hintergrund. Da war jetzt gerade nur so ein geschlossener Spinn. Hallo Gabi. Ist Daniel Kübelbär hier oben? Was tippst du denn da? Ach, ich übe bloß blind mit zehn Fingern zu tippen. Aber ich mogle mehr als die Polizei erlaubt. Gabi, mein Schummelischen. Schummelbär. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich das Poster so mir ins Zimmer hängen würde, oder? Schummelischen. Und Schokobrins. Also irgendwie passen sie ja auch zusammen. Dann machen wir erstmal zum Beispiel. Na Oskar, was macht das wilde Hundeleben? Ja, Oskar. Den Tim magst du genauso doll wie ich. Was, mein Süße? Na, da will wohl einer seine Streichel-Einheiten. Kannst du haben. Na, da will wohl einer seine Streichel-Einheiten. Kannst du haben. Wie es wohl ist, eingesperrt zu sein? Das kennt wohl jeder Teenager, der mal Hausarrest hatte. Scherzkeks. Im Ernst, Tim. Es muss furchtbar sein, im Gefängnis zu sitzen. Okay. Vielleicht eher mal als Gabi zu dem Vater gehen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Mensch, Papi, wie hältst du das hier bloß aus? Was ist denn nun schon wieder mit dem Verwahrungsschrank? Entschuldige, Gabi, was hast du gesagt? Liegt etwas Wichtiges an? Kann man wohl sagen. Welcher Fall nimmt dich so in Anspruch? Du, Papi, würdest du mal in unserer Schule einen Vortrag über deine Arbeit halten? Ach, Gabi, tut mir leid. Aber ich habe gerade an die tausend Fakten zu denken. Was ich nicht offiziell schwarz auf weiß vorliegen habe, blende ich einfach aus. So verlangt es der Job. Na, Hauptsache, du erinnerst dich noch an mich. Und zwar ohne, dass ich meine Geburtsurkunde vorlege. Hier war vorher, in der Folge von dem Feuerteufel, war hier noch so eine Gefängniszelle. Da haben sie wahrscheinlich gedacht, na gut, wenn unser Fall jetzt Zelle 13 heißt, nicht, dass sie dann irgendwie verwirrt sind. Dann machen wir mal hier die Zelle weg. Damit klar ist, okay, da muss man schon wirklich ins Gefängnis gehen. So eine Rohrpost gibt es auch an der Kasse im Baumarkt. Ich weiß, damit werden die Tageseinnahmen versandt. Bei uns soll sie Botengänge ersparen. Na hier. Okay. Hm. Ich nochmal die andere Frage stellen. Welcher Fall nimmt dich so in Anspruch? Wenn es nur einer wäre. Das meiste sind freilich Bagatellen, aber arbeitsintensiv. Papierkram halt. Und dann dieser Uraltfall, der immer wieder auf meinem Schreibtisch landet. Ja. Aber genug davon. Ist zu Hause alles in Ordnung? Ja. Aber wir vermissen dich sehr. Kommt der gar nicht mehr zurück, oder wie? Was gibt denn noch hier in Klassenraum ab? Herr Albertsen, haben Sie einen Augenblick Zeit? Es dreht sich doch nicht schon wieder um ein Mathe-Problem, oder Karl? Diesmal nicht, ich schwör's. Kann ich auch was für die Schülerzeitung schreiben? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kann ich auch was für die Schülerzeitung schreiben? Das musst du nächste Woche mit Achim und Silke aus der 9a abklären, wenn sie von der Klassenfahrt zurück sind. Du weißt, sie haben derzeit die Redaktionsleitung inne. Ich fungiere nur vorübergehend als Ansprechpartner. Soviel ich weiß, hast du den beiden doch längst was reingereicht, Karl? Ja, schon. Aber mit meinen Berichten aus Wissenschaft und Forschung stoße ich bei denen bloß auf taube Ohren. Hatte jemand von euch Achim und Silke 2004 in der 9. Klasse im Unterricht? Das klingt wie eine ungewöhnliche Namenswahl. Verdienen Sie gut in Ihrem Job? Aber der guckt ein bisschen wie ein Schelm. Oder? Also ich hab so ein bisschen, ich krieg hier so ein bisschen Bösewicht. Irgendwas Bösewichtiges von dem Linken hier. Was ist das für eine tolle Armbanduhr, die Sie da tragen? Hm? Das ist doch, das ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder komisch. So, der kommt schon auf die Liste. Der ist schon verdächtig. Das ist doch schon wieder, ich weiß noch nicht, was der Fall ist, aber der könnte es gewesen sein. Wie, haben die ein eigenes Büro oder was? Wow. Gegen diesen Rechner wirkt meiner wie eine Rechenmaschine aus der Steinzeit. Hatte Karl nicht letztes Mal schon ein Flachbildschirm? Ähm, okay. Haben wir noch irgendwas? Ah, wahrscheinlich, weil wir Karls Zimmer nicht haben, brauchen wir wieder einen Ort mit einem Computer oder irgendwie so. Einen Drucker haben wir auch. Oh, oh. Okay. Da gehen wir vielleicht mal mit Willi zu Gabi. Hallo. Schwer beschäftigt? Ruhig, Oskar. Das ist nicht der Postbote. Das ist doch unser Klößchen. Nimm's nicht persönlich. Ich glaube, dein Stapel Papier hat ihn verwirrt. Was? Da sollte ich mich auf der Straße wohl vorsehen. Dein Stapel Papier hat mein Hund verwirrt. Das ist, ich glaube, wenn Ricker und mal jemanden so richtig ins Bein beißt, dann würde ich auch irgendwie sowas sagen. Es hat ihn verwirrt, dass du heute nicht die Haare gekämmt hattest. Also, was ist denn das für... Knurrt den an wiegen Stapel Papier. Wenn man bedenkt, wie viele miese Ratten wir schon hinter Gitter gebracht haben. Ja, wenn wir so weitermachen, müssen die im Knast anbauen. Ich sehe es direkt vor mir. Der TKKG-Trakt. Gewidmet den vier Profis in Spee. Nicht schlecht. Aber mir sind ein paar Dankesworte der Menschen lieber, denen wir helfen konnten. Das wäre auch so ein Ding für TKKG-Bingo. Dass sie irgendwann im Spiel immer sagen, sie sind die Profis in Spee. In manchen Spielen sagen sie das 20 Mal, in anderen überhaupt nicht. Aber jetzt haben wir es schon mal einmal gehört. Sag mal, Gabi, was war nochmal Oscars Lieblingsspeise? Er ist ganz verrückt nach Brathähnchen. Aber Vogelgerippe darf er nicht haben. Die spitzen, feinen Knochen sind für Hunde zu gefährlich. Hoppla, ich will dich doch bloß kraulen. Na komm. Hoppla, ich will dich doch bloß kraulen. Na komm. Warum mag er den denn überhaupt nicht? Huch. War 2004 Vogelgerippe? Huch. Ja, was ist eigentlich hinten los? Oder sind das wie so fleischfressende Pflanzen oder was? Was fliegt denn hier so? Oder Bienen. Vielleicht hat es ein paar Bienen in ihrem Zimmer. Man weiß es nicht. Na, was sagt denn Oscar zu? Unser Oscar. Karl. Ich kann gar nicht erkennen, auf welchem Auge er blind sein soll. Auf dem linken Karl. Darum wollte ihn damals wohl keiner im Tierheim. Du kannst vielleicht nicht richtig sehen, aber sonst... Der mag alle außer Klösschen. Das gibt es ja wohl nicht. Okay. Hat sie nicht gerade eben gesagt, es wäre die schlimmste Vorstellung, die es gibt, im Gefängnis zu sein? Und jetzt sagt sie gerade, sie würde da sitzen und gute Romane lesen. Das hört sich jetzt mal nicht so ganz furchtbar an. Äh, boah. Tja, was machen wir mal. Willst du ihm vielleicht nochmal in den Klassenraum? Hallo, Herr Albertsen. Prima Vorstellung heute. Hast du es so eilig, Willi Sauerlich? Oder warum sprichst du in abgehackten Sätzen? Eilig habe ich es nicht. Aber ich würde ganz gern ein paar Fragebögen unters Volk bringen. Ach so, ach, das hatten wir dabei, okay. Wie wäre es mit einer Praline für Ihre Freundin, Herr Albertsen? Willi, bitte. Wir haben einen Gast. Ach, shit. Haben Sie schon einmal Kürbiskaramell probiert? Wussten Sie, dass ich bei der Wahl für Sie gestimmt habe? Das ist aber nett. Wie konnt's? Naja, Sportlehrer Matzke ist sozusagen mein natürlicher Feind und die Mübo stand nicht wieder zur Wahl. Ich finde, Sie sind ganz okay. Sie sind ja auch fliegen unterwegs, das ist ein sehr fliegenlastiger Teil. Haben Sie viele Kollegen? Wird David sauber bleiben? Ich denke, David hat seine Lektion gelernt. Mit einem festen Wohnsitz und geregeltem Einkommen hat er gute Chancen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Fehlen nur noch ein paar gute Freunde. Zum Glück hat er schon mal sie, auf denen er zählen kann. Jo, Meister. Der gute Kartenhalter in der Ecke, ja. Man kennt's. Irgendwo fehlt noch so ein Overhead-Projektor. Ob ich ein paar Fragebögen da lasse? Aber dann mobst jemand die Pralinen und ich bin genauso schlau wie vorher. Mann! Dafür gibt das Internat nun Geld aus. Aber der Süßigkeiten-Automat in der Cafeteria, der ist noch immer außer Betrieb. Also der Teil ist aber all in, auf Süßigkeiten. Aber von Anfang an. Okay. Äh, pff. Oh, hier hat sich ja einiges verändert seit meinem letzten Besuch. Ah, Karl. Ja, wir sind eine Etage höher gezogen. Schlechter Zeitpunkt für eine Konversation, Junge. Sorry. Okay. Äh, macht das nur Sinn, da mit Gabi hinzugehen? Mann, hier ist ja was los. Hier laufen eine Million Sachverständige herum. Der wird sich doch wohl ein Elektriker finden lassen. Und was willst du hier, Klößchen? Ach, wissen Sie, ich störe ja doch nur. Ciao. Ja, okay, da kann man nur mit Gabi hin. Ich kenne dich, Gabriele Glockner. Sicher hast du schon zugesagt. Wird es vorher mit mir darüber reden sollen. Jetzt musst du die Suppe alleine auslöffeln. Mann, wie stehe ich denn jetzt da? Verkleide dich doch einfach. Schöne Perücke. Ja, jetzt ist es wieder so, wie kriegt man hier den Anfang hin? Das haben wir gefragt. Ja, das Bild ist auch irgendwie so ein bisschen verschoben hier oben. Äh, mit Tim kümmern wir noch meine Schule, glaube ich. Jetzt kommt er gleich wieder. They took our jobs! Hallo, Herr Albertsen. Tim. Wie Sie sehen, kann ich mich gar nicht mehr vom Klassenraum losreißen. Gab es um David eigentlich nie Zoff im Knast? Kümmern Sie sich auch um die Opfer Ihrer Schützlinge? Es gibt die Möglichkeit der Schadens-Wiedergutmachung. Dann bezahlt der Gefangene von dem Geld, was er mitunter während seines Freigangs verdient, für das, was er beispielsweise demoliert hat. Freigang? Damit er draußen gleich wieder zuschlagen kann? Ich finde, die schlimmsten Übeltäter gehören für immer weggesperrt. Wir hatten ein Auto geklaut. Für immer in der Gitter. Haben Sie schon mal jemanden im Gefängnis besucht? Wie haben die Kollegen Ihre Wahl zum Vertrauenslehrer aufgenommen? Ich glaube, so viel Einsatzwillen haben die mir gar nicht zugetraut. Mathe und Latein müssen ja soziales Engagement nicht ausschließen. Respekt. Aber dann, aber dann hier einen Raubkopierer als besten Freund haben, Tim. Und eine Freundin, die Fischdosen klaut. Ja, und Klößchen. So, ja, warte mal. Oder mit Gabi nochmal? Warte mal mit Gabi schon bei denen. Ah, Herr Albertsen. Sie unterhalten sich noch mit Herrn Kruschwitz. Wie du siehst, sag bloß. Gabi, hast du da wieder Oscar in deiner Tasche stecken? Ja, denn ich weiß doch, dass er nicht durch die Räume tollen darf. Klößchen hat ja das Geld kopiert. Es stimmt, wir sind eigentlich irgendwie alle kriminell. Was wird mit einem Jugendlichen in Haft angestellt? Ja. Sind Jugendliche im Knast nicht schrecklich einsam? Erwachsene natürlich nicht. Was wird mit einem Jugendlichen in Haft angestellt? Für jeden wird ein persönlicher Vollzugsplan erstellt. Darin steht seine Vorgeschichte, welche Schul- und Berufsersbildung er hat, Krankheiten, frühere Straftaten, Probleme wegen Drogen oder Gewalt. Vor allem enthält der Vollzugsplan Vorschläge zur Behandlung und Betreuung während seines Aufenthalts. Das klingt sehr fürsorglich. Sind Silke und Achim noch auf Klassenfahrt? Warum haben sie ausgerechnet das Thema Gefängnis gewählt? Bei all dem übermütigen Blödsinn, den Kids anstellen, wollte ich mal die Konsequenzen aufzeigen. Dummheit bleibt Dummheit. Egal, welche Erziehung man genossen hat. Denke ich. Ah, sie spielen wohl auf die gute Kinderstube an. Meine Freunde und ich können uns da nicht beklagen. Blaukraut bleibt Blaukraut. Was mach ich denn jetzt hier wieder? Kann ich doch nochmal battlen hier beim Papi? Kannst du nicht doch mal... Welcher Fall nimmt dich so hin an? Ne, das haben wir jetzt schon. Welch... Welch... Wenn's nur... Gab es um David eigentlich nie Zoffen... Kümmern sie sich auch um die Opfer... Gab es um David eigentlich nie Zoffen, Knast? David verabscheut Gewalt. Man muss ihn schon provozieren, damit er die Fäuste einsetzt. Dann fällt es ihm schwer, sich einzukriegen. Mittlerweile hat er gelernt, besser mit Konflikten umzugehen und Kritik einzustecken. Jugendstrafe ist Sozialtherapie. Ach, manche fiese Typen haben echt nichts Besseres verdient, als ordentlich auf die Mütze zu kriegen. Ja, so langsam kommt der richtige Tim hier raus in diesem Teil. Haben Sie schon mal jemanden im Gef... Wie haben die Kollegen ihre Wahl zum Vertrauenslehrer aufgenommen? Ach so, nee. Haben Sie schon mal jemanden im Gefängnis besucht? Nein, noch nie. Ich denke mal, das ist nichts für zarte Gemüter. Na, wenn ich den Verbrechern einen Besuch abstatte und meine Muskeln spielen lasse, wäre das auch nichts für zarte Gemüter. Was ist denn in diesem Teil mit ihm los? Die sind doch schon im Gefängnis. Dann will er sich noch mal verprügeln im Gefängnis. So, warte mal. Als Neunklässler auch noch, ja, stimmt. Verdienen Sie gut in Ihrem Job? Was ist das für eine tolle Armbach? Verdienen Sie gut in Ihrem Job? Ich wünschte, ich könnte frei heraus Ja sagen. Aber Geld, nicht wahr? Ist keineswegs alles. Aber wenn ich sehe, was ich bei denen für Erfolge erziele, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Das motiviert. Auf einer schiefen Bahn die Kurve kriegen. Das klingt beinahe nach einem Geometrieproblem aus Herrn Albertsens Unterricht. Kann ich auch was für die Schuhe kennen? Kann ich kennen Sie eigentlich, Gabis Vater? Ich bin Kommissar Glockner einmal beim Elternsprechtag begegnet. Allerdings flüchtig. Er scheint ein vielbeschäftigter Mann zu sein. Aber auch verdammt zuverlässig. Wie oft er uns schon geholfen hat, wenn es brenzlig wurde. Wie kann man denn hier weiter? Haben Sie viele Kollegen? Wird David sauber bleiben? Haben Sie viele Kollegen? Ich gehöre zu einem Betreuer-Team. Arbeite auch als Einzelfallhelfer. Im offenen Vollzug diene ich als Ansprechpartner, wenn es um die Vorbereitungen zur Entlassung geht. Neue Erfahrungen stehen an, nicht wahr? Und Kontakte außerhalb der Gefängnismauern. Da müssen Sie ein wandelndes Adressbuch sein. Haben Sie schon einmal Kürbiskaramell probiert? Wussten Sie, dass ich bei der Wahl für Sie... Haben Sie schon einmal Kürbiskaramell probiert? Ja, er will jetzt hier das mit seinen Süßigkeiten durchdrehen. Auf die Gefahr hin, dass ich nicht wiederhole. Wenn du in die Fußstapfen deines Vaters treten willst, solltest du dich lieber mit Mathe und Buchhaltung beschäftigen. Hm, ich sehe schon. Wir haben völlig unterschiedliche Geschmäcker. Mit Gabi zu Gabi. Ja, das können wir jetzt auch mal probieren. Also irgendwie muss es ja hier weitergehen. Na, Oskar, schnappst du mir wieder den Sessel vor der Nase weg? Mir soll's recht sein. Haaa. Das gibt's noch nicht. Na, bist du auch zufrieden mit Frauchen? Wauw, wauw, wauw. Ach, diesen Blick kenne ich doch. Nee, hier ist nix. Beim Computer waren wir schon mit Karl, ne? Und alle anderen werden beim Polizeirevier abgelehnt. Oh ja, das ging schnell. Kommissar Glockner hat Gabi eine Absage erteilt. Eine dumme Situation. Wie Tim das wohl... Ach so. Ach Tim, du glaubst es nicht. Papi hat mich voll abblitzen lassen. Er steckt voll in seinem Papierkram. Das habe ich nun davon, dass ich den Mund so voll genommen habe. Dann hast du also deinen Knastbesuch nicht zur Sprache gebracht. Ja, aber du hattest ja versprochen, deinen Vater in die Schule einzuladen. Hm. Besorg dir doch eine offizielle Einladung. Von Albertson. Dann wirkt es amtlich. Hey, super Idee, Tim! Okay. Warum wollte denn die Mübo nicht mehr Vertrauenslehrerin sein? Unterstützt sie Herr Matzke bei ihrem Projekt? Können sie mir für meinen Vater eine offizielle Einladung mitgeben? Gehen sie noch immer mit, Frau Schmeichel? Ach, der war das. Das war der aus dem Voodoo-Zauber, der sich da romantisch getroffen hat. Ach so. Den könnte man noch in die Schule einladen. Können sie mir für meinen Vater eine offizielle Einladung mitgeben? Du meinst als Gastredner für die Schule in der Reihe Wir und die Welt da draußen? So nenne ich meine kleine Initiative beim Direktor. Von ihm brauche ich auch eine Unterschrift. Ansonsten ist die Einladung kein Problem. Klasse! Ach, nur der Form halber. Mein Vater heißt mit Vornamen Emil. Wie viele kleine Fakten wir diesmal lernen. Was wird mit einem Jugendlichen in Haft angestellt? Sind Jugendliche im Knast nicht schrecklich einsam? Es gibt Wohngruppen, nicht wahr? WGs. Kennst du bestimmt. Außerdem wird sehr auf sportliche Aktivitäten geachtet. Besuch von außerhalb kann auch beantragt werden. Das Halten oder Mitbringen von Tieren ist allerdings nicht gestattet. Wie heißt dein Hund eigentlich? Oskar! Seine früheren Besitzer hatten ihn ausgesetzt. Der Ärmste. Bei mir wird er es immer gut haben. E-Mail und die Detektive in Spie. Okay. Haben wir jetzt schon die Einladung mit dabei? Kurz hier in die Tasche. Nee. Aber wie sieht es mit deiner Gelegenheit aus, ein Gefängnis von innen zu sehen? Da müssen wir vielleicht doch was einfach da. Welcher Fall nimmt dich so? Kannst du nicht doch mal? Kannst du doch nicht? Ich. Ähm. Lass uns nochmal Thema zählen. Wie es wohl ist, eingesperrt zu sein. Das kennt wohl jeder Teen. Ja, okay. Einladung ausdrucken. Ja. Es wird Zeit, dass Achim und Silke das Zepter abgeben. Mal sehen. Vielleicht darf ich als nächstes die Redaktion der Schülerzeitung leiten. Sollte das neue Layout nicht längst fertig sein? Besser, ich lasse die Finger vom Grafikprogramm. Nachher heißt es bloß wieder, die blöde Gabi aus der neuen B muss ich ja immer überall einmischen. Ach so, das ist von der Schülerzeitung hier. Okay. Hm. Ähm. Unterstützt Sie, gehen Sie noch immer mit Frau Schmeichel? Ich muss es fragen. Edith und ich wollen eine Familie gründen. Uns fehlt nur noch ein dickes Finanzpolster. Sie will ja eine große Hochzeitsfeier mit allem Drum und Dran. Tja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Oh, hast du gehört, Oskar? Eine Hochzeit. Ich freue mich ja so für Sie. Frau Schmeichel. Was wird mit einem Jugendlichen? Sind Jugendliche im Knast nicht schrecklich einsam? Ja, vielleicht ist der auch verdächtig. Eigentlich ist jeder verdächtig. Wie kommt der jetzt zu Geld? Nee, das kann nicht sein. Ähm. Dann müssen wir mit Karlchen nochmal einen Computer. Wow. Gegen diesen Rechner wirkt meiner wie eine Rechenmaschine. Nee. Kann ich auch was für die Schüler? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kann ich auch? Das musst du nennen. Verdienen Sie gut in Ihrem Schuss? Was ist das für eine tolle? Nee, aber auch schon beides. Äh, dann frag ich vielleicht doch noch mal mehr von diesen Fragen. Oder vielleicht mal das. Vielleicht krieg ich denn die Einladung? Die muss der mir doch geben. Direktor muss unterschreiben. Ja, aber wie kümmern wir das zum Direktor? Wenn du im Gefängnis wärst, Karl. Ja, das haben wir schon. Dieses kann man die Dialoge mittlerweile abbrechen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm. Vielleicht Polizei werden wir immer noch rausgeworfen, ne? Ah, er reibt sich die Eugen. Dann gibst du nie Ruhe. Was, Klösschen? Sie sehen aus, als bräuchten sie dringend Energie. Dann kann ich ihnen weiterhelfen. Na, das will ich sehen. Aha. Verteil dir jetzt irgendwie mal seinen blöden Zettel. Hier ist ein kleiner Energieschub für Sie. Eine Halloween-Praline. Darf ich Ihnen auch einen Fragebogen dalassen? Keine Angst, es eilt nicht. Na gut, warum nicht? Wenn ich dann meine Ruhe habe. Nur wohin damit? Hm. Sie haben Post. Die muss warten. Ach, äh, leg doch deinen Fragebogen einfach irgendwo hin. Wo du, wo du Platz findest. Okay, erst mal wegpacken und dann weitersehen. Okay, können wir hier irgendwo rumlaufen? Darf ich gerade mal? Yep. Hier könnte ich doch meinen Fragebogen deponieren. Okay. So eine Rohrpost habe ich noch nie aus nächster Nähe gesehen. Ach, Herr Glockner, darf ich Ihre Rohrpost öffnen? Ja, von mir aus. Er legt den Inhalt zu den anderen Papieren. Ui, das ist aber datenschutzrelevant. Hat das jetzt gemacht? Ich bin hier noch nicht fertig. Aha. Ach so. Oh, eine Aktennotiz. Alter, dann ist es auch noch. Ich habe erfahren, dass dein Termin in der JVA steht. Um des lieben Friedenswillen bringen. Härtner? Endlich zum Singen. Damit wir alle den Fall abhaken können. Du packst es. JVA bedeutet Justizvollzugsanstalt und die steht für das Gefängnis. Mann, das ist die Gelegenheit für Gabi. So, ab in die Ablage. Okay. Also diese TKG-Profis ins Spiel, die kommt mir auch manchmal ein bisschen illegal vor, muss ich sagen. Also dafür, dass sie so gegen Häftlinge vorgehen. Da fehlt noch die Krönung des Ganzen. Krönung des Ganzen? Was denn jetzt noch? Ach so, sein blöder Fragebogen. Nett, adrett und komplett. Okay. So, dann geht er jetzt doch mal zu Gabi, oder nicht? Wenn man bedenkt, wie viele miese Ratten wir schon hinter Gitter gebracht haben. Ja, wenn wir so weitermachen, müssen die im Knast anbauen. Ich sehe es direkt vor mir. Der TKKG-Trakt, gewidmet den vier Profis in Späh. Warte mal. Darf ich der werten Dame eine Praline der Firma sauerlich anbieten? Sie haben die einmalige Gelegenheit, mit ihrer Meinung direkt auf die Weiterentwicklung unserer Produktpalette Einfluss zu nehmen. Danke, Klösschen. Aber ich überlasse die Testerei den wahren Schoko-Experten. In den Hörspielen gibt es eine Folge, wo Tim jemanden überheblich erklärt, dass es sich nicht gehört, in fremden Zimmern rumzuschnüffeln. Ja, das ist wirklich... TKKG macht sonst nichts anderes als das. Ja, es ist manchmal ein bisschen... Also, was für andere Leute dann illegal ist, machen sie dann einfach selber. Also, es gäbe bestimmt auch mal eine Folge, wo sie irgendwie... Ja, das war ja letztes Mal. Den Raubkopierern auf der Spur und dabei ist Karl selbst dabei, sich Raubkopien zu kaufen. Also, es ist manchmal ein bisschen... Nicht so ganz klar. Ähm... Okay. Also, Tilo, das ist wirklich interessant. Ich hätte nie gedacht, wie viele Wege es gibt, rasch zu Geld zu kommen. Und das so gut wie legal. An mir ist ein Anlageberater verloren gegangen. Wenn du, mein Freund, einen Tipp brauchst, nicht wahr? Ah, Herr Kruschwitz tut sich... Ich wusste, das ist ein Bösewicht. Das war doch gerade ein Bösewicht lachen. Erzähl mir doch nichts. Kennen Sie einen Strafgefangenen namens Heppner? Was haben Sie denn für Finanztipps auf Lager? Oh, oh. Wer darf denn eigentlich Jugendliche im Knast besuchen? Wo arbeitet David jetzt eigentlich? Hat David eine Freundin? Hä? Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder? Da habt ihr einen Bingo-Punkt. Einfach random Frage, die überhaupt nicht dazu passt. Aber ist klar, das müssen wir natürlich wissen jetzt. Das verrät er bislang keinem. Na, dann läuft bei ihm wohl gerade nichts. Hm, weiß nicht, ob ich das schließen würde raus. Warum wollte denn die Mübo nicht mehr Vertrauenslehrerin sein? Frau Müller-Borello wächst die Arbeit über den Kopf. Als alleinerziehende Mutter hat sie sich entschieden, etwas kürzer zu treten. Ach, die war das. Wenigstens bleibt sie uns im Englischunterricht erhalten. Welche Farbe hat die Runterhose? Ja, also irgend sowas demnächst. Okay, warte mal, wir gehen noch mal mit Gabi. Das waren jetzt viele Fragen. Kennen Sie einen Strafgefangenen namens Heppner? Heppner? Ich meine, der Name sagt mir was. Hm. Nein, ich komme nicht drauf. Warum fragst du? Naja, er ist kein Jugendlicher. Deshalb sagt ihm der Name vielleicht noch nichts. Er sitzt in der JVA ein und hält wichtige Informationen zurück. Okay, also Willi hat es ihr schon erzählt. Nach dem Schritt habe ich nicht ganz mitbekommen. Kann man Brot einfrieren? Also ich hätte gerne vor allem bei so einer Auswahl, wo dann so irgendwie sieben Fragen da sind, hätte ich gerne immer eine dabei, wo du so denkst, so was. Was haben Sie denn für Finanztipps auf Lager? So, jetzt aber. Jetzt hau mal raus. Wenn jetzt 2004 mit Bitcoin ankommt, dann würde ich sagen, hui. Ach, ich kenne so viele Leute, dass ich oft mal etwas mitkriege, bevor es anderen zu Ohren kommt, nicht wahr? Ein Informationsvorsprung zahlt sich immer aus. Vor allem an der Börse. Wer darf denn eigentlich Jugendliche im Knast besuchen? Es gibt ein Besucherforum. Das sind Bereiche mit Einzelsprechräumen für Anwälte, Jugendgerichts- und Bewährungshelfer, Drogenberater und private Besucher. Des Weiteren existiert ein großer Gemeinschaftssprechraum. Ach, dann bekommt man ja nicht viel Knastleben zu sehen. Hat Gabi gerade Insider-Trading empfohlen. Hm. Also TKKG ist echt so eine Sache für sich. Die haben echt Glück, dass der Vater schon bei der Polizei ist und sitzen. Ja gut, ja stimmt. Sie war ja schon in der Zeitung mit ihrem Fischfutterklau. Also ganz gefeit ist sie nicht gegen Verhaftung. Obwohl ich ja auch gerne einen von denen mal dann im Knast sehen würde jetzt. Aber wer weiß, was ist noch für eine... Vielleicht nimmt es ja noch so einen Twist an. Wir hatten ja immer den bisherigen TKKG-Spielern, dass die recht harmlos... Hihi, mein Papa macht mal ein Referat in der Schule und dann am Ende ist es irgendwie... Jemand hat fünf Leute ermordet oder ein Kind geklaut oder so. Das ist dann... Es fängt erst einfach an, aber dann, aber dann. Aus welchem Intro war das denn? Typisch Andy. Er fängt dann, aber dann, aber dann... Sagt die ganze Stadt nur noch, typisch Andy. Ach Gott. Wie sie es so manche Kinder sehen, einbrennen. So. Kennen Sie einen Strafgefangenen namens Heppner? Was haben Sie denn für Finanztipps? Wer darf denn eigentlich... Wo arbeitet David jetzt eigentlich? Im kleinen Horrorladen bei einem Herrn Behring. Dank Halloween brummt sein Geschäft wieder. Allerdings hat er ziemlich schräge Kundschaft. Behring? Knut Behring? Aber den kennen wir doch von früher. Ich weiß genau, wo der Laden ist. Kennen wir den? Den kennen wir doch. Wer, wer, wer? Der Horrorladen? Ach so. Okay, ja, ja. Vom Kapitän, vom Testament. Ja, ja. Hier ist er. Oh ja. Hab keine Angst, Oskar. Ist das eine neue Klingel, die Sie da haben, Herr Behring? Oh ja. Wir haben Sie Gespensterreigen getauft. Lassen Sie mich raten. Eine Erfindung von Ihnen und David Schulz. Keine Antwort. David macht gerade noch Besorgungen für seine Bunde. David ist gerade im Sarg. Er werkelt schon seit Tagen an einem Waschbecken fürs Hinterzimmer. Was? Okay. Also ein Horrorladen. Was ein Horrorladen zu Halloween läuft, kann ich mir vorstellen. Aber so das ganze Jahr ein Horrorladen? Hätte ich ein bisschen Angst, ob der sich rentiert. Ist David sehr begabt? Nein, er ist strunzdumm. Haben Sie mal von einem Sträfling namens Heppner gehört? Ich kenne ihn nicht näher, aber er bastelt im Knast mit anderen Sträflingen Spielzeug, das an Weihnachten dem Waisenhaus gestiftet wird. Darüber habe ich in der Zeitung gelesen. Seit Neuestem fertigt er kleine Kürbislampen an. Mal sehen. Unsere Kunden lieben Artikel aus dem Gefängnis. Jetzt fehlt bloß noch ein Versandkatalog der Marke Knackimann. Was? Okay. Okay. Knackimann. Meine Güte. So, andere Frage. Ist David sehr begabt? Er lernt fix und ist einfallsreich. Wenn er nicht gerade Flausen im Kopf hat, kommt ein kleines Genie zum Vorschein. Solange er dabei keine kriminelle Energie entwickelt. Klasse. Okay. Ich wette, wenn wir mit Willi dahin gehen, will er wieder seinen Computer der Fragebogen. Tag, Herr Behring. Was denn? Sie haben ja gar keine Schokokürbisse. Ach nee, Willi sauerlich. Freilich kann ich mit Pralinen dienen. In allen Horrorvarianten. Von der Firma Rotten Stuff. Willst du welche bestellen? Aus dem Ausland? Das ist nun wirklich gruselig. Pralinen aus dem Ausland. Was? Komm, erst mal ein Fragebogen hier. Schokolade aus der Schweiz. Mein Vater hat eine neue Kreation Pralinen, die sie interessieren durfte. Garantiert besser als jeder Import. Ach, du betreibst Marktforschung? Okay. Her damit. Oh, guck mal, er isst sie. Jemand nimmt es ernst. Wie beurteilen Sie den Geschmack? Sehr gut, gut. Geht so? Schlecht? Ich sag mal, gut. Ja? Nö. Aha. Ich behalte den Bogen mal zur Erinnerung da. Vielleicht bestelle ich ein paar sauerlich Pralinen. Ja, so funktionieren, Fragebögen. Was? Wenn der Ausfüller es behält. Ja, wahrscheinlich ist er so dagegen, weil er will, dass alle sauerlich Schokolade nur essen und sonst nichts. Oder keine Ahnung. Hat Halloween eine lange Tradition? Was geschieht in der Nacht des 31. Oktober? Wer weiß. Einst machten die Christen große Feuer. Zum Dank für die Ernte des Jahres. Sie legten traditionell Steine in die Flammen. Einen für jedes Familienmitglied. Am nächsten Morgen wurde die Asche gesiebt. Fehlte ein Stein? Oder war er beschädigt? Hieß es, der Gemeinde würde noch im Laufe des Jahres sterben. Nur gut, dass wir nicht so abergläubisch sind wie die amerikanischen Siedler, oder? Ich bin ein bisschen gruseliger Teil, muss ich sagen. Ich würde dich ja durchlassen, aber David ist gerade nicht da. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Oh, wen haben wir denn da? Karl Vierstein. Ganz recht. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Woher beziehen Sie Ihr Sortiment? Haben Sie einen besonderen Bezug zu Gefängnissen? Du meinst diese dunklen Gefilde staatlicher Obhut mit sadistischen Wärtern, Folterkellern und elektrischem Stuhl? Ich dachte eher an unseren Kulturkreis. Nicht an Horrorfilme. Ähm. Hallo, Herr Bering. Na, wer sagt's denn? Tim von TKKG. Lang ist's her, was? Wie du siehst, mich gibt's immer noch. Ja, und Ihr Laden scheint zu brummen. Überraschenderweise. Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? Kommen Sie finanziell gut über die Runden? Ja, das ist meine Frage. Gerade zu Halloween mache ich massig Kohle. Schulden habe ich keine mehr. Darum verzeihe ich Euch auch großmütig, dass Ihr mir damals in die Quere gekommen seid, als es um das Erbe meines Onkels ging. Gut, Schwamm drüber. Ach so. Ja, stimmt. Da haben wir den Fall gelöst, bevor er es lösen konnte. Stimmt. Haben das ganze Geld verschenkt. Verbrannt, bevor Du es bekommst. Ist David sehr begeistert? Haben Sie mal von einem Sträfling namens Heppner? Ich kenne ihn nicht. Okay. Hat Halloween eine lange Tradition? Das Wort ist eine Verballhornung von All Hallows Eve. Eve bedeutet Vorabend. All Hallows heißt Allerheiligen, den wir als katholischen Feiertag kennen. Ihm folgt aller Seelen. Dann werden nach Volkstraditionen Gräber geschmückt. Halloween meint also der Abend vor eben dieser Zeit, da wir Toten und Heiligen gedenken. Das Gruselige kommt woanders her, nämlich von alten Droiden. Das waren angeblich Zauberer und Wahrsager. Sie glaubten an einen Gott namens Saman. Es hieß, Saman versammle am 31. Oktober die Seelen aller Bösen, die im Jahr zuvor gestorben waren und seit ihrem Tode in den Körpern von Tieren lebten. Um Glauben von Irrglauben zu trennen, entstand in Amerika nach und nach die Tradition, das nachzuspielen und sich dazu als böse Geschöpfe zu verkleiden. Die ausgewählten Opfer galt es zu verschonen, wenn sie sich mit Süßigkeiten freikauften. Sogar bei uns ziehen immer mehr Kinder verkleidet von Tür zu Tür und drohen Süßes oder Saures. Hm, wusste ich jetzt auch noch nicht. Okay, so haben wir hier noch eine Frage offen. Woher beziehen Sie Ihr Sortiment? Haben Sie einen besonderen Bezug zugef- Woher beziehen Sie Ihr Sortiment? Bei meiner Ware handelt es sich um Importe aus den USA, einheimische Handarbeit und Eigenkreationen. Dabei geht Qualität vor Quantität. Höchstqualitativer Trash ist ja auch mal was. Okay. Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? David? Der Junge ist okay. Kaum zu glauben, dass er mal Ärger mit dem Gesetz hatte. Ich halte viel von seinen Fähigkeiten. Ich nehme an, Sie meinen nicht sein Talent als Autoknacker. Ja, gerade Autoknacken. Da würde ich schon so denken. Ja, okay. Und dafür will Tim den jetzt lebenslang ins Gefängnis stecken, für ein Autoknacken. Ich glaube, ich gucke noch mal Notizen rein. David war auch mal im Gefängnis, allerdings in einem für Jugendliche. Laut Thilo Kuschwitz arbeitet er nun im kleinen Horrorladen von Herrn Behring. Ja, aber wo ist er? Oder kann ich hier nochmals fragen? Kannst du nicht? Kannst du? Nee. Kann ich? Das haben wir doch auch alles. Gehen Sie noch immer mit? Unterstützt Sie Herr Matzke bei Ihrem Projekt? Das haben wir nicht. Du meinst den Sportlehrer mit seinem Engagement gegen Gewalt? Herr Matzke ist auf Klassenfahrt mit der 9a. Außerdem ist er immer so schrecklich laut, dass ich ganz froh bin, wenn er außen vor bleibt. Der hat seinen Ruf als Leuteschinder echt weg. Arme 9a. Leuteschinder. Und die Pauker. Für den Preis? Das nenne ich mehr als angemessen. Ich sag's ja immer, man muss nur die richtigen Leute kennen. Ohne Vitamin B läuft nichts im Leben. Also wenn du dir und deiner Braut einen Gefallen tun möchtest? Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, nicht wahr? Oh. Gab es denn etwas zu lauschen? Sie wissen doch, wie man mich ganz schnell loswerden kann. Nicht wahr? Nämlich? Haben Sie viele Kollegen? Wird David sauber bleiben? Haben Sie schon einmal Kürbiskaramell? Wussten Sie, dass ich bei der Wahl für Sie gestimmt habe? Das ist aber nicht... Das tut man nicht alles, um sich in Ruhe unterhalten zu können. Also gut, Willi, Nerven, Säge, Sauerlich. Her mit deinem Bogen. Juhu! Hey, sie sollen die jetzt ausfüllen! Donnerwetter schon so spät. Ich muss los. Für mich bitte keine Pralinen, danke. Jetzt hast du mir meinen Gast vergrault. Ich hoffe, du bist zufrieden. Na los, Abgang. Ups, Salah. Oh, ist Herr Kruschwitz gegangen? Ja, leider. Ach, da fällt mir ein, die Einladung an deinen Vater liegt nebenan. Du siehst, ich habe mich gleich nützlich gemacht. Herr Albertsen, Sie sind ein Schatz. Also ein bisschen komisch ist, der Hund muss jetzt irgendwie dabei sein, aber immer in der Tasche. Wo liegt denn nun die Einladung? Na, da liegt sie doch. Ah, da ist ja Papis Einladung. Ich bin gespannt, ob Tim recht hatte. Was meinst du, Oskar? Bitte! Äh! Hat doch so ein komisches Synchro-Bällen. Okay. So, jetzt kommt hier die Einladung. Zack. Papi, ich habe hier etwas von der Schule. Das ist die nervigste Tochter der Welt. Es betrifft mich, weil ich... Nun lies es selbst. Was denn? Meine Tochter bekommt einen blauen Brief? Hm. Na, zack hier. Werd dir schon nicht den Kopf abreißen. Psst, Oskar. Das ist was Offizielles. Da hast du mich immer fein rangekriegt. Eine Einladung, oh Mann. Was soll ich den Kids denn erzählen? Wohl ist mir nicht dabei. Das ist schon geregelt, Papi. Ich weiß, dass du in Kürze diesen Heppner im Knast besuchst. Da will ich mit. Und gemeinsam berichten wir darüber. Kommt überhaupt nicht in Frage. Woher weißt du überhaupt? Obwohl, ein ach so harmloses Interview mit Heppner, das wäre gar kein schlechter Schachzug. Okay, hör zu. Ich sage nicht ja, aber auch nicht nein. Ich muss erst die Unterlagen zu Heppner anfordern. Denk du dir ein paar Fragen aus, hm? Genau, für die Schülerzeitung. Papi, das wäre eine Wucht, wenn ich mit darf. Ehrlich, ich kann es kaum erwarten. Das wäre eine Wucht. So, hier und da, auch so die Begriffe Pauker und sowas, da merkt man schon, okay. Weiß ich, für 2004 sind das eigentlich nicht 2004er Begriffe. Das muss wohl jemand anderes die Dialogen stehen. Das gibt es auch an der Kasse im Baum. Okay. Ah. Was hat dieser Heppner genau verbrochen? Hat auch keiner was dagegen, wenn ich dich begleite? Ist der Mann im Knast gefährlich? Was ist an dem Fall Heppner so besonders? Warum liegt der Fall gerade jetzt auf deinem Tisch? Was ist an dem Fall Heppner so besonders? Es geht um die Beute. Angeblich gingen sie ihm verloren, als er flüchtete. Aber ich vermute, er hatte einen Komplizen. Oder er hat das Geld vorsorglich versteckt. Wahrscheinlich der aus der Schule. Wie ein Eichhörnchen. Okay, Adma. So, jetzt müssen wir mal die ganzen Fragen hier erst mal verparken. Was hat dieser Heppner genau verbrochen? Er hat eine Bank überfallen. Nicht gerade ein Kavaliersdelikt. Wir hatten ihn im Berufsverkehr aus den Augen verloren und wollten die Flinte ins Korn werfen. Dass ich ihn später doch noch zu fassen bekam, wurde mir hoch angerechnet. Dafür muss er dich doch hassen, oder? Berufsverkehr. Oh, leider rote Ampel. Naja, dann ist er wohl weg. Okay. Hat auch keiner was dagegen, wenn ich dich begleite? Der Gefängnisdirektor ist ein alter Freund von mir. Der regelt das. Ein bisschen Bammel habe ich schon. Okay. Ist der Mann im Knast gefährlich? Heppner ist zahm wie ein Lamm. Eines Tages wird er frühzeitig entlassen. Wegen guter Führung. Ich wette, darauf spekuliert er. Oh, das heißt, der Mann hat noch was vor. Mhm. Mhm. Ich weiß auch nicht ganz, was unser Fall ist. Was ist an dem Fall? Warum liegt der Fall gerade jetzt auf deinem Tisch? Die Namen Heppner und Gluckner wurden lange Zeit in einem Atemzug genannt. Ich soll Ihnen alle Jubeljahre zu einem allumfassenden Geständnis bewegen. Ohne diese sitzen der Polizei, ein Geldinstitut, zwei Versicherungen, etliche Rechtsanwälte und der Polizeipräsident im Nacken. Ganz zu schweigen von der Presse. Aber dann könnte deine Karriere davon abhängen. Okay, also. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Wir müssen irgendwie diesen Schatz oder das Geld von Heppner finden oder wo das hin ist. Das wird wahrscheinlich der Fall sein irgendwie. Okay. Ja, die weiß schon ganz genau. Lieber nicht Tim in die Nähe von irgendwelchen Verbrechern bringen, weil da wird sofort, da kann sie sich nicht zurückhalten. Mein lieber Prinz. Da ist er sofort in der Prinzenrolle. Sehr gut. Warum wollte denn die Mübe? Unterstützt Sie, Herr Matt? Bleiben Sie mit Herrn Kruschwitz in Verbindung? Gehen Sie noch immer mit Frau Schwenk? Könnte man noch in die Schule? Bleiben Sie mit Herrn Kruschwitz in Verbindung? Thilo, ich meine, Herr Kruschwitz hat viele Kontakte. Das könnte sich für mich eines Tages auszahlen. Aber geraten Sie uns nicht vor lauter Connections an schwarze Schafe. Die sind auch schon irgendwie manchmal unsympathisch, oder? Von TKKG. Also wenn ich der Lehrer wäre und da hätte ich nur so vier Klugscheißer irgendwie. Und die eine versteckt die ganze Zeit ihren Hund in so einer kleinen Tasche. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Haben Sie schon einmal Kürbiskarre? Wussten Sie, dass ich bei der Wahl für Sie gestimmt? Das ist aber... Ja, warte mal. Kann ich auch was für die Schüler? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Ich bin Kommiss. Ja, mal noch irgendwo noch mal ein paar neue Fragen. Haben Sie schon mal jemanden im Ge... Wie haben die Kollegen ihre Wahl zum... Ich glaube... Nee. Hm. Ich nehme mal eben meine Notizen rein. Späne. Oh, wir haben hier schon was. Das ist schon ein bisschen gelb. Wenn der Kreis ganz gelb ist, sind wir beim Finale. So. Erstaunlich. Kommissar Glockner ist jetzt sogar bereit, Gabi für ein Interview ins Gefängnis mitzunehmen. Offenbar hat er seine eigenen Pläne. Gabi sollte sich gut vorbereiten. Ach so, wahrscheinlich. Dann müssen wir mit Gabi zu Gabi. Aus dem letzten Teil der Horrorfilm Legion. Oder Legion. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass ich den Horrorfilm meinte. So, können wir denn hier irgendwas mitnehmen? Das ist ein Gurkenglas auf dem Tisch. Ja. Habt ihr kein Gurkenglas auf dem Tisch, oder wie? Okay. Kübelbock und ein Gurkenglas. Ja, das ist ein Einrichtungsstil. Ich weiß noch nicht, wie der heißt, aber... Ach doch, meine Güte, was ist das denn? Kleiner Hund hat Angst. Kein Wunder. Zu viel Kram, der falsche Furcht schafft. Vielleicht hat er ja vor Ihnen Angst. Er ist so unschuldig. Nicht zu vergleichen mit dem, den ich suche. Die Manifestation des Teufels. Vargast, Girtrasch, Heuler. Schwarz wie die Nacht, mit der sich die Ungeheuer umgeben. In Wäldern, Mooren und auf Friedhöfen. Was ist das jetzt hier? Sie suchen also Ihren Hund? Sie suchen also Ihre Schwiegermutter? Suchen Sie hier etwas Bestimmtes? Ich amüsiere mich mit billigem Tand. Schlägt tot die Zeit, bis es Sinn macht, meine Feldstudie fortzusetzen. Die Geduld wird sich auszahlen. Die Gelegenheit sich ergeben, wenn die Faktoren stimmen. Zeigt er sich? Alles klar. Hinten. Alles klar. Ich glaube, da muss Tim mal... Da muss Tim mal ordentlich... Klarheit schaffen hier. Bitte sehr, mein Herr. Was soll das sein? Sieht mir sehr nach Humbug aus. Sehr nach Humbug. Guter Mann. Wie ich bereits sagte. Das sind alles Gruselklassiker. Partygags. Und Scherzartikel. Aber sich lustig machen über Vampire. Vampire. Den Homo Sapiens. Immortus. Die Bruxa. Ventala. Anhanchu. Asiman. Sukuvan. Bajang. Allesamt blutdürstig und Meister der Verwandlung. Wo bleibt die Ehrfurcht? Wo? Was ist das denn für ein Teil? Es gab also wirklich Vampire? Sind sie Wissenschaftler? Ja, das wäre auch die erste Frage, die mir einfallen würde. Laienhaft gesprochen. Ich suche nach verborgenen Tieren. Dabei bediene ich mich vieler Quellen. Nicht nur Spuren oder Fotos. Sehr aufschlussreich sind Legenden, Märchen und Mythen von Ureinwohnern. Sehr aufschlussreich. Verstehe. In jeder Sage steckt ein Körnchen Wahrheit. Puh. Okay. Also wo wir hier am Ende landen, das ist mir noch irgendwie... Huch. Meinen Sie mich? Wie? Nein, nein, Karl. Da ist nur so ein nerviger Kunde. Ein unentschlossener Klugscheißer, der nie was kauft. Offenbar ist er nicht ganz dicht. Gerade ist er wieder raus. Ah, und da haben sie sich ganz ohne Worte etwas Luft gemacht. Verstehe. Ne, er kam gerade wieder rein. Haha, weggedisst. Woher beziehen sie ihr Sortiment? Haben sie einen besonderen Bezug zu Gefängnissen? Haben sie... Du meinst diese dunk... Ähm... Da wieder. Transformation. Transformation. Das ist es, was Werwölfe so interessant macht. Sie sehen wie Menschen aus und doch tragen sie vermutlich ein Virus in sich, das sie verwandelt. Ein Virus. Das ist doch Mumpitz. Bei mir geht's nur um den Spaß im Verkleiden und Schreckeneinjagen. Ein Werwolfs-Virus, so ein Quatsch. Mumpitz? Bei Vollmond gegen den eigenen Willen zur Bestie zu werden? Bitte sehr, das ist mehr als eine Halloween-Maske aufzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr den Stream gesehen habt, aber Florentin hat mal so einen Chatting-Stream gemacht, wo er sich so eine Website von... Ähm, ich weiß nicht mal, wie der Typ hieß. Irgend so ein... Weirder Typ, der da auch alle möglichen Monster-Arten aufgezählt hat. Und der erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran, als hätte der so eine Website. Andinett hieß das so? Ebenezer Scrooge. Ja, stimmt, das hat ein bisschen was davon. Andinett war die Witze-Seite. Die Folge mit dem Yeti. Ja, ich glaube, das war auch der... Ich glaube, das war auch der Yeti auf der Seite. Holger. Holger kann auch sein. Das ist Holger. Holger nett oder so. Und der hatte da auch alle möglichen Bestien und Loch Ness und was weiß ich da beschrieben und wo die alle leben und der erinnert mich sehr an diesen Holger, falls er Holger hieß. Aber kann sein. Wie sieht ein Werwolf Ihrer Meinung nach aus? Ist Werwolf sein wirklich ansteckend? Wie sieht ein Werwolf Ihrer Meinung nach aus? Riesig! Stell dir einen Gorilla vor. Stell dir einen Wolf vor. Und nun kreuze beide. Es gibt da interessante Feldstudien. Sehr interessant. Unheimlich. Was... Was macht der Typ denn jetzt? Also, ich verstehe noch nicht die Zusammenhänge. Was der jetzt mit allem zu tun hat. Der Gorilla und Wolf, ein richtiger Golf. Sie suchen also Ihren Hund? Suchen Sie hier etwas Bestimmtes? Sie suchen also Ihren Hund? Ich kann ihn nicht suchen. Nur finden. Ich muss pirschen. Auf Gelände. Aber gefährlich. Sehr. Das hört sich fast nach einem Kampfhund an. Hm? Ich verstehe nichts. Es gab also wirklich Vampire? Sind Sie Wissenschaftler? Es gab also wirklich Vampire? Du bist skeptisch? Das ist gut. Sehr gut. Selbst Bram Stoker, der Autor von Dracula, irrte im Detail. Als er 1899 die Kryptozoologische Gesellschaft in London besuchte und die wahren Fakten erfuhr, war sein Roman bereits erschienen. Kryptozoologische Gesellschaft? Enorm. Enorm. Jo, Meister. Was machen wir denn mit dem Vogel? Schade, dass David gerade nicht da ist. Dafür treibt Tim Horrell an einem merkwürdiger Kunde herum, der etwas im Schilde zu führen scheint. Tja. Den habe ich doch jetzt schon mehrfach angesprochen. Vielleicht kann der ja auch mal unsere Praline testen. Danke, wirklich nicht. Schlecht für die Zähne. Danke. Ich habe verstanden. Ah, schon verschissen mit ihm. Wie sieht ein Werwolf, ist Werwolf sein wirklich ansteckend? Bei einem Biss gelangt womöglich ein Virus ins Blut, das Wolfsgene rüberkopiert. Ein bisschen so wie beim Computervirus. Die Gene schlafen aber dann. Die Theorie besagt, ob Stress, ob Vollmond, der Wolf erwacht. Das sind doch Hirngespinste. Was mache ich denn jetzt mit dem? Ich habe das Gefühl, ich habe hier alle Fragen gestellt, oder? Die Tür hat David konstruiert. Mein Gehilfe. Werwolf war das Corona von 2004? Oh, meine Güte. Und Vogelgrippe hatten wir auch schon eben. Ähm... Es gab also wirklich... Sind Sie Wissenschaftler? Ich habe doch hier schon alles gefragt. Laienhaft. Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? Kommen Sie finanziell gut über die Runden? Wie macht... David? Der Junge ist okay. Kaum zu glauben, dass er mal Ärger mit dem Gesetz hatte. Das habe ich doch jetzt schon alles. Woher beziehen Sie Ihr Sort? Haben Sie einen besonderen Bezug zu Gefängnissen? Du meinst... Hm... Rinderwahn und Schweinegrippe. Ja stimmt, das war auch irgendwo. BSE. Das ging alles so in die Richtung. Hat Halloween eine lang... Was geschieht in der Nacht des einunddre... Wer... Mann! Wie sieht ein Werwolf... Ist Werwolf sein wirklich an... Ist... Bei einem... Habe ich hier irgendwas nicht geklickt? Ich würde dich ja durchlassen, aber David ist gerade nicht... Ist David sehr begabt? Haben Sie mal von einem Sträfling namens Hebner gehört? Ist David sehr begabt? Das habe ich doch jetzt alles. Er lernt fix und ist einfallsreich. Wenn er nicht gerade Flausen im Kopf hat, kommt ein kleines Genie zum Vorschein. Solange er dabei keine Kriminelle... Sie suchen also Ihren Hund? Suchen Sie hier etwas Bestimmtes? Ich amüsiere mich mit billigem Tant. Hm... Was? Also hier haben wir alles abgegrast, habe ich das Gefühl. Karl hat Bock, was richtiges zu lernen. In der Schule dann, oder was? Was hat dieser Hebner genau verbrochen? Ne, das habe ich alles gemacht. Er hat ein... Da kann ich ihn doch mal in die Schule. Ach, Karl, du kennst dich doch mit diesen neuen Fotoapparaten aus. Sieh dir doch mal unsere Schulkamera an und sag mir, ob du damit klarkommen würdest. Mach ich. Die Digitalkamera liegt im Raum nebenan. Ah, da liegt ja die Kamera. Tja, aber mit der modernen Technik zurechtkommen... Oh, meine Güte. Eine Kamera mit Flashcard. Damit ist es ein Kinderspielfotos auf den Rechner zu überspielen. Am besten, ich setze die Flashcard gleich mal ein. Oh, süß. Da gehört sie hin. Albertson mag viel Ahnung haben, aber damit kennt er sich offenbar weniger aus. Das ist ein Meisterstück der Technik. Oh, ich hab den Bildschirmschoner deaktiviert. Vorsicht! Vorsicht, Munition. Um was es dabei wohl geht? Auf jeden Fall fehlt ja noch ein Foto. Wie, was? Wir haben einen Bild von Munition machen, oder was? Okay, vielleicht eine Morelein. Gibt's da Munition? Silberkugeln? Woher beziehen sie ihr? Haben sie einen besonderen Bezug? Du Mann. So, haben wir hier irgendwo Munition. Du kannst ja nicht im Polizeirevier, oder? Oh, sie haben Rohrpost bekommen. Tolle Technik. Wenn du dich leise verhältst, kannst du dir das Teil anschauen. Was ist das? Also ich fasse das aber nicht in diesem Polizeibüro. So was kenne ich doch aus den Banken. Damit gelangen Bargeldbestände und Wertsachen direkt in den Tresor. Los dient die Rohrpost hier dem Amtsschimmel. Kannst du nicht da in jedem... Sieh an, die Büchse hat extra breite Laufringe. Darum kann sie ordentlich vollgestopft werden und macht trotzdem kaum Lärm. Ein Rohrpostgebläse, viele weichen, sanfte Landungen. Tolles System. Und falls was schief geht, regeln das die internen Selbstentstörungsprogramme. Okay, aber ist gar nichts drin, oder wie? Passt Oskar da rein? Ich glaube, wenn das ginge, dann hätte Gabi das schon ausprobiert. Ja, einige, du. Okay, warte mal. Verbrecher fangen aus unterschiedlichen Gründen an auszupacken. Aus Angst vor der Polizei, aus Rache an irgendwelchen Komplizen oder um eine mildere Strafe zu bekommen. An ganz hartgesottenen Ganoven beiße selbst ich mir die Zähne aus. Das muss sie dann ganz schön wohnen. Es bleiben im Raum Frau Müller-Turgau und Herr Karachnikov. Wenn du im Gefängnis wärst, Karl. Ah, was? Was mache ich denn jetzt mit der? Ich guck mal schnell in meine Notizen rein. Auch Herr Albertsen hat etwas vor. Oder warum soll sich Karl die Schulkamera ansehen? Ja, wie sehe ich mir die denn an, ist die Frage. Was habe ich denn mit dir jetzt angeguckt? Kann ich auch was für die Schulkamera? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kenn ich bin. Da kann ich... Aber ich dachte, ich könnte vielleicht Gabis Laptop da irgendwie gehen. Aber dann brauche ich doch... Wenn du im Gefängnis... Nein. Ähm... Ich werde jetzt mal die Kamera hervorholen. Sieh an, die Büchse hat extra... Ein Rohrpostgebläse, viele weichen, sanfte Landung. Ähm... Dankeschön für die Gifted Subs. Mr. Anonymous. Ähm... Halbertsen will einen Blick auf die Creme werfen. Ja, aber da war ich doch gerade. Oder muss ich die nochmal hier rausholen, oder was? Oh, okay. Also mit der Kamera käme ich leicht zurecht. Soll ich etwas fotografieren? Die beiden von der Schülerzeitung haben vergessen, sich um eine Aufnahme des Geländes zu kümmern, wo demnächst eine Bunkeranlage abgerissen wird. Den Artikel dazu gibt es längst. Er warnt, die Schüler sich dort herumzutreiben. Könntest du ein Foto schießen? Das Areal heißt Hageforst Süd. Ich werde mein Bestes geben. Ein Auftrag für die Schülerzeitung. Und das ist erst der Anfang. Da geht meine Karriere richtig steil, weil ich ein Foto für die Schülerzeitung geschossen habe. So, Achtung. Ach, nur er kann da hin. Na, okay. Bunkergelände. Na nun. Oh, nee. Was machen Sie denn hier? Junge, bin ich erschrocken. Mein Name ist Fislav Profitlich. Ich bin Professor für Kryptozoologie und betreibe Feldforschung. Vielleicht kennst du mein Buch Kryptidendämmerung. Nein, das ist mir nicht geläufig. Also, wenn ich jetzt eine Person nennen müsste, die ich jetzt am wenigsten auf diesem Gelände treffen wollte, dann wäre es, glaube ich, derjenige gewesen. Wenn es einen Wehrwolf gibt, dann da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem hier auf das Gelände will. Nein, du mein Junge. Auf dem Gelände ist es nicht sicher. Hör auf einen alten Mann. Ich muss noch ein Foto machen. So, dann will ich mal meinen Job erledigen. Im Namen der Wissenschaft, tu das nicht. Es könnte meine Feldstudie ruinieren. Ja, ruinieren? Meinetwegen. Ich kann auch später wiederkommen. Okay. Ich glaube, mit wem er sich gut verstanden hätte, wäre im Fall von dem Feuerteufel, dieser Mann mit dem Umhang, der da immer überall aufgetaucht ist. Ich glaube, die zwei hatten eine richtig gute Zeit. Professor, hat sich was getan? Nein. Sind Sie Sensationsjäger? Warum gehen Sie nicht näher ran? Ist Ihr Buch der Fachwelt bekannt? Werden Sie nicht oft für einen Spinner gehalten? Was für eine Feldstudie betreiben Sie? Werden Sie nicht oft für einen Spinner gehalten? Das ging allen großen Menschen so. Ich bin eben anders, bitteschön. Der Erfolg wird mir Recht geben. Zeitung, Fernsehen, Foren, alle werden sich um mich reißen. Ein schöner und für ein verkanntes Genie. Ah, 2004. 2004 war die Forenzeit. Das stimmt. Ich war sehr aktiv in Foren. Ja, doch. So ab 2006. Das Rocket Beans Forum wird sich um mich reißen. Professor, hat sich was getan? Nein. Sind Sie Sensationsjäger? Ich bin keiner dieser Spinner. Die haben Loch Ness rocken und sich nach drei Flaschen Whisky einbilden, Nessie gesehen zu haben. Wenn überhaupt, gibt es zuverlässigere Quellen, die auf die Existenz von Seeungeheuern hinweisen. Bitteschön. Ich weiß, wenn die Methoden stimmen, hält sogar die Wissenschaft so manche Sensation bereit. Drei Flaschen. Professor, hat sich was getan? Nein. Warum gehen Sie nicht näher ran? Würde ich ja. Aber das ist gefährlich. Immerhin ist das ein altes, altes Bunkergelände. Oh, richtig. Darüber berichtet ja sogar unsere Schülerzeitung. Wenn die Schülerzeitung drüber berichtet, dann müssen wir es mit Ernst. Professor, hat sich was getan? Nein. Ist die Bucht der Fachwelt bekannt? Ich zitiere. Vor Wieslaw Profitlichs jüngstem Werk, Kryptidendämmerung, sollte sich kein Kryptozoologe verschließen, der auch sonst seinen Blick über den Tellerrand der charismatischen Megafauna zu werfen pflegt. Das Buch ist im Feeling Verlag erschienen. Oh, bei Feeling hat mein Vater auch schon etwas veröffentlicht. Und er ist Professor für Mathe und Physik. Mhm. Okay. Werden Sie nicht oft was für eine Feldstudie betreiben Sie? Es geht um den schwarzen Hund. Carnis Diabolus. Er wird 1,20 bis 1,50 groß. Kommt meist aus dem Nebel. Eine Theorie besagt, er begleite einsame Reisende, um sie zu schützen. Eine andere behauptet, wer ihn sieht, sei des Todes. Aber glaube, ich lebe noch, obwohl ich bereits ein Exemplar gesehen habe. Hier. Was? Tatsächlich? Oh, scheiße. Das würde ich auch gern. Ähm. Nein. Jetzt müssen wir warten, bis er weg ist, oder wie? Mit keinem anderen können wir hin. Oder doch? Nee. Kannst nicht klicken. Jetzt kann nur Karl hin. Hm. Vielleicht sagen, dass da ein Verrückter ist und wir nichts machen können. Kann ich auch was für die Schüler? Das musst du... Hm. Wenn du im Gefängnis wärst... Ah, jetzt komm. Was ist denn mit ihrer Frage? Okay. Warum liegt der Fall gerade jetzt auf deinem Tisch? Was ist an dem Fall Hebner so... Es geht... Ja, die haben wir auch alle. Können wir jetzt mit den anderen vielleicht noch mal ziehen? Wenn man da wieder ausgeworfen ist. Sag mal, Tim. Was ist denn los mit dir, dass du dich dauernd hier herumdrückst und ein Gesicht ziehst? Okay. Nun mal raus mit der Sprache. Es geht um diesen Hebner. Was ist das für einer? Wie sieht er überhaupt aus? Bodo Hebner, 35 Jahre alt, 1,90 Meter groß, breitschulkliger, seniger Typ, schwarze Haare, trimmt gerne seinen Bart, besonderes Kennzeichen, ein Kinngrüppchen sowie eine tätowierte Schlange am Nackenansatz. So eine Führung ist vorbildlich und so weiter und so weiter. Sieh mal in die Ablage. Da muss ein Foto liegen. Und jetzt entschuldige. Wie er wirklich hinzu und kurz in die Ablage gucken lässt. So. Wo ist nun das Foto von diesem Knacki? Hm. Sehr gefährlich. Sieht Hebner wirklich nicht aus. Und die Frau da? Und dann auch noch der lila. Und ist das seine Mutter? Herr Glockner? Nein, das ist eine Zollin gewesen, Frau Michels. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch lebt. Naja, die alte Dame war zum Zeitpunkt des Überfalls in der Bank und hatte Bodo Hebner ohne Maske gesehen. Ich erinnere mich an die Gegenüberstellung. Sie lief völlig aus dem Ruder, weil die Dame Hebner am liebsten übers Knick gelegt hätte. Ja, ich sehe schon. Trotzdem, ich würde dem Kerl nicht über den Weg trauen. Rentnerzeichen auf Dinge, ja. Könnte auch in der Zeitung sein. Weiß Gabi überhaupt, was im Klaster auf sie zukommt? Wow. Hui. Was ist, wenn dieser Hebner Gabi etwas antut? Das ist, wenn du so auf der Tastatur versehentlich Caps Lock machst. Weiß Gabi überhaupt, was im Klaster auf sie zukommt? So stelle ich es mir vor. Ein versehentlich Caps Lock schreibst. Weiß Gabi? Hör mal, Tim. Dein Einsatz in allen Ehren. Aber du nimmst doch nicht an, ich würde meine eigene Tochter einem Risiko aussetzen. Das ist wohl Ansichtssache. Was? Alter, also Tim ist in diesem Teil irgendwie schon, ich weiß nicht. Oh Mann, oh Mann. Die Heirat ist durch, ja. Was ist, wenn dieser Hebner Gabi etwas antut? Tim, das bezweifle ich. Gabi ist meine Freundin. Ich will nicht, dass sie etwas geschieht. Ja, aber seine Tochter. Also, Tim. Ach. Okay, guck mal, Momikai. Brüten Sie über den Fall Hebner? Ist es schwer, jemanden zum Singen zu bringen? Verbrecher fangen aus unterschiedlichen Gründen. Ach so, das hatten wir schon. Was ist, wenn sie sich in Hebner verliebt? Ja, dass das jetzt nicht als Frageoption war, das fehlt mir eigentlich noch. Müssen Sie die Aktenberge ganz alleine bewältigen? Haben Sie viele Kontakte ins Gefängnis? Das bringt der Dienst mit sich. Du glaubst gar nicht, wie viele Strafgefangene einsitzen, weil ich ihnen auf die Schliche gekommen bin. Einige begegnen mir mit Respekt und geben bei Bedarf freiwillig Auskunft. Andere wollen sich rächen oder verachten mich. Das hält sich die Waage. Mann, sie haben echt gelernt, mit vielen Feinden zu leben. Ja, der Fall ist noch nicht so 100% klar. Müssen Sie die Aktenberge ganz alleine bewältigen? Hier hat jeder sein Kreuz zu tragen. Dabei stehen noch dringende Außentermine an. Schrecklich, wie Schularbeiten, die nie aufhören. Ich bin mehr denn je entschlossen, dich ins Gefängnis mitzunehmen. Allerdings warte ich noch auf einen Rückruf, ob eine Genehmigung vorliegt, dass meine Tochter mitkommt. Wir werden Heptener wahrscheinlich direkt in seiner Zelle aufsuchen. In der JVA Hollergrund. Super, ich bin dabei. Ja. Darum ging es ja auch die ganze Zeit, dass du dabei bist. Was hat dieser Heptener genau? Hat auch keiner was dagegen, wenn ich? Ist der Mann im Knast gefährlich? Was ist an dem Fall, Heptener? Warum liegt der Fall gerade jetzt auf deinem Tür? Ja, das ist immer alles. Okay, nochmal kurz. wie auch überall helllichter Tag ist und hier ist dann irgendwie dunkel und nebel. Was für eine Feldstudie was missgeht. So nicht. Kommissar Glockner will Gaby als Lockvogel benutzen. Hä? Habt ihr das auch so verstanden? Wo hat der das denn gesagt? Okay, kann Tim das zulassen? Tja, er hat es angedeutet. Eine Finte soll es sein mit dem Interview, das Gaby machen soll. Okay, das hab ich gar nicht so verstanden. Na gut. Kann Tim das zulassen? Ach, wahrscheinlich jetzt nochmal mit Tim zu ihr. Bist du sauer, Tim? Geht so. Ich kapiere nicht, wieso ausgerechnet dein Vater dich in Gefahr bringt. Am liebsten würde ich mitkommen. ins Gefängnis? Ne, das hat man jetzt auch schon. Ach! Schau an, da ist doch das Gefängnis jetzt. Die JVA-Hollergrund. Niemand zu sehen. Und doch habe ich das Gefühl, als würden mich tausend Augen beobachten. Da hat jetzt hier auch nichts gefunden, oder? Sehe ich hier was nicht. Tja, mal gucken. Mistwetter. Da hocke ich lieber drin und freue mich, dass ich die Welt außen vor lassen kann, ohne durch Gitterstäbe zu gucken. Äh. Die Justizvollzugsanstalt. Hä? Was war denn das? Okay. Oh, nichts. Die Villa meiner Alten gegen unser Adlernest im Internat einzutauschen, ist eine Sache. Aber hier zu landen? Nee. Ja, Karl ist vielleicht allergisch gegen Kriminalität. Äh. Okay, ich kann gar nichts machen. Muss ich erst den Vater irgendwie auffordern, dass wir jetzt mal losgehen oder so? Geht's los? Ich habe noch keine Rückmeldung. Bitte lass mich in Ruhe meinen Rückstand aufarbeiten. Ich sage dir schon, wenn es ernst wirkt. Okay, wow. Wir haben überall Sachen, wo wir nur warten müssen. Professor, hat sich was getan? Nein. Ähm. Kann Tim das zulassen? Ich muss hier noch irgendwas mitnehmen oder so. Überlege ich. Wir müssen da den nächsten Zeitsprung erreichen. Warum wollte denn die Frau Müller Sollte das neue Layout nicht ähm. Wenn man bedenkt, wie viele miese Ratten Nee. Wenn du im Gefängnis wärst. Hm. Vielleicht noch mal mit dem hier zum Vorderl. Brüten Sie über dem Ist es schwer, jemanden zum Biste Verbrecher? Ich hier irgendwie so pass. Ein Rohrpostgebläse, viele Wei. Dann nochmal mit Willi. Müssen Sie die Aktenberge ganz haben Sie viele Kontakte ins Gefängnis? Auch schlägt. Ähm. Mit Tim haben wir jetzt also, die scheinen auch nicht das beste Verhältnis zu haben irgendwie mit dem Vater hier. Du schon wieder? Wie oft soll ich dir noch versichern, dass ich Gabi hüte wie meinen Augapfel? Aber Sie benutzen sie als Lockvogel. Ich dachte immer, Ihnen würde die Familie über die Karriere gehen. Sie sind doch sonst ein Vorbild an Gerechtigkeit. Tim, das muss aufhören. Meine Entscheidung ist gefallen. Du bist saftet. Oh, ausgegraut. Wir sind gesperrt fürs Polizeirevier. Na gut. Das mussten wir erst mal schaffen. Erzählte Grundstimmen. Geht's los? Ich habe noch keine Rückmeldung. Bitte lass mich in Ruhe um einen Rückstand aufarbeiten. Darf ich den mitbringen? Professor, hat sich was getan? Geht doch weg! Nein! Was machen wir denn jetzt mit Tim? Vielleicht erzählt der Gabi davon? Ich bin gesperrt. Ich darf nicht mehr zu deinem Vater. Bist du sauer, Tim? Na, nee. Hm. ins Buch schauen. Welches Buch? Das hier unten? Vielleicht ist der da. Ach ja, stimmt. Wir könnten nochmal in den Horrorladen gucken, ob da sich was verändert hat. wie macht sich denn haben sie finanziell gut? Gerade das Notizbuch? Ja, ich guck nochmal. Ja, ich guck nochmal. Upsala. Tim hat den Bogen überspannt und muss Kommissar Glocken in Ruhe lassen. Ja, das haben wir mitbekommen. Nee, wir haben noch kein Foto gemacht. Dafür muss erst dieser komische Typ was geschieht in Wer war Der ist halt immer noch da. Flößchen nochmal aufs Revier. Herrgott, was ist denn mit diesem dämlichen Schrank los? Tim muss sie ja ganz schön auf die Palme gebracht haben. Auf diese Knastgeschichte ist der nicht gut zu sprechen, was? Du sagst es. Dabei habe ich eurem Häuptling extra ein Bild des Sträflings gezeigt. Häppner ist im Grunde harmlos. Sie ist dir selbst an. Also, dieser Kommissar Glockner und das Thema Datenschutz ist das. Meinen Sie dieses Foto im Hefter? Hm. Ah, Häppner und diese alte Dame. Kommissar Glockner, wissen Sie, ob die Frau auf dem Foto noch lebt? Als Tim fragte, war ich mir nicht sicher. Aber ein Kollege meinte gerade, Martha Michelski ist gut. Sie leitet eine kleine Katzenpension am Ollenhauerweg Das wollen wir ihr gönnen nach der vielen Aufregung damals. Sicher. Und was ist nun eigentlich mit meinem Fragebogen, Herr Glockner? Ich kann ihn nirgends entdecken. Ich höre immer nur Schokolade hier, Schokolade da. Ich sage dir das gleiche, was ich Tim gesagt habe. Halte dich ab sofort von meinem Arbeitsplatz fern. Und nun geh. Oh, oh, sind wir auch gesperrt? Ui. Okay, das ist auf jeden Fall die Folge, wo wir uns am meisten mit dem Vater verscheißen. Katzenpension. Unglaublich, dass die alte Schachtel noch lebt. Wahrscheinlich ist sie auf Vertreter schlecht zu sprechen. Da werde ich das Thema Schokolade schön sein lassen. Okay, sie hat nichts gemacht und ist schon eine alte Schachtel. Unglaublich, dass sie noch lebt. Ach du meine Güte. Ich bin Willi Sauerlich. Ach du meine Güte. Klösschen. Von TKKG. Deine Freunde heißen Tim, eigentlich Peter Karsten, Karl Vierstein und Gabriele Glockner. Okay, sie ist ein Elite-Fan. Du isst ständig Schokolade und nervst alle damit. In deinen Taschen hast du ein paar unverschämt leckere Kalorienbomben versteckt. Wohl bekommst. Boah, stimmt alles. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ui, ei, 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 ei. Ähm. Ja, gut. Er hat schon ein bisschen ausgeteilt mit alten Schachteln und liebste noch, aber er hat ordentlich zurückgekriegt. Waren Sie mal selber bei der Polizei? Wie haben Sie damals den Banküberfall erlebt? Hast du etwas Zeit mitgebracht? Dann will ich es dir erzählen. Nur zu. Es war im Frühjahr 2002. Der Euro hatte gerade die D-Mark abgelöst. Die Pfundner Bank war entschlossen, die Kassierer schleunigst durch Geldautomaten zu ersetzen. Darum hatte jeder Kunde viele Fragen und das Anstehen dauerte seine Zeit. Also stand ich in der Schlange und sah zu, wie eine junge Mutter mit ihrem Kind schäkerte. Plötzlich tauchte ein maskierter Mann auf. Niemand hat ihn bekommen hören. Ein Bankräuber. Mir wurde ganz anders. Hände hoch, das ist ein Überfall. Alle auf dem Boden, sagte der Kerl. Und von der Kassiererin verlangte er, dass sie ihm alles Geld gab, was in Reichweite lag. Nun bin ich ja nicht mehr die Jüngste und deutete bloß eine Kniebeuge an. Dabei bemerkte ich zwei Umstände. Erstens, der Typ hatte keinen Komplizen und somit keine Deckung. Zweitens, er trug Fahrradklammern an der Hose. Ich konnte nur hoffen, dass die Kassiererin schlau genug war, unbemerkt Alarm zu schlagen. Und da kam die Polizei schon. Der Bankräuber stand unschlüssig da, seine Beute unterm Arm, die Waffe gesenkt. Ich dachte an das arme Baby, also schlug ich dem Gauner die Waffe aus der Hand, wobei die Maske verrutschte. Plötzlich stand ich Häppner Auge in Auge gegenüber. Sein Groll war unverkennbar. Mir wurde ganz flau. Er packte mich. Wahrscheinlich rechnete er sich bessere Chancen aus, wenn er mich als Geiseln nahm. Ich weiß noch, dass ich so etwas sagte wie Mach dich doch nicht unglücklich, Junge. Billig, aber wahr. Er sah zu, dass er aus der Tür kam, ohne mich. Puh, Glück gehabt. Dann traf Kommissar Glockner ein. Ich erzählte ihm, was geschehen war. Der Mann auf dem Fahrrad, er ist es gewesen. Und damit begann die Fahndung. In deren Verlauf verlor man Heppner immer wieder aus den Augen. Es war Berufsverkehr und eine unangemeldete Demonstration versperrte die Innenstadt. Keine Ahnung, wo Heppner sich herumgetrieben hat, bevor man ihn dann doch noch stellte. Von der Beute fehlte hinterher jede Spur. Wenigstens konnte ich ihn einwandfrei identifizieren. Darum sitzt er jetzt ein. Mann, das hätte alles furchtbar in die Hose gehen können, Frau Michels. Ich würde niemandem empfehlen, in einer solchen Situation zu handeln, wie ich es tat. Ich habe in dem Augenblick einfach nicht an mich gedacht. Ich wollte vermeiden, dass es zu einer Schießerei kommt. Schon wegen des Babys. Ja, aber man, also, ein bisschen realistisch finde ich das auch. Da war die Ampel rot und dann war da ja noch eine Demo und dann, naja, da war der Bankräuber da halt weg. Okay. Alles, was die Katze braucht. Achso, Pension, ja, okay. Ja, da gehen wir doch mal hier mit unserer Tierliebhaberin hin. Oh weh, Oskar. Oskar schon wieder? Hoffentlich ist das eine gute Idee, dich damit hineinzunehmen. Bleib auf jeden Fall hinter mir, hörst du? Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt den Hund in die Katzenpension mitnehmen werde. Oskar, wirst du wohl? Entschuldigung, Frau Michels. Gabi Glockner, Vater Kommissar Emil Glockner, 43 Jahre alt. Mutter Margot, verkauft Lebensmittel. Dich nennt man die Pfote, weil du allen... Weil ich allen Hunden die Pfote gebe. Tja, bei Katzen bin ich überfragt. Die ist ja... Also, ich würde schon eigentlich gerne sie austauschen gegen Tim. Also, ich finde ich eigentlich bei TKKG ein bisschen besser aufgehoben, so was ich so sehe. Haben Sie mal ein Gefängnis von innen gesehen? Wie viel hat Heppner damals erbeutet? Es ging um sage und schreibe. Bitte bring Oskar raus, er macht mir alle Katzen scheu. Ja, sorry, wir sind schon weg. Ich hätte den auch synchronisieren können. Katzenpension Michels. Nachdem mich Herr Glockner mehr oder weniger vor die Tür gesetzt hat, werde ich hier hoffentlich auf mehr Verständnis stoßen. Guten Tag, mein Name ist Tim. Grüß dich, Tim. Ich sehe ja gar keine Katze. Kombiniere, dich führt etwas anderes zu mir. Richtig. Ich habe von diesem schlimmen Banküberfall erfahren, bei dem Sie damals Opfer waren. Meine Freunde und ich kennen nämlich Kommissar Glockner. Zudem hat sie aber nicht so viele Fakten. Hat ihn Heppner gedroht, sich zu rächen? Wie haben Sie sich nach dem Banküberfall gefühlt? Also, ich habe mich keinesfalls wie ein Mäuschen verkrochen. Ich glaube, dieser Heppner hatte mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Sie müssen viel Courage haben. Ey, ist cool. Stimmt, denn nur eine Straße weiter bringt man die zur Pension. Frau Michels? Ich bin Karl von TKKG. Ja, TKKG sind mir bekannt. Ich liebe Kriminalfälle, musst du wissen. Und wo einer von euch Detektiven in Space steckt, ist der andere nicht weit. Genau. Wir grübeln zur Zeit über Heppners Bankraub nach. Wo könnte Bodo Heppner seine Beute versteckt haben? Ach, das wüsste ich auch gern. Wir sind wohl einer Meinung, dass sich das Geld auf der Flucht ganz sicher nicht in Luft auflöste. Aber kaum hatte Glockner ihn gestellt, meinte Heppner, die Kohle sei ihm vom Gepäckträger gefallen. Ein Drahtesel als Fluchtfahrzeug. Eigentlich clever. So umfuhr er jeden Stau. Mit Gabi können wir da gar nichts fragen. Das ist zu blöd mit dem Hund. Waren Sie mal selber bei der Polizei? Hatten Sie damals nicht furchtbare Ange? Waren Sie mal selber bei der Polizei? Gott behüte, nein. Die Beamten geben sich größte Mühe. Aber was hilft das schon bei der Engstirnigkeit, mit der sie ihrem Beruf nachgehen? Ich war in der Erwachsenenbildung tätig und habe an Alphabeten das Lesen und Schreiben beigebracht. Mich hat immer gewundert, wie viele Leute durchs Leben kommen, ohne dass man ihnen diese Schwäche anmerkt. Hatte ich jetzt noch irgendwas mal freizukommen? Wo könnte Bodo Heppner, meinen Sie Heppner hatte einen Komplizen? Also ich an seiner Stelle hätte er einen gehabt, um auf der Flucht meine Beute zu übergeben und dann unterzutauchen. Ich glaube, da ist etwas schief gegangen und Heppner musste spontan umdenken. Was ihm nur insofern nützte, als dass er die Beute vielleicht selber verstecken konnte. Das wäre eine Theorie. Oh Mann, ich will die mit dem TKG-Team haben. Also ich wüsste, also ich war die Kompli... Ich wüsste genau, wie ich das gemacht hätte. Es wäre lustig, wenn das wirklich die Komplizen wäre am Ende. Hat ihn Heppner gedroht, sich zu rächen? Wie haben Sie sich nach dem Bank... Hat ihn Heppner gedroht, sich zu rächen? Nein, das hat er nicht. Gott bewahre. Er meinte bei seiner Verhandlung, dass alles tue ihm unendlich leid. Ich glaube nicht, dass ich persönlich etwas zu befürchten habe. Ich an Ihrer Stelle wäre da vorsichtiger. Sie ist aber auch All-in-Katze gegangen. Also die ganzen Bilder hier. Mäuse-Spielzeuge. Katzenkorb. Aber ist das bei einer Katzenpension dann auch wirklich so, dass die dann da alle frei laufen? Irgendwie habe ich mir das nicht so vorgestellt. Ja, wie in Tierheimen, dass dann dann so wie so einzelne Bereiche sind und da sind dann immer so eine drin oder zwei, oder? Also die verstehen sich doch nicht alle miteinander. Katzenexperten im Chat? Das ist keine Pension, das ist nur eine weirde Katzenlady. Es sind einige Katzen im Chat. Geht schon mehrere. Ja, aber das ist, also in der Pension sind das dann doch auch lauter Fremde. Du kannst ja nicht jede fremde Katze zu zehn anderen stecken, oder? Katzenpensionen gibt es mit Gruppen und Einzelhaltung, je nach Bedürfnis. Ja, genau, so hatte ich mir es auch gedacht. Aber vielleicht sehen wir jetzt hier nur den Bereich, wo diejenigen sind, die man auch mit anderen zusammenhalten können und dann hat sie doch so einen Bereich, wo die Einzelkatzen sind oder so. Katzencafés, ja, vielleicht könnte sie das auch verbinden. Sind doch so ein Kaffee aufmacht. Ich will auch gerne mal in so ein Katzencafé, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft. So. Ich glaube, die würden mich mögen im Katzencafé, weil ich fast die nicht so fordern. Ich gucke die eher nur an, die Katzen. Aber ich habe zu oft billig gekratzt worden, als dass ich die einfach so streicheln würde. Aha, so. Ja, Profitlich. Professor, sind Sie das? Das ist mir nicht geheuer. Ich sollte mein Fett schießen und machen, dass ich wegkomme. was dumm ist, wenn man sie nicht anfasst, dann finden sie einen umso besser und dann kommen sie noch mehr zu einem an. Wollen sie mal auf den Schoß sitzen? Wie? Wir haben doch gerade die ganze Zeit gewartet, dass der mal weg ist. Jetzt lass uns doch mal ein Bild machen. Hey, was ist das? What? Ein Hund. Ein sehr großer Hund. Der kann ich Diabolus. Ich weiß es nicht. Wo ist der hin? Ich Idiot. Warum habe ich kein Foto gemacht? Das war doch der Schwach zu Ruf. Ja, das war jetzt entweder David oder dieser komische Mann. Prima. Bitte setz es doch gleich in den Artikel ein. Noch ist Platz für Gabys Interview. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es rechtzeitig schafft. Bestimmt wird sich ein Ersatzartikel finden lassen. Mit Sicherheit. So. Okay, wie machen wir das jetzt? Zack. hinein damit. Na, wer sagt's denn? Endlich stammt in der Schülerzeitung mal etwas von mir. Schade, dass ich zu früh abgedrückt hab. Sonst wird die Überschrift jetzt lauten legendärer schwarzer Hund gesichtet. Hm. Sucht Albertsen nicht nach einem Ersatz für Gabis Artikel? Dann brauche ich die Kamera und Flashcard eventuell noch. Ja, die nehmen wir wieder schön mit. So, zack. Ich muss zusehen, dass Albertsen mir eine Chance gibt. Kann ich nicht den Ersatz Artikel schreiben? Du meinst falls Gabi zu lange braucht? Ich kann dir nichts versprechen, aber wenn du eine Idee hast? Sich im Schreiben zu üben kann nie verkehrt sein. Allerdings brauche ich die Kamera noch ein Waldchen. Bildmaterial. Kennen Sie die Legende vom schwarzen Hund? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kennen Sie die Legende vom schwarzen Hund? Ich war mal in einem Pub einer Kneipe namens The Black Dog in einem englischen Kaff Da zeigte mir der Wirt stolz einen seltsamen Schädel Er habe dem schwarzen Hund gehört der dort einst sein Unwesen trieb Glaub mir die Engländer haben es mit ihren Spuk gestalten Es gibt für alles eine wissenschaftliche Erklärung Okay Kann er jetzt nicht nochmal reinkriegen Ob das der Hund war Ob ich nicht doch mal ein paar Schritte Nein das ist mir zu riskant Och geil Ich gehe da mal wieder Okay Herr Albertsen glaubt nicht dass Gabi ihr Interview schafft Darum erlaubt er Karl an eine eigene Story zu arbeiten Ja Ja gut Wir kommen nicht weiter wenn er sich nicht traut da hin zu gehen Oder vielleicht fragt er hier nach Warte mal Nee Ich wollte zum Horror Laden Hallo Herr Bering Hallo Professor Dein Professor steht hier schon seit einer Ewigkeit und sucht eine Verkleidung Von einem schwarzen Dann waren Sie gar nicht auf dem Gelände um mich hinters Licht zu führen Herr Professor Ich habe den Carnis Diabolus gesehen Joa da ist Begeisterung zu spüren Wie können Sie nur so ruhig bleiben Ja Warum Bitte sehr Sollte sich der schwarze Hund einem hektischen Teenager zeigen Böses Omen Ein Fluch Ja Möglicherweise Lastet nun der Fluch des Todes Auf Dir Aber Sie haben ihn doch auch schon gesehen Er hatte dichtes schwarzes Fell und war echt groß Da hinten denkt sie aber was ist da mit den Leuten in der Stadt los Woher beziehen Sie haben Sie ein besonderes Du Mann Da wurde ordentlich Ali Spirali getankt Also das ist doch irgendwie komisch Das ist doch irgendwie komisch Okay Ich fette Die Natur hat sich das Bunker Gelände längst zurückerobert Zumindest alles was über der Erde liegt Aha Oh ist das vielleicht das Endspiel oder so Irgendes im Bunker Ich kann näher uns Ich würde doch so langsam gerne mal hier ins Gefängnis mit dem Interview mal anfangen Oskar Ähm Geht's los? Ich habe noch keine Rückmeldung Bitte lass mich in Ruhe meinen Rückstand aufarbeiten Ich sage dir schon wenn es ernst wirkt Ja bisher keine Minispiele Salamanderle wartet nämlich schon Aber Viertel haben wir Tja Versuche ich es vielleicht doch mal wie schön Haben Sie mal ein Gefängnis von innen gesehen? Wie viel hat Heppner damals erbeutet? Haben Sie mal ein Gefängnis von innen gesehen? Üb immer Treu und Redlichkeit hat schon meine Mutter gesagt Obwohl ich Tausende von Krimis gelesen habe war ich selber noch nie im Kitchen Nicht mal zu Besuch Hey Oskar kehrt bald Ruhe ein Ja eigentlich schon Wie auch immer die Musik so plötzlich ausgeht Das ist ein bisschen weird hier in der Szene Ja Karl und Gabi Das stimmt Die sollten vielleicht noch mal miteinander reden wie in der Schülerzeitung Ist die Sache mit der Kryptozoologie nicht unglaublich spannend? Kann ja gut sein dass du ein wildes Tier gesehen hast Aber wohl kaum eins das die Wissenschaft nicht schon kennt Aber der Professor hatte recht Da treibt sich etwas im Hageforst Süd herum Du Klößchen und Tim Ihr könnt euch ruhig selbst davon überzeugen Ja Klang jetzt nicht so ganz begeistert Aber jetzt können die anderen wahrscheinlich auch dahin ne Ja Okay So jetzt Ich kann nirgendwo was entdecken Dieses Genug zu betreten erfordert viel Mut und noch mehr Dummheit Ich dachte Tim wäre jetzt der Erste den wir drauf schicken können Aber nein Okay Wenn Karl Vierstein sagt er hat was gesehen Dann hat er auch was gesehen fällt mir im Traum nicht ein das Gelände zu betreten ist Wenn wenn wir mit Gabi hin kommen oder der Hund läuft da rein oder so Oskar! Nein! Bleib da weg! Wer weiß, was da alles herumliegt. Und wenn sich hier wirklich so ein fieser Köter herumtreibt, lassen wir uns von dem ganz bestimmt nicht Pfötchen geben. Du hast recht. Was für dich gilt, gilt auch für mich. Nee, nichts zu machen. Ich möchte jetzt mal ein Interview führen. Oskar! So, jetzt los, Papi. Ja, ich werde meiner Tochter gleich Bescheid geben. Aha. Mach ich. Ja, bin ich mir ganz sicher. Bis dann. Gibt es Neuigkeiten? Ah, Gabi, es ist soweit. Hebner erwartet uns. Ich muss noch kurz was erledigen. Wir treffen uns dann vor der JVA-Hollergrund. Und denk an den Oskar. Bis gleich, Papi! Aber in der anderen Teil hat er nicht so eine nervige, nervige Bellstimme gehabt. Hier bin ich, Gabi! Kommst du? Ja, Papi. Bei Fuß! Was denn? Du hast Oskar dabei? Ich sollte mich doch um ihn kümmern. Damit meinte ich, dass du ihn zu Hause löst. Ach so. Na egal. Es wird sich schon eine Lösung finden. Der hat ein bisschen komische Pfoten. Okay. Tja, Gabi, Hunde sind bei Besuchen nicht erlaubt. Du musst Oskar hier lassen. Aber Papi! Dort ist es furchtbar eng! Gabi! 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 Geh ihn in den Knast mit ihm! Oh! Verzeih mir, Oskar. Ich bin ja bald wieder da. Können wir dann, Kommissar Glockner? Wir sind bereit. Dass sie ihn nicht einfach ins Zimmer tun können. Eieiei! Ja gut, das nervt natürlich gar nicht. Armer Oskar! Du hast ihn ja bald wieder, Mädchen. Ich sehe gar keine Gefangenen auf den Fluren. Ich dachte, tagsüber dürfen sie ihre Zellen verlassen. Das sind Sicherheitsvorkehrungen, die extra unseretwegen getroffen wurden. Schließlich ist es ungewöhnlich, einen Gefangenen in seiner Zelle zu besuchen. Hepner sitzt noch immer in Zelle 13. Bitte folgen Sie mir. Warum hat sie den nicht nach Hause gebracht? Das ist ja furchtbar. Sind Sie beide bereit? Moment noch. Oh Gott. Gabi, stell Hepner deine Fragen. Er darf nicht abgewöhnisch werden. Sprich ihn gegen Ende möglichst geschickt auf die Beute an. Ich werde mir Mühe geben. Von mir aus kann es losgehen. Hepner? Zurücktreten. Du hast Besuch. Also, wo haben sie denn... Hallo Bodo. Darf ich vorstellen? Die Beute versteckt. Das ist meine Tochter Gabi. Sie arbeitet an einem Schulprojekt zum Thema Gefängnis. Und hat mich gebeten, Kontakt zu einem Insassen herzustellen. Ah, das angekündigte Interview. Das ist doch mal was anderes, Glockner. Willkommen, Gabi. Ich würde dir ja gerne einen alkoholfreien Cocktail anbieten, aber ich glaube, die Bar hat geschlossen. Hi. Ja. Ähm. Also, ich denke, ich schieße mal einfach los. Und danach würde ich mich noch gerne in ihrer Zelle umsehen. Ich bin behilflich, wo ich nur kann. Also, wenn jetzt eine Frage davon ist, wo hast du das Geld versteckt? Bekommen sie oft Besuch? Haben sie irgendwelchen Kontakt zur Außenwelt? Hatten sie niemals den Wunsch, auszubrechen? Wie stehen sie zu ihrer Tat? Wie kommen sie mit den Vollzugsbeamten klar? Bekommen sie oft Besuch? Nein, ich habe keine Mieze, die da draußen auf mich wartet. Und dann diese Bürokratie. Für Besuch muss ein Vormelder ausgefüllt werden. Und dann tritt der Wisch eine Reise an. Zum Gruppenbetreuer, zum Gruppenleiter, zum Vollzugsdienstleiter, zum Teilanstaltsleiter. Dein Besuch ist ein echtes Privileg. Er hat also keine Mieze. Haben Sie irgendwelchen Kontakt zur Außenwelt? War das jetzt ein Codewort für die Katzenlady? Das ist eine Frage. Keinen persönlichen. Aber ich habe das Recht zu schreiben und Schreiben zu empfangen. Ab und zu wende ich mich an Buchantiquariat und bitte um Spenden. Hier wird viel gelesen. Und ich mache mich in der Ausleihe nützlich. Zum Dank bekomme ich ab und zu einen Brühmann oder eine Bombe. Er meint ein Käffchen beziehungsweise ein ganzes Glas Pulverkaffee. Gut, er ist ein bisschen witzig. Hatten Sie niemals den Wunsch auszubrechen? Wie stehen Sie zu Ihrer Tat? Wie kommen Sie mit den Vollzugsbeamten klar? Hatten Sie niemals den Wunsch auszubrechen? Ich werde mich hüten, einen Fisch zu machen. Dann gibt es nur Nachschlag. Nein, ich bleibe so sauber wie die frische Wäsche am Weißtag. Irgendwann lässt man mich schon wieder raus. Bei guter Führung kommt er eventuell in den offenen Vollzug. Das ist schon eine Gangstersprache, die er drauf hat, ne? Ich will ja nicht den Fisch machen, jo, Meister. Wie kommen Sie mit den Vollzugsbeamten klar? Wenn bei den Wachteln Wetterwechsel angesagt ist, gibt es manchmal eine Inspektion auf der Hütte. Aus Schikane. Aber was soll man machen? Die Lebenskontrolle dagegen muss sein. Bei all den armen Schweinen. Er meint, bei Schichtwechsel hängt es oft von dem jeweiligen Beamten ab. Ob es zu einer genauen Untersuchung der Zelle kommt. Bei einer Lebenskontrolle wird regelmäßig nachgesehen, ob, tja, sich auch keiner was angetan hat. Wie man jeden alles übersetzen muss hier. Türkische Führerate an den gängechten Gangster Florentin Will. Wir übersetzen hier gerade Gefangene-Slang in ähm Normaldeutsch, sag ich mal. Ach du meine Güte. Wenn die Wachteln wieder... Wie stehen Sie zu Ihrer Tat? Ich bereue Sie zutiefst. Des schnöden Mammons wegen das Leben anderer bedrohen. Wie soll ich das je gut machen? Am besten ab in die Schatulle zum Rundlauf. Lebenslang in Einzelhaft? Nun, so weit ist es ja nicht gekommen. Okay, so, jetzt bin ich gespannt. Die letzte Frage sollte subtil danach fragen, wo die Beute ist. Was meint ihr? Wird die Frage jetzt sein, wo ist dir die Beute vom Feuert gefallen? Ich hab so ein bisschen die Befü- Ähm Ich Ich sag jetzt mal Die Frage wird nicht so subtil sein Wie man jetzt denkt Achtung Freuen Sie sich auf Ihr neues Leben in Saus und Braus? Ja Mal gucken, ob noch eine Frage kommt. Wenn ich rauskomme, lasse ich alles hinter mir. Eine Strandbar auf einer netten Insel, umgeben vom Blauen Meer. Aber, äh, das ist bei meiner Finanzlage natürlich drin. Netter Versuch, Herr Kommissar. Hiermit ist das Interview beendet. Gehen Sie freiwillig oder muss ich erst meine Bodyguards rufen? Wie du meinst, Bodo. Aber welches Bild wird nun meine Tochter von dir vermitteln? Sie schreibt für die Schülerzeitung. Denk mal da so nach. Vorsicht! Denk mal darüber nach. Was die Schüler jetzt von dir halten werden. Meine Güte. Ich möchte jetzt allein sein. Ich glaub, das werd ich auch mal als Drohung benutzen. Ich schreib für die Schülerzeitung. Ist dir schon klar, ne? Das find ich eigentlich eine richtig gute Drohung. Achim und Silke haben schon Existenzen ruiniert. Denk da mal drüber nach. Oh Mann, wie gut. Oh, Oskar wieder. Na, das war ein kurzer Besuch, Herr Glockner. Ja, es lief nicht so, wie ich wollte. Aber ganz zufrieden wirkte Heppner auch nicht mit sich. Er hätte cool bleiben müssen. Sicher passt ihm wenig, dass in deiner Gegenwart sein Heiligenschein verrutscht ist. Wenn ich meinen Artikel für die Schülerzeitung komplett habe, bringen wir sie ihm vorbei. Zumindest wäre das ein guter Vorwand für einen neuen Anlauf. Keine schlechte Idee. Jetzt aber raus. Oskar jaut noch immer. Sie halten ihn auch für komplett dumm, oder? Ja, ich drohe auch immer mit. Ich schneide das Beste auf Denkmal drüber nach. So, mein Fräulein, gleich haben wir es geschafft. Dann muss ich Oskar erst mal abknuddeln. Ist das gerade mehrere Hundestimmen gewesen? Ach, meine Güte. Na dann, beehren Sie uns bald wieder, Herr Kommissar. Habe die Ehre, mein Fräulein. So, Oskar. Oskar muss draußen bleiben, ja wirklich. Die haben ein Exro-Schild für Oskar hier oben. Alle Besucher erste Anmeldung, fotografieren verboten. Oskar muss leider draußen bleiben. Der hat schon öfter versucht. Der hat schon öfter versucht, seine Knastbrüder zu treffen, der Hund nachts. Mann, was habe ich dich vermisst? Können wir jetzt gehen, Papi? Aber ja! Wollen wir was fragen? Nee, ne? Okay. Vielleicht war Oskar der Komplize. Aber das... Also dann, Gabi, schreib deinen Artikel. Ich sehe zu, dass wir eine zweite Chance bekommen. Mach ich, Papi. Tschüss! Komm, Oskar! Das wäre auch zu lächerlich gewesen, wenn eine Neunklässlerin, der versucht seit Jahren rauszufinden, wo der Typ das Geld versteckt hat. Und da kommt so eine Neunklässlerin und fragt, wie ist dein Leben in Saus und Brausen? Und da sagt er, naja, wenn ich das Geld aus dem Laden geholt habe, wo ich es versteckt habe, dann wird mein Leben toll. Hups! Also, das wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Also, ist schon okay, dass wir es jetzt nicht erfahren haben. Ähm... So, aber was machen wir jetzt? Na, vielleicht nochmal reden? Weil Tim sich ja Sorgen gemacht hatte. Bist du sauer, Tim? Ah, nee, ist immer noch dasselbe. Ähm... Okay, gehen wir nochmal hier auf. Nee, ist ein Ornithologe wüsste auf Anhieb, was das für ein Vogel ist. Okay. Halt mal kurz in meine Notizen reingucken. Achso, wahrscheinlich muss ich zu dem Lehrer gehen. Ups. Häppner war sehr zuvorkommend zu Gabi. Ärgerlich war jedoch, dass er den Braten gerochen hat. Ja, ärgerlich, wer hätte es gedacht. Ähm, mit dem Abdruck, Abdruck des Interviews ließe sich das vielleicht einringen können. Das ist echt... Also, diese Stadt ist schon kurios. Die Schülerzeitung hat... Die Schülerzeitung ist eine Institution. Dann kommst du irgendwie in die Zeitung, wenn du... ...zwei Fischfutterdosen geklaut hast. Wo du auch so denkst, wer interessiert das denn? Okay. Warum wollte denn die Mühe... Bleiben Sie mit Herrn Krusch? Gehen Sie noch... Wien könnte man noch in die... Wien? Wur... Nee. Sollte das neue Layout nicht längst... Ja, warum mache ich das jetzt? Oder schreibt sie das zu Hause? Denk da mal drüber nach, ist auch insgesamt ein guter Drohspruch. Den kannst du überall anhängen. Ist keine Milch mehr im Kühlschrank. Denk da mal drüber nach. Das hat immer... Immer so ein bisschen... Ist schon ein neuer Termin in sich? Gott, so sollst du das machen. Ist in Arbeit, Tochter. Was macht die Schülerzeitung? Ist in Arbeit, Vater. Ich schaue regelmäßig deine Streams. Denk da mal drüber nach. Weil es mir direkt so ein bisschen verunsichert hat. Ja, wir müssen ja eigentlich auch noch hier unseren Artikel machen mit... Mit unserem Kahlchen. Ja, hast du das alte Game zum Laufen gebracht? Da wendest du dir am besten... At Caro unterstrich Letzte sein. Das ist unsere Räkerin. Ich möchte die Kahlung gerne als Heckerin etablieren. Äh... Ja, vielleicht doch nochmal... Bin im Krimis zuhauf. Offenbar eine Buchhandlung. Aber zu weit kann der Laden ja nicht sein, oder? Aha. Okay. Aha. Hallo Frau Michels. Nettes Ambiente. Was ist das denn hier? Das ist die Dame an der Theke. Hatte mit dem Kaffee den richtigen Riecher. Der Kellner. Das ist ein Udo Littenbergs auch hier. Lässt sich zwar steht zweimal bitten, aber hier sagt keiner was. Ja, weil man selbst eine ruhige Kugel schiebt. Und wann ruht sich TKKG aus? Wir sind eigentlich ständig auf Achse. Ah, okay. Kommen Sie oft hierher? Wieso hat sich Häppner damals wohl nicht abgesetzt? Achso, ja. Das ist eigentlich auch eine Frage, wenn er schon der Polizei durch den Berufsverkehr entkommen war. Bestimmt hat er den Zaster versteckt und ist dann geradewegs der Polizei in die Arme gelaufen. Zaster. Also hat er in den Sauren Apfel gebissen, kommt als ehrbarer Mann irgendwann frei und holt sich heimlich die Beute. Ich dachte, der gerade da hinten auf dem Bild hat er so ein riesiges Auge, aber es ist einfach nur ein bisschen dunkler, ne? Mh, was für ein Geschmack. Ja, 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 ja. Ein klarer Beweis falsch verstandener Tierliebe. Wenn nicht gar Tierquälerei. Hä? Na ja, wem's gefällt. Hä, was? Wer ist das und warum? Macht der Laden viel Arbeit? Stehen Sie auf Halloween? Macht der Laden viel Arbeit? Im Geschäftsleben geht es zu wie am Strand. Mal herrscht Ebbe, mal kommt die Flut. Uli ist mein einziger Mitarbeiter und steht mir bei allem bei. Außer dem Papierkram. Er hasst das Schreiben. Lieber merkt er sich tausend Bestellungen gleichzeitig, anstatt sich auch nur eine Notiz zu machen. Da muss er ja ein Bombengedächtnis haben. Das ist aber auch eine richtig große Katze, ne, oder? Also es soll schon eine Katze sein, oder? Okay, hm. Naja, also irgendwie so viel ist hier nicht zu holen. Oben links Florentin. Oder meint ihr den hier? Okay, wir können mit allen da hin. Oh, was duftet denn hier so gut? Hallo Tim, möchtest du auch einen Tee? Kaffee? Nein? Bestimmt macht der Melissa eine heiße Schokolade. Nein, danke. Und sagen Sie das mit der Schokolade bloß nicht unserem Klößchen. Sonst bleibt er hier kleben. Den hier mag Schokolade. Haben Sie keine Angst vor Einbrechern? Also ich finde, der TKG ist sehr darum bemüht, der alten Frau möglichst viel Angst zu machen. Haben Sie keine Angst, dass der Schwerverbrecher sie absticht? Haben Sie keine Angst vor Einbrechern? Hätte sich ein Komplize Heppners nicht längst mit der Beute abgeseilt? Wenn es einen gab, ist er bestimmt verduftet. Oder gibt es sie noch, die Ganoven-Ehre? Dann wartet der Komplize, bis Heppner entlassen wird. Oder er kann ohne Heppner nicht an die Beute ran. Ja, könnte auch sein. Kennen Sie Bodo Heppner? Bodo Heppner? Frag nur Frau Michels. Sie war mal in seiner Gewalt. Aber bin die ihr nicht auf die Nase, dass ich mal Heppners Spenden bitte nachgekommen bin? Krimis für die Gefängnisbücherei. Ah ja. Gut, das bleibt unter uns. Tja. Crime Time. Aber was soll das denn? Warum wird das denn nicht erklärt? Das ist das Einzige, was mich am Café stört. Das würde ich mir nicht gerade ins Adlernest hängen. Wer soll das denn sein? Kommen Sie oft hierher? Wieso hat sich Heppner damals wohl nicht... Kommen Sie oft hierher? Ich kenne das Haus noch aus der Zeit, als es ein Varieté war. Es stand lange leer und drohte zu verfallen. Jetzt erstrahlt das Schmuckstück in neuem Glanz. Ja, es macht was her. Hm. Kommt jetzt wieder irgendwas mit Schokolade. Hier kann man es sich gut gehen lassen. Uli? Bringen Sie doch dem jungen Mann eine heiße Schokolade. Ach, ich wusste es doch. Ach, der Kellner sitzt mal wieder auf seinen Ohren. Warte mal, ich frage Frau Hauf. Nicht nötig. Ich bin schon rapeldicke voll von meinen Kürbispralinen. Ob Heppner seine Beute nicht doch verloren hat? Wurde Heppners Fluchtweg nicht rekonstruiert? Man fand nie heraus, wo er wirklich zwischen Bankraub und Festnahme war. Ach. Ein Berufsverkehr. Irgendwann kommt Heppner frei. Dann kann man ihn einfach beschatten und fertig. Wenn er die Beute holen will, wird er mit einer Observation rechnen. Und doppelt auf der Hut sein. Ja, da sagt sie nichts mehr. Hätten Sie Interesse, bei einer Umfrage mitzumachen? Oh, nee. Dekorieren Sie zu Halloween? Hätten Sie Interesse, bei einer Umfrage... Nein, ich mache nur Angaben zu meiner Person, wenn es unumgänglich ist. Ich bin sehr für Datenschutz. Aber ich glaube kaum, dass nicht doch mal was durchsickert. Oh, man könnte glatt meinen, Sie hätten etwas zu verbergen. Ja, wenn man für Datenschutz ist, dann ist man eigentlich die kriminelle Person. Das stimmt. Oh, jetzt stehe ich ein wenig höher. Jetzt verstehe ich auch so lange so die Polizeiarbeit. Die Requisiten weniger beeindruckend. Es gibt kaum einen Krimi, in dem nicht eine Katze ihr Unwesen treibt. Kennt man doch. Ja, dann sag's doch! Ey, also das ist doch nicht zu fassen. Okay. Na, Frau Michels? So allein in einer katzenfreien Zone? Badam, badam! Wie? Ach, Gabi! Und wo steckt Oskar? Direkt hinter mir. In meiner Tasche. Was lesen Sie da? Wer käme als Hebners Komplize in Frage? Die stellen aber... Also, woher soll sie das denn wissen? Hm, ein armes Schwein wie Heppner? Kluger Kopf, aber hat es im Leben zu nichts gebracht? Eine treue Seele, die zu Heppner aufblickt? Ein Kumpel, mit dem er den gleichen Traum träumt? Ein Freund, der sich fernhält und trotzdem an ihn denkt? Aber lassen wir nicht außer Acht, dass es sich auch um eine Frau oder gleich mehrere Komplizen handeln könnte. Ja, vielleicht hier hinten. Die achtet nämlich auf Datenschutz. Das ist schon mal verdächtig. Ist Vampsein ihre Arbeitskleidung? Wer kommt so alles hierher? Nein, das muss ich schon fragen. Ist Vampsein ihre Arbeitskleidung? Egal wie... Ich kenne mich gerne so wie in den alten Filmen um Privatdetektive im Sündenfuhl der Großstadt. Frauen, die Männer in dunkler Absicht umgarnen und einen Revolver unterm Kopfkissen liegen haben? Naja, immer noch besser als das Heimchen am Herd. Jetzt bitte mal jemand, wer das sein soll. Lass gut sein, Oskar. Der Kater schmeichelt keiner Katzendame mehr. Die Person kommt mir bekannt vor. Ach so. Okay, soll man es irgendwie rausfinden? Oder ist das dieser... Ist das dieser Weirdo in jungen Jahren oder irgendwie sowas? Ein scheußlicher Anblick. Wen meint sie jetzt? Hier mit Udo Littenberg kann man nicht sprechen. Hm. Was war das denn hier gerade? Sowas, der bemerkt mich gar nicht. Puh, das saß. Ist das dein Hund? Eigentlich sehen wir nicht gerne Tiere hier drin. Es sei denn ausgestopfte. Bislang sind noch keine Klagen gekommen. Puh, das saß? Was denn? Wem gehört denn der Geländewagen da draußen? Ob es in einer Gefängnisbibliothek genauso gemütlich ist? Wie kommst du denn darauf? Natürlich nicht. Der Knast muss echt die Hölle sein. Bloß gut, dass ich das nicht durchmachen muss. Niemand sollte das. Aber Strafe muss sein. Da ist eine 13 auf dem Tisch. Hm. Bitte nicht berühren. Immer diese Früchte als Symbole. Oh nein. Bloß weil Glücksspiel um Geld mal verboten war und die Automatenhersteller den Gewinn durch Kaubonbons ersetzten. Okay, ich dachte kurz, das wäre wieder ein Minispiel. Aber nee, doch nicht. Kann ich irgendwas machen? Nee. Ist das der Komplize, weil er an Tisch 13 sitzt? Hm, verdächtig. Okay, aber da fragen wir mal lieber mit den anderen auch nochmal. Und die Tüten da hinten. Haben Sie keine Angst vor Einbrechern? Hätte sich ein Komplize... Haben Sie keine Angst vor Einbrechern? Ich habe daheim alles sorgfältig abgeschlossen. Ich habe 20 Katzen. Ich habe 20 Katzen. Niemals sollen sich die Kerle woanders besaufen. Bist du dafür überhaupt schon Manns genug? Oh, das ist ein Missverständnis. Ich rühre Alkohol nicht an. Als Sportler ist recht nicht. Ich trinke am liebsten Mineralwasser. Darauf ein Schlöckchen. Nur drei Flaschen Whisky. Ach, das ist dieser Uni, oder? Ach, das ist dieser Uni, oder? Also werde ich es noch eine Weile aushalten. Sieht so aus. Okay. Keine schlechte Handarbeit. Das muss eine echte Rarität sein. Hm, was hat das hier mit zu tun? Okay. Aber noch irgendwo herkennen kann ich hier, glaube ich, nicht. Ja, bitte. Oh, nee. Ist der beste Kerl, oder? Der Kellner, der sich da hinsetzt und erst mal Musikstöpsel bohrt, ist ja gut. Schreibt sich Uli mit einem oder mit zwei L? Bist Krimis zu Hauf nicht ein lustiger Name? Das willst du auch. Sitzt da schön und chillst, hörst Musik und dann kommt einer und fragt... Schreibt sich Uli mit einem oder mit zwei L? Bist Krimis zu Hauf nicht ein lustiger Name? Wieso? Meine Chefin heißt auch Hauf mit Nachnamen. Klar, aber ich meinte die doppelte Bedeutung bei falscher Schreibweise. Ah, meine Güte, er wird aber heute genervt. Okay, Willi nochmal. Vielleicht hat er auch nochmal so eine Frage. Ob Heppner seine Beute nicht doch verloren hat? Wurde Heppners Fluchtweg nicht rekonstruiert? Ob Heppner seine Beute nicht doch verloren hat? Wenn man mit dem Rad durch die Stadt flitzt, kann schon mal was vom Gepäckträger fallen. Aber wer mehr als 700.000 Euro mit sich herumschleppt, hat nur Augen für den Schotter. Schließlich muss es das Risiko wert gewesen sein. Andererseits würde tatsächlich nicht jeder Bürger zur Polizei gehen, wenn er so viel Geld herumliegen sieht. Dekorieren Sie zu Halloween? Hätten Sie Interesse bei einer Umfrage mit... Dekorieren Sie zu Halloween? Ein wenig Tischschmuck dürfte genügen. Aha. Gut. Interessant. So entspannt möchte ich auch mal sein. Was? Oh, kein Problem. Meine Chefin hält tragbare CD-Player für die Kunden parat. Und haufenweise Hörbücher. Versuch's mal mit... Bleifuß Desperados. Da fahren zwei Gesetzlose durch Mexiko und schrotten alles mit einem Jeep. Total geil erzählt. Das klingt mir zu schweißtreibend. Bleifuß Desperados. Bringt die 13 nicht Unglück? Wissen Sie was über Frau Michels und den Bankraub? Bankraub? Na, nur was man sich so erzählt. Und Bodo kenne ich nicht näher. Ich meine Hebner. Melissa hatte mal mit ihm zu tun. Wegen der Bücherspende. So, so. So, der ist der Komplize. Da hat er sich gerade verraten. Und jetzt wird eine Umfrage gemacht. Oder ich mache ein Bild. Nee. Festleben, lebenslang. Darf ich Ihnen diese Gratisprobe überreichen? Was? Ein Fragebogen? Nein, ich fülle sowas nie aus. Eins weiß ich schon jetzt. Bei der nächsten Aktion für meinen Alten befrage ich die Leute mündlich und mache mir selber Notizen. Fall geklärt. Ich wollte mal noch das andere fragen. Ob bei der 13 die Unglückszahl ist. Bringt die 13. Welche 13? Ach so, weil das hier Tisch 13 ist. Der ist sowieso fürs Personal reserviert. Muss die also nicht in die Hosen machen. Ich doch nicht. Oh Mann. Es juckt mich ja so in den Fingern. Hey, da kann wohl einer nicht lesen. Ey, Chefin, was gibt's? Entschuldigung. Mein Fehler. Ach, schade. Ich dachte, der Klöschen könnte vielleicht mal hier ein bisschen zocken. Aber nein. Na gut. Ja, Platz 13, Zelle 13. Das muss Tefkomplize sein. Anders geht es nicht. Aber wie hängt jetzt noch der Typ von der Tafel da drin? Frau Michael befindet sich in der Buchhandlung, komme ich zwar auf. Ja. Haben wir da noch irgendwas übersehen? Wer kommt so alles hierher? Ist Vamp sein? Wer kommt so alles hierher? Meine Gäste stammen aus allen möglichen Kreisen. Manchmal haben wir geschlossene Gesellschaft. So eine Art Themenabend. Das ist sehr einträglich. Dann wird aber auch alles dicht gemacht. Ich sage das nur, falls du hier mal vor verschlossener Tür stehst. Vielleicht laden Sie mal einen Krimi-Autor zur Lesung ein. Dann setze ich mich mit meinem Tim in eine Nische und kusche mich an ihn, wenn's spannend wird. Wer käme als Heppners Komplize in, was lesen Sie da? Der Hund von Baskerville. Ein Sherlock-Holmes-Roman. Dr. Watson liegt wie üblich meilenweit daneben. Natürlich glaubt Holmes nicht an die übernatürliche Bestie aus dem Titel, obwohl sie in Erscheinung tritt. Ich bin ja mal gespannt. Das Buch wäre etwas für unseren Dr. Karl Vierstein. Okay, müssen wir mal ein Karolchen hier fragen, oder was? Kommen Sie oft hierher? Wieso hat sich Heppner damals wohl nicht abgesetzt? Bestimmt hat... Hm, jetzt hab ich doch alles gefragt. Ich glaub, ich hab alles gefragt. Aber wir müssen jetzt nicht irgendwie... Die Frau Michels. Leichter kann man das Einbrecher nicht machen. Ich sollte hier nicht herumlungern. Ähm... Jetzt kannst du hier einbrechen, oder? Jetzt bewachen wohl die Katzen das Haus. Boah, na wenigstens sind die im Wahn. Was steht hier eigentlich noch? Sockel von Flakke-Schützen? Mit denen wurden doch feindliche Flugzeuge abgeschossen. Ob ich nicht doch mal ein paar Schritte... Ach, nein, das ist mir zu riskant. Och, Karl! Ähm... Also, Karl will nicht sein Artikel schreiben. Wenn du im Gefängnis wärst, Karl. Ach. Kennen Sie die Legende vom schwarzen Hund? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Ich bin... Ja, auch beides. Und wie geht es hier mit dem Interview weiter? Warum wollte... Unterstützt Sie her? Gehen Sie noch immer mit? Das haben wir auch alles. Sollte das neue Layout nicht längst... Wo schreibt sie das denn? Oder sie schreibt das bei sich zu Hause am... Ein Laptop oder wie? Kann ich auch nicht anklicken. Ähm... Ach, Tim hatte die ganz viele Fragen, ne? Stimmt, stimmt. Ne, wer war es denn? Kennen Sie Bodo Häppner? Schenken Sie auch härtere Sachen aus? Kennen Sie Bodo Häppner? Führen Sie auch Gruselromane? Eigentlich nur Krimis. Detektivgeschichten, Spionageromane, Psychothriller, Hefte, Bücher, Hörbücher. Such's dir aus. Ich tausche zwei gegen eins. Willst du kaufen? Zehn Prozent Rabatt bei fünf Exemplaren. Zwanzig Prozent, wenn du mir zehn abnimmst. Nur Lesen ist frei. Dann musst du aber was bestellen. Sie sind ganz schön geschäftstüchtig. Mhm. Okay, wir klappern mal diese Fragen hier ab. Kennen Sie Kommissar Glockner? Wieso? Steht eine Razzia an, vor der du mich warnen willst? Nachher werde ich noch verhaftet, weil ich Rumaroma in den Tee tue. Du siehst, vor deinem Kommissar muss ich keine Angst haben. Logo. Na, Logo. Kennen Sie Frau Michels privat? Kann man so nicht sagen. Sie ist Stammkundin und schwärmt viel von ihren Katzen. Das schlaucht mitunter. Aber wenn sie von ihrer Kindheit in den Kriegstagen erzählt, dann hört sogar Uli gern zu. Ah, Sie meinen Ihren Kellner. Mhm. Haben Sie mal etwas erlebt, was nehmen Sie Frau Michels? Kann sich Ihr Kellner wirklich alles merken? Ja, das stimmt. Sprich ihn nicht drauf an. Aber ich vermute, er ist Analphabet. Mir ist schleierhaft, wie Uli Armknecht seinen Führerschein gemacht hat. Gut geblufft, ist halb gewonnen. Ich habe mal gehört, dass es Erwachsenen zu peinlich ist, dieses Handicap zuzugeben. Lieber mogeln Sie sich durch. Und sie war doch irgendwie... Wieso hat sich Hebner damals wohl nicht... Bestimmt... Sie war doch irgendwie Lehrerin. Ui. Haben Sie einen Führerschein? Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Wissen Sie, wie man liest und schreibt? Mögen Sie eher die Detektive oder die Bösewichte? Deswegen hört er das. Ah, ja, ja. Erzählt Frau Michels viel von früher? Schreiben Sie selber Krimis? Ab und zu denke ich mir was aus. Aber mit dem Schreiben hapert es. Ich meine, die Schriftstellerei. Dabei käme ein Bestseller wie gerufen. Mit einem fetten Honorar würde ich jetzt schon in der Südsee Cocktails schlürfen. Wohl bekomm's. Das klingt sehr ähnlich, wie der in der Zelle gesagt hat. Er würde in der Südsee irgendwas Cocktails machen oder was, wenn er rauskommt. Ja, ja. Ja, natürlich. Dass ein Alphabet ist, dann muss das einer von den Kriminellen sein. Sehr klar. Schreiben Sie selber Krimis? Erzählt Frau Michels viel von früher? Und ob? Mann, die müsste doch eine irre Platzangst haben. So oft wie die während des Krieges im Luftschutzkeller oder Bunker saß. Mich würden keine zehn Pferde in so ein Erdloch kriegen. Mich auch nicht. Jedenfalls nicht ohne meine Freunde. Bisschen nervig, dass man immer wieder hier reingehen muss jetzt. Aber das hatten wir ja schon bei allen anderen Teilen. Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Hat dir so einen Kampfhund aufgelauert? Ich würde machen, dass ich wegkomme und mich nie wieder in seine Nähe wagen. Glaub mir, ist besser für die Gesundheit. Sprach der Angsthase und hoppelte davon. Ich hab einen Pfund aufgelauert, was? Haben Sie einen Führerschein? Ja klar. Willst auch mal einen machen, was? All der Aufwand für das bisschen Pappe, das glatt ein Balk im Kindergarten basteln könnte. Papiere fälschen mit drei? Das fing ja früh an. Also, manche Dialogen sind irgendwie ein bisschen komisch. Ja, der mit den roten Augen. Haben Sie einen Führerschein? Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Mögen Sie eher die Detektive oder die Bösewichte? Erzählt Frau Michels viel von früher? Schreiben Sie selber Krimi? Mögen Sie eher die Detektive? Ich mag Geschichten, wo die Guten die Bösen sind. Und umgekehrt. Oder beides zugleich. Ah, das Spiel mit den Möglichkeiten. Das ist er doch. Komm, es ist der Glockner, verhaften Sie diesen Mann. Okay. Was ist denn jetzt wieder los? Ist die wieder zu lang, dass hier mit den Geistern gesprochen wird? Dann müssen wir zwei auch mal ins Gefängnis. Dann gebe ich die vorne ab. Ähm. Okay, in die Buchhandlung ist zugleich ein Café und gehört Melissa Hauf. Uli Armknecht ist als Kellner angestellt. Obwohl er weder lesen noch schreiben kann. Da hat sie da auch noch irgendwas mit zu tun. Sehr viele Verdächtige. Was hören Sie denn da? Kellnern Sie hauptberuflich? Was ich höre? Ein Klassiker. Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Von einem Schiller. Friedrich, glaube ich. Na, sein Name muss ja auf dem Bisscover stehen. Oder einer von den anderen. Ah, der Friedrich Schiller. Bringt die 13 nicht Unglück? Wissen Sie was über Frau Michels und den Bankraub? Bäh, Bankraub? Na, nur was man sich so erzählt. Und Bodo kenne ich nicht näher. Ich meine Hebner. Ja, es ist nur mit der Schülerzeitung. Das ist eine gute Frage. Muss ich da jetzt nochmal mit Karlchen zurück? Hm. Denk da mal drüber nach. Oder nochmal mit Gabi reden? Oh, endlich. Ja, aber hat er ihr gar nicht erzählt, dass er auch in der Dicke schreiben würde? Sie sagt, sie hat es in die Schule gemailt. Ich hoffe, meine E-Mail ist angekommen. Oh ja. Gute Arbeit, Gabi. Ich habe mir die Freiheit herausgenommen, den Artikel zu setzen. Ein Exemplar der Schülerzeitung habe ich schon ausgedruckt. Sehr gut. Ich gehe nämlich noch einmal ins Gefängnis. Da kann ich die Zeitung Hebner überreichen. Denk da mal drüber nach. So, wie kriegen wir die? Wo ist sie? Wo liegt sie denn? Einmal gefaltet und schon haben wir die neueste Ausgabe der Schülerzeitung im praktischen Format. Wer sich wohl den Namen Internata ausgedacht hat? Na, solange Nattern kein Gift verspritzen. Die Internata. Da wird der Hebner aber gucken. Da wird er aber mal richtig drüber nachdenken, wenn er sieht, da ist ein Artikel in der Internata erschienen. Damit kriegen wir ihn aber jetzt. Unterstützt Sie, Herr Matzke? Oh Gott, ey. So, wenn der jetzt nicht auspackt, dann weiß ich aber auch nicht. Internata ohne Internet. Ach nee, stopp. Nee, hier bleibe ich nicht. Warum können die anderen drei eigentlich zum Gefängnis gehen? Das macht gar keinen Sinn. So, jetzt nochmal. Ich will der erste Förder holen, ne? Oskar! Nö, das mal sagt es nichts. Papi, Papi! Ich hab die Schülerzeitung mit meinem Gefängnisartikel. Und ich die Erlaubnis für Besuch Nummer zwei. Ich sage es dir ausdrücklich. Oskar bleibt zu Hause. Verstanden? Klar. Seit dem ersten Besuch in der JVA bin ich schlauer. Wir sehen uns! Adele! In der Internata steht nur Geschnatter. Ja, aber sag das mal nicht. Huch! Sag das mal nicht unserem Knastbruder. Der wird nämlich gleich, während dem die Beine schlottern. Wenn er die Internata sieht. Jetzt geht's ab. Du bist spät dran, beeil dich! Ich musste erst Oskar nach Hause bringen. Da ist er besser aufgehoben als im Zwinger. So schnell sieht man sich wieder. Ziemlich ungemütlich draußen, was? Das Wetter schlägt mal wieder Caprioren. Und gemütlich finde ich es hier drinnen auch nicht gerade. Nee, Endgame ist das noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Will uns Heppner überhaupt sehen? Ja, sogar aus freien Stücken. Offenbar hat er bereits nach mir gefragt, als mein zweites Kommen angemeldet wurde. Wie sonderbar! Der Ausgang des ersten Besuchs stellte ihn nicht recht zufrieden. Er hat Probleme mit seinem Ego. Darum hat er es auch nie zu etwas gebracht. Oh, da scheint sich ein Gewitter anzukündigen. Was? Hä? Sind Sie bereit, Herr Kommissar? Rüdiger! Hast du die Schülerzeit-Umgriff bereit? Klar! So. Hey, Heppner! Keine Capriolen jetzt! Ah, schön, dass Sie es einrichten konnten, Kommissar Glockner. Ich war letztens reichlich unhöflich. Ich möchte nicht, dass Ihre Tochter mich falsch einschätzt und nun denkt, ich würde wegen der Beute damals ein Spiel mit Ihnen treiben. Dann wirst du uns also sagen, wo sie steckt? Das könnte dich eher rausbringen. Dieses großzügige Angebot würde ich zu gerne wahrnehmen. Wenn ich den Ansatz eines Schimmers hätte, wem das Schöne gelten und wirklich zugute kam. Ich bleibe also im Turm. Gut, er hat ja auch, ist das auch so ein Südsee-Urlaubsbild oder was soll das hier sein? Ja, der weiß auf jeden Fall, wo das Geld ist. Und, aber, ob wir jetzt mit der Internata... Na gut, das ist jetzt unser Trumpf. Vorsicht, achtet auf die Beine, ob die schlottern. Bitte sehr, das erste Exemplar der neuen Ausgabe der Internata. Oh, die 13. Ausgabe dieses Jahres. Ihr seid aber fleißig in eurer Schule. Wusstest du, dass die 13 meine Glückszahl ist? Darum hänge ich auch so an meiner Zelle. Er macht doch nur Spaß, oder? Das trifft es. Wie gut sich die Augen auch bewegen, das finde ich gut. Das trifft es. Wie? Wie, das war's jetzt hier, oder was? In der Hausordnung steht. Die Hafträume dürfen nur in einem Umfang mit Privatgegenständen ausgestattet werden, die eine gründliche Kontrolle, eine ordnungsgemäße Säuberung und einen einwandfreien hygienischen Zustand gewährleisten. Mein Prototyp war noch nicht ganz ausgereift. Wenn wir wieder Sachen für Weihnachten basteln, gebe ich mir mehr Mühe. Die Masken waren meine erste Töpferarbeit, die sich zeigen lassen konnte. Auf einen Antrag hin durfte ich sie aus der Keramikwerkstatt mitnehmen. Das ist ein creepy. Also Puppen oder Masken auf dem Tisch zu haben, einfach mal so. Das trifft es. Das trifft es. Ach, der ist irgendwie sehr angetan von der Internata, der würde sie gar nicht mehr aus der Hand legen. Was ist denn das für eine Mieze? Oh, was ist das hier? Nee, das ist nicht für die Mieze. Bängel, als man sich in die Kanalisation, in Bunker oder sogar U-Bahn-Schächte wagte. Viel mehr Holde-Weiblichkeit bekomme ich nicht zu sehen. Magazine mit Frauen sind hier drin bloße Science-Fiction. Hey, Bodo, du musst meine Tochter nicht an deinen schmutzigen Fantasien teilhaben lassen. Ich habe mal in einer Bar Cocktails gemixt. Nach Manhattan Art mit Whisky, nach Martini Art mit Gin und nach Art des Hauses, Hepna. Ja, leider war man auf Helgoland nicht reif für meine Kreation. Wer ist das denn jetzt? Unsere Computerkurse sind mir wichtig. Ich kann Bewerbung schreiben üben, Aufnahmen mit der hauseigenen Band machen und halbwegs ein Bild ausdrucken. Ich nehme alles mit, solange niemand Dudu macht. Trifft es das? Habe ich das wirklich gesagt? Schade, das sagt es nicht mehr. Eine tote Zelle lockt den Tod an, heißt es. Also pflege ich das bisschen Leben. Ja, also... Bis zu drei Blumentöpfe mit höchstens 20 Zentimetern Durchmesser, die in ihrem Ausmaß die Übersichtlichkeit und Kontrollmöglichkeit des Haftraums nicht beeinträchtigen dürfen. Ha, ha, ha. Ja, das klingt nach deutschen Regularien. Oh, ist das ein Krimi? Das Buch hat sein eigenes Bett. Aber wo schläft der Typ? Habe ich schon erwähnt, dass ich mal Gärtner war? Aber nur Hecken von Reihenhäusern stutzen. Bah! Ich mache mich für die Gefängnisgärtnerei schlau, indem ich nachlese, was gegen Schädlinge hilft. Unsere Botanik auf dem Gelände ist von Ungeziefer befallen. Mein Bett. Auch bekannt als knarrender Knochenkoffer. Sie wechseln die Bettwäsche alle 14 Tage. Die Anstaltswäscherei bleicht, stärkt, desinfiziert und bügelt ganz schön was weg. Dafür fehlte mir die Begabung. Ich wünschte, ich hätte private Bettwäsche. Mit einem Schuss Aprilfrische. Ah. Hm? Das finde ich alles sehr interessant. Und hier ist auch das Klo irgendwo? Das ist seitlich hinter dir. Die sogenannte Nasszelle, nicht wahr? Bodo? Geht es dir nicht gut? Die Nasszelle, die ist nicht gerade appetitlich. Die Schülerzeitung ist wirklich informativ. Tja, so viel zur Schlossführung. Hat mich gefreut, Gabi. Glockner? Ich glaube, wir gehen besser. Jetzt sollte er ja wieder nicht verraten, wo die Beute ist. Jetzt möchtet ihr in die Nasszelle gucken. Er geht nicht. Konnten Sie diesmal einen Erfolg verbuchen, Herr Glockner? Was die Beute betrifft, sind wir keinen Deut weiter. Aber gegen Ende ist Heppner ein wenig blass um die Nase geworden. Das kann doch nicht an meinem Artikel gelegen haben. Er war mehr als fair. Ich meine sogar, der Artikel hat seinem Ego gut getan. Es hat ihm geschmeichelt, dass ein junges Mädchen über ihn schreibt. Oh Mann, ey. Er hat das Bild gesehen. Das Unwetter scheint abzuziehen. Das kann sein, dass es irgendwo beim Bunker versteckt hat, die Beute. Das finde ich eine gute Theorie. Werden Sie Heppner noch einmal aufsuchen? Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Nein, wohl nicht. Ich habe mir einfach zu viel davon versprochen. Ich möchte auf jeden Fall unterrichtet werden, so wie Heppner versucht, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. In welcher Form auch immer. Ich werde es dem Direktor ausrichten. Sie können sich auf mich verlassen. Er steht mit einer Hand in der Hüfte. Okay. Adele. 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 Okay. Die alte Frau könnte auch im Bunker gewesen sein. Das stimmt. Ja, ja. Ja, die Beute ist vielleicht am Bunkergelände. Und der Komplize ist dieser Schwarzwäufe. Dieses Gelände zu betreten, erfordert viel Mut. Ja, ja, okay. Das wird vielleicht... Vielleicht ist auch das Endspiel dann hier irgendwo. Okay. So, gucken wir mal. Die Schülerzeitung findet Heppners Anerkennung. Die 13 soll seine Glückszahl sein. Heppner ist sehr aufgeschlossen, seine Führung geradezu vorbildlich. Er töpfert, gärtnert, macht Musik, kann mit dem Computer umgehen und träumt von besseren Zeiten. Aber warum wurde dieser unerschrockene Mann auf einmal ganz kleinlaut? Ja, das finde ich gut mit dem Bild. Ja, ja. Der Fall Heppner bereitet dir wohl ganz schön Kopfweh. Den habe ich längst abgehakt. Aber nicht TKKG. Okay. Geh nach Hause, Gabi. Na gut. Mach ich das. Ja, aber schön, wie es dann wirklich auch überall so regnet und gewittert. Mein Riecher sagt mir, dass Heppner etwas vorhat. Aber er sitzt auch im Gefängnis. Und bis er wegen guter Führung in den offenen Vollzug verlegt wird, werden noch Jahre vergehen. Falls sich die Situation nicht aus irgendeinem Grund ändert. Kombiniere, kombiniere. Es ist wirklich, dass Tim diese Detektiv-Collins-Stimme hat. Er hat immer sowas irgendwie kombiniert gerade. Falls sich die Situation nicht ändert. Tja, was machen wir jetzt? Sag ich mal, mit allen bei Gabi mal gucken. Hast du keine Angst vor, Heppner? Man sollte ihn nicht unterschätzen. Aber ich glaube nicht, dass er es jetzt auf mich abgesehen hat. Tim würde ausrasten. Das Grimsen. Ein mit Danger. Wenn man bedenkt, wie viele miese Ratten wir schon hinter Gitter gebracht haben. Okay. Nee, das hatten wir. Vielleicht noch mal da was von der Zähne. Bleiben Sie mit Herrn Krusch. Tilo. Nee. Sollte das neue Layout... So, Achim und Silke möchte ich jetzt gerne mal sprechen. Wie schreibt der denn mal? Ach, Karl. Tut mir leid, aber Gabi hat ihren Artikel doch noch abgeliefert. Ich weiß. Aber ich kann doch trotzdem an meiner Story dranbleiben, oder? Na gut. Ich mache den beiden aus der 9a eine Notiz, dass die Kamera bei dir ist. Oh, wenn Achim und Silke das mitgekommen... Die Legende vom Schwack kennen Sie? Ich schwamm. Da bleib mal lieber wieder weg. Hä? Warum das denn? Okay. Ich darf nicht mehr an den Computer gehen. Dann... Jetzt aufs Bunkergelände. Was steht hier eigentlich noch? Nee. Nee, das Bunkergelände ist, glaube ich, nix. Vielleicht ist aber jetzt die Katzenfrau wieder zurück. Oh, ja. Wo könnte Bodo Häppner seine Beute versteckt haben? Meinen Sie, Häppner hatte ein Komplizen? Das ist dieselben Fragen wie eben. Wo könnte Bodo Häppner seine Beute versteckt haben? Ach, das wüsste ich auch gern. Wir sind wohl einer Meinung, dass ich das... Das sind dieselben Fragen wie eben. Okay. Führen Sie auch Grusel? Kennen Sie Kommissar Glockner? Wieso? Jetzt hatte ich auch alles. Ist der Typ noch da? Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Haben Sie einen Führerschein? Schrei... Nee, hab ich auch alles. Ähm... Wer kommt zu alles? Wer kommt zu alles? Ist Vamp sein? Ich klei... Hm... Wem gehört denn der Geländewagen da? Ob es in einer Gefängnisbibliothek genauso gemütlich ist? Das hab ich doch auch. Hoppe... Das hab ich doch alles. Horrorladen noch mal? Der komische Mann ist auch irgendwie weg, ne? Ist David sehr begabt? Ist... Er lernt... Hab ich das mit dem Auto nicht gefragt? Ich dachte, ich hätte schon mal gefragt. Wem gehört denn der Geländewagen da draußen? Was? Der Wagen? Meine Chefin. Außerdem hat sie einen Pick-up. Wenn ich brav bin, darf ich den Jeep durch die Gegend scheuchen. Hab meine Katze damit platt gemacht. War keine Absicht. Jetzt sieht sie aus wie neu. Kannst sie drüben bewundern. Ich schätze, davon sollte die alte Frau Michels besser nie erfahren. Ui. Okay. Aber das war schon... Also danach war das Auto aber auch ordentlich hingerichtet bei der Großkatze. Ich finde, das Viech hat was. Und wer würde nicht mal gerne seine Krallen ausfahren? Die Person kommt mir bekannt vor. Ja, warum war er kleinlaut? Hat ihn Heppner gedroht, sich zu rächen? Nein. Nee. Tja, wer ist die Person auf dem Bild? Tja, das ist eine gute Frage. Geh nach Hause, Gabi. Okay, da kann man nichts mehr machen. Gefängnis ist, glaube ich, jetzt auch durch, oder wie? Zelle 13, Bibliothek, Werkstatt, Computerkurs, Gefängnischor, Gärtnerei. Heppner hat mehr Spielraum als gedacht. Das Revier, aber mit jemand anderem? Der Tim ist gesperrt. Heppner und ein Brief? An wen? Krimis zuhauf? Aha. Und was steht drin? Ach so. Eine offizielle Bitte um Spenden. Langsam glaube ich selber, dass ich auf dem Holzweg bin. Jedenfalls vielen Dank für die Information. Krimis zuhauf? Vielleicht kommunizieren irgendwie. Das ist ein Kaffee mit Romantausch. Hm. Vielleicht kommuniziert er irgendwie über diese Bücher. Ich habe zu tun, Karl. Kommen wir kurz nochmal mit Wiggy. Das geht nicht. Aha. Hau ist weg. Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Mögen Sie eher die Detektive? Erzählt Frau Michels viel von früher. Schreiben Sie selber Krimis? Haben Sie? Ja klar. Willst auch mal einen machen, was? Das ist ja wahr. All der Aufwand für das bisschen Pappe, das glatt ein Balk im Kindergarten basteln könnte. Papiere fälschen mit drei? Das fing ihr ja früh an. Müssen wir jetzt gucken, wo der Wagen steht vielleicht? So, jetzt nochmal schnell. Jetzt steht er hier. Oder vielleicht vor dem Gefängnis. Oh Mann, ich habe keinen Bock auf eine Erkältung. Ja, oder der einarmige Bandit. Ich glaube, Willi war ja derjenige, der da mal ran wollte. Na, wo steckt denn Ihre Chefin? Hä? Ach, die macht ein paar Besorgungen mit ihrem Pick-up. Ich habe meine Brille verlegt. Könntest du mir vorlesen, was in dem Brief steht? Ich kann aber auch auf Melissa warten. Nö, nö, ich mache das schon. Also gut, dann lese ich Ihnen den Brief mal vor. Das ist super. Es könnte ja etwas verdammt Wichtiges sein. Aber lies langsam. Werte Frau Hauf, die Vorstellung, zum Bittsteller zu werden, bereitet jedem Gefangenen Horror. Aber nachdem Sie im vergangenen Frühjahr so großzügig waren, will ich Ihren Laden erneut um eine Spende bitten. Ich denke an eine der Winterzeit angemessene Lieferungen mit dicken Schmökern. Die letzte Auswahl stieß auf große Begeisterung. Was ich meine, ist der Mix aus Klassikern und Bestsellern. Fünf, sechs, sieben. Lies weiter, ich verliere sonst den Faden. Haben Sie Kochbücher? Wir müssen Kürbisse im Gewächshaus ernten. Vielleicht lässt sich daraus etwas machen. Die meisten haben keinen Schimmer. Grüßen Sie Ihren Angestellten von mir. Hieße Uli? Nicht einen roten Heller gab es. Trotzdem hat er sich ins Zeug gelegt wie mancher Hering in die Tomatensauce. Mit freundlichen Grüßen, Bodo Häppner. Im Auftrag JVA Hollergrund. Was hat denn eben gezählt? Zwölf, dreizehn. Wow, da hat man zu tun, was? Sicher, aber Bücher für einen guten Zweck herauszusuchen, macht doch bestimmt Spaß. Zählt der die Wörter oder was? Das ist irgendwie so eine Art Code? Die Sätze? Aber ich kann noch nicht mehr gucken. Okay. Aber, aber was machen Sie denn? Ach, diese Knackis nutzen Melissa doch bloß aus. Da ist doch was faul. Hedners Brief. Uff. Äh. Ich kann einfach nicht widerstehen. Schraubenhebel. Hä? Was ist denn das hier? Warum kann ich ja denn auch nichts machen? Also. Wissen Sie was über Frau Michels und den... Bringt die 13 nicht Unglück? Wissen Sie was über Frau Michels und den Bankraub? Bankraub? Ach so, das hatte ich auch schon. Okay. Hm. Ja, Schokolade und Glücksspiel. Das ist so, das ist unser Willi. Okay. Kennt man doch. Komisch. Dass man da nie dran kann. Kann man die Sachen noch nicht mehr in groß angucken, wie in den früheren Spielen. Ja, enthält der Brief für geheime Botschaft. Ja, das ist auch schon gedacht. Ich habe zu tun, Kerl. Ach so, Willi war das ja. Kann ich zum Revier? Wo können wir denn das mal entschlüsseln? Hier? Wenn man bedenkt, wie viele miese Ratten wir... Haben Sie schon einmal... Willi, sauerlich. Du meinst wohl, du könntest hier ein- und ausgehen, wie es dir passt. Als Herr Kruschwitz da war, wollte ich nichts sagen. Aber nun ist Schluss. Raus! Was hältst du von Hedners Brief? Wir sollten ihn uns genauer ansehen. Stellenweise klingt er merkwürdig. Dann lass uns gemeinsam einen Blick drauf werfen. Das macht für mich keinen Sinn, warum die zwei da jetzt genauer gucken können. Ich habe das Gefühl, in den früheren Spielen, da musste man wirklich... Okay, allein Willi hat jetzt die Info. Die muss er jetzt erst mit allen teilen. Und hier irgendwie haben wir sofort mal ansehen. So, das ist der Text. Angenommen, er enthält eine Botschaft, die nur der entschlüsseln kann, der weiß, wie Hepner tickt. Worauf müsste er achten? Hm. Hepners Glückszahl ist doch die 13. Wir wissen das. Und Armknecht womöglich auch. Vielleicht lässt sich damit was machen. Hm. Ich muss hier irgendwas drücken. Ich mache das 13. Wort, 13 Sätze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja. Oder jedes 13. Wort. Äh, warte mal. Horror. Das war jetzt 10. Laden. Wie als... Was groß geschrieben ist, aber was? Nee. Lieferung. Was ist das? Hm? Meine? Meiner. Achso, ich muss hier von Stück für Stück offenbar durch. Kürbisse. Keinen. Roten. Ist das hier das 13. Wort? Könnt ihr mal gucken. Trotzdem. Hering. Dann würde die Botschaft lauten, Horror, Laden, Lieferung, meine Kürbisse, kein roten Hering? Ja, jetzt 13. Warte mal. Horrorladen. Kürbisse. Das passt doch zu Halloween. Denk an Beringes Geschäft. Ich habe bloß keine Ahnung, warum so etwas Verrücktes wie rote Heringe erwähnt werden. Entweder es ist ein Gespenster, oder es macht alles irgendwie Sinn. Also gibt es zwischen Heppner und Armknecht eine Verbindung. War nicht so einfach, einen Analphabeten für sich einzuspannen. Meint er mit Horror und Laden? Vielleicht den Horrorladen? Sehr gut, Saurus. Ja, wir werden jetzt mal im Laden gucken. Okay. Man meint ja nicht auch, dass er irgendwie diese komischen Kürbisse verkauft oder so? Wo ist er? Aha. Pass auf! Stoß nicht gegen die Kiste. Da befindet sich Töpferware drin. Eine neue Grusellieferung? Tischlämpchen für Halloween. Von Sträflingshänden hergestellt. Offenbar haben wir die Geheimbotschaft richtig gedeutet. Aber was hat es mit den roten Heringen auf sich? Also daran ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Von dem scheußlichen Geschmack mal abgesehen. Ja, er hat auch einen in der Zelle gehabt, aber ja. Äh. Wie macht sich denn ihr neuer Gehirn? Das haben wir auch schon gefragt. Mit dieser Lieferung muss es irgendeine Bewandtnis haben. Was machen wir damit? Der sieht schon mal besser aus als das Exemplar in Hebners Zelle. Aber was haben Kürbisse mit Heringen zu tun? Fischfutter, Gabi. Überlege. Denk mal drüber nach. Ja, ist Red Hering, ist das im Deutschen geläufig? Nee, ne. Auch nicht für Kinder. Vielleicht gibt es einen Hering. Denk da mal drüber nach. Hat man sitzt noch irgendwo. Ja, Klößchen hat seine Kürbissachen da. Hm. JVA Hollergrund. Die Lieferung stammt tatsächlich aus dem Gefängnis. David? Du wolltest doch das Regal auffüllen. Chefchen, ich verstehe kein Wort. Ich kann hier gerade nicht weg. Es leckt. Darf ich das machen? Schon gut, David. Hat sich erledigt. Bitte stell die Lämpchen ins Regal und illuminiere sie. Da liegen genug Teelichter und ein Feuerzeug. Ach, Illumini... Illuminiere, verstanden. Guck mal, es gibt doch Minispiele. Bisschen einfacher als das Schneelabyrinth, muss ich sagen. Da ist doch gleich unten was drin. Ich denke zurück an die guten Zeiten von Snap the Snappy. Wo man noch unter größtem Skillaufwand den Eis-Snappy snappen musste. Das muss ich jetzt nicht vorher anmachen, oder? Ich wollte es vorher anmachen eben, aber da konnte ich das nicht nehmen. Ähm... Ähm... Lohi, ich stelle fest, es sind 13 Kürbisse. Ah! Sind ich das denn an? Durch die Nase? Vorsichtig! 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 Kann man hier auch was falsch machen? Hübsch! Also, das ist ja wirklich das blödeste Minispiel, was wir je hatten, oder? Chef, irgendwie muss das Spiel aber fünf Stunden dauern am Ende. Say no more! Autsch! Was, Autsch? Was, Autsch? Haaaah! Vorsichtig! Das ist ja wirklich wie bei Herderringe. Wirf den Kürbis ins Feuer! Jetzt hole ich wieder raus! Er ist ganz kühl! Axt, Palme, Fisch, Flamme... Oh Gott, was ist das denn jetzt? Flammen, Fisch, Wellen, Stern? Katze, Auge, Fisch, Hand? Das merkt ihr euch aber jetzt gerade alles, oder? Auge, Katze, Fisch, Palme? Roter... Roter Hering. Hat das irgendwas mit diesem Casino-Automaten zu tun, war da... Nun lass mal gut sein, Willi. Spiel nicht mit der Ware herum. Mist! Bin schon fertig, Herr Bering. Äh, wie nehme ich die denn jetzt mit, oder was? Was? Der eine war ohne Fisch. Der letzte hatte keinen Fisch. Muss das jetzt jemand anders rausholen, oder was? Die Lampen sind ja schon alle verkauft. Ich hatte mal wieder den richtigen Riecher. Offensichtlich. Das war's. Schlechtes Ende. Und wir sind natürlich für heute. Das wäre wieder so ein typisches CKG-Ende. Ja, wie? So, wo sind die jetzt? Sind die jetzt hier drin, auf den Tischen? Nee. Hätten Sie Interesse, bei einer Umfrage mitzumachen? Dekorieren Sie zu Hello? Ein wenig. Jetzt kommt ja wieder mit seiner Umfrage. Flix, wo sind die? Bringt die 13 nicht Unglück? Ähm. Ja, nochmal Notizen gucken, das ist immer eine gute Idee. Also, der Fortschritt... Das war manchmal voll. Unter Hitzeeinwirkungen erscheinen auf der Deckelinnenseite bei wohl allen Kürbissen Symbole. Leider konnte Klößchen das nicht eingehender untersuchen. Ja. So weit waren wir auch schon. Aber wer hat sie gekauft? Ach, wo sind denn die Tischlämpchen hin? Sie brannten doch so schön. Ein Kunde rief an und hat die ganze Kiste reservieren lassen. Für Krimis zuhauf. Da passen sie gut rein. Uli Armknecht. Der hat sie gekauft. Das wusste ich doch. Ich habe mich doch gewusst, ohne das zu hören, habe ich es doch direkt gewusst. Jetzt stehen sie nämlich... Ah ja, so. Okay. Mein Kellner meint, die Kürbisse sehen hübsch aus. Aber wenn ich merke, da kuckelt wer mit herum, gibt es etwas auf die Pfoten? Manikürt oder nicht? Hätten Sie Interesse bei einer Umfrage? Geh weg mit deiner Umfrage jetzt. Hey, die Tischdeko macht sich. Ja, schon. Aber die haben mich geleimt. Es sollten 13 Lampen sein. In der Kiste waren aber nur 12. Hab beim Händler angerufen und mich beschwert. Echt kacke. Dann hat wohl jemand verhindert, dass ausgerechnet der Kürbis bei Armknecht landet, auf den es anzukommen scheint. Aha. So, so. Bringt die 13 nicht... Aber, ja, wo ist der jetzt? Ich kann einfach nicht widerstehen. Also das... Das check ich nicht. Wer hat den Kürbis? Pension? Oh, meint ihr jetzt doch, die hängt da drin? Ja, der da ist, der Kürbis steht. Oder eine von den Katzen vielleicht? Nee, ich glaub, der ist unschuldig. Hat Halloween eine lang... Das... Haben sie schon einmal... Oh, stopp. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Wenn du in die Fußstapfen deines Fahrten... Hey, war doch eine alte Frage. Ähm... Vielleicht im Bummhacken. Nein. Fällt mir ja im Traum nicht. So, wenn jetzt bei Gabi zu Hause so ein Kürbis steht, dann wissen wir... Die Pfote hat wieder zugeschlagen. Nee. Dann... Haben wir denn noch? Geh nach Hause, Gabi. Okay. Okay. Was haben wir jetzt noch alles? Es gibt richtig Ärger im Horrorladen. Ja, mit Willi aber nicht, oder? Gabi? Ist David sehr begabt? Haben Sie mal von einem Sträfling... Ich kenne... Tim... Ist das aber auch wieder ein bisschen random, oder? Dass jetzt... Tim das sein muss? Ärger gleich Tat sein. Ach, okay. Gut, das ist natürlich klar. Was ist denn nun mit diesem fehlenden Tischkürbis? Wir haben eine Beschwerde. Armknecht hat alle Kürbisse bekommen, die sie in die Kiste zurückgelegt haben, Chefchen. Und was heißt das jetzt? Der war wirklich im Sarg. Also, da war eine Kundin. Da habe ich einen Kürbis verkauft. Ja, als sie auf dem Klo waren. Ist das jetzt schlimm? Nein. Mia Culpa. Die Reservierung kam erst, als die Kürbisse schon im Regal standen. Und ich habe versäumt, sie nachzuzählen. Dann gewähre ich Herrn Armknecht eben Rabatt. Der soll sich nicht so haben. Wer hat es denn gekauft? Stopp, komm wieder aus dem Sarg zurück. Davids Geschichte stimmt? Er wäre nicht der erste Angestellte, der bei seinem Boss lange Finger macht. Was meinen Sie? Okay. Also, entweder hat er es genommen oder die Oma. In Ordnung. Aber, dass mir keine Klagen kommen. Hallo, David. Hi. Ach, du bist doch dieser Tim-Dingsbums. Spielst wohl den Kontanetti, hä? Das schlägt ihm nicht. Da bist du nicht der Erste. Was sieht an, Kleiner? Ich will mich einfach davon überzeugen, ob man dich schon wieder auf die Gesellschaft loslassen kann. Tag in Freiheit. Du hast du brav alles, was dir dein Chef sagt? Was bedeuten die Striche an der Wand? Die? Jeder bedeutet einen Tag in Freiheit. Ich dachte immer, so zählt man im Knast die Tage bis zur Entlassung. Okay. Finger weg, sonst kracht's. Also, so viel zu entdecken gibt's jetzt hier auch wieder nicht. Okay, wir könnten mal die andere Frage stellen. Bist du brav alles, was dir dein Chef sagt? Logo. Bering gibt mir ne Chance. Und wenn es ums Beisteln oder Reparieren geht, hab ich freie Hand. Chefchen hat zwei linke Daumen. Ich kenne ihn. Er wirkt harmlos, als habe er eine reine Weste. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass er dich ausnutzt und du es nicht mal bemerkst. Warum kann ich denn nicht die Frage stellen, wer diesen Kürbis gekauft hat? Das wäre doch jetzt interessant. Das kann nicht die Oma sein, oder? Entschuldige, Tim. Du machst dein Gesicht, als hättest du nicht alle beisammen. Ich, äh, der Kürbis da. Ja? Ich habe ihn einem netten jungen Mann abgekauft. Wenn doch alle Jugendlichen so zuvorkommend wären. Ey, das kann nicht sein, dass sie am Ende die Komplizin ist, oder? Wir vermuten, dass die Zeichen im Deckel dieser Lampe eine Botschaft von Hebner an seinen Komplizen tragen. Und das sagst du erst jetzt? Na los, sieh nach. Worauf wartest du? Mal sehen, was sie davon halten. Ja, sieh nur, Tim. Ein Auge. Eine Mondsichel. Ein Stern. Und das letzte Zeichen sieht aus wie eine Palme. Was hat das zu bedeuten? Wir haben noch einen Hinweis erhalten. Er lautet, keinen roten Hering. Roter Hering, roter Hering. Da klingelt was ganz hinten in meinem Oberstück. Nein, das ist die nicht. Stand nicht etwas darüber in einem meiner Bücher? Das war Zufall. Ich glaube, die wollen uns jetzt hier auf die falschen Pferde führen. Und die hat zufällig auch einen von denen gekauft. Und dadurch hat jetzt der wirkliche Komplizen, nämlich der Bösewicht da bei den Büchern, hat jetzt das nicht bekommen. Hat ihn Häppner gedroht sich... Nein, das... Nee, das glaube ich nicht, dass die Oma mit der Katzenpension die Komplizen... Nee. Nee, es ist schon... Das muss schon der Schlingel da im Krimi-Laden sein. So. Der Wemp. Kennen Sie Bodo Häppner? Kennen Sie Bodo? So, jetzt gucken wir hier in die Bücher rein. Irgendwo... Gucken wir denn, sehen wir denn immer Bücher. Bei der Oma. Ach so. Ja, das kann ich natürlich auch mal gucken. Ach ja, stimmt. Ach so, ich dachte, sie hat das gelesen im... Sind das alles Kriminalromane? Darunter befinden sich auch Nachschlagewerke rund um die Welt des Verbrechens. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob im Kleinkriminologen etwas über rote Heringe steht. Na, wer sagt es denn? Hier steht etwas über rote Heringe. Sei so gut und lest es mir vor. Heringe. Rote. Als roten Hering bezeichnet man in der Kriminalistik Spuren, die von Straftätern absichtlich ausgelegt werden, um die Ermittler in die Irre zu führen. Der Ausdruck Red Hering stammt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo einst flüchtige Verbrecher in Tomatentunke eingelegte Heringe benutzten, um Spürhunde zu verwirren. Siehe auch, Spur. Falsche. Und was sagt uns das? 13 Kürbisse gab es. Wenn ich richtig liege, dann ist Ira der einzige, der nicht in die Irre führt. Weil bei den anderen stets ein Fisch auftauchte, hat Armknecht erkannt, dass sie ihm nichts nützen. Bleibt die Frage, was man mit diesem Kürbis machen soll. Reden wir von Uli Armknecht? Dem Kellner? Ach, mein Enkel. Dann gebt ihm doch den Kürbis einfach und passt auf, was geschieht. Oh, Oma. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber mal gucken. Die Oma will ich gerne. Doch, ich will die wirklich austauschen. Das war am liebsten gegen den. Ich nehme den Kürbis dann mal mit. Vielen Dank, Frau Michels. Die Oma kommt am Ende durch die Wand. Das kann sein. Das kann sein. Okay. Aber wie erklären wir denn jetzt dem Typen, ich habe in der Katzenpension ihren Kürbis gefunden. Also, ich bin mal gespannt. Okay. Guck mal, wie er reagiert. Herr Armknecht? Herr Armknecht! Ähm, wir haben ja etwas für Sie. Von, äh, von Herrn Behring. Aus dem Horrorladen. Mensch, das ist ja nett. Danke. Warte, ich gebe dir Trinkgeld. Nein, danke. Das habe ich gern gemacht. Hm. Er unternimmt garantiert nicht, solange ich vor seiner Nase stehe. Jetzt wäre in der nächsten Szene, würde Tim hier draußen so vor dem Fenster reingucken. Okay, so, wie machen wir das jetzt hier? So direkt davor. Oder soll jetzt einfach jemand anders da reingehen? Na, mal gucken. Aha! Psst! Gucken Sie sich etwa einen Kürbis an? Sie sind verhaftet! Tja, na, wen nehme ich denn jetzt hier? Ich muss das hier erst checken. Hm. Willi? Gleich, gleich. Ich kann einfach nicht widerstehen. Also wenn dieses Casino-Ding jetzt am Ende in dem ganzen Spiel nichts zu bedeuten hatte, dann sind wir wieder auf der, auf der Spur der Originale, der Originalspiele. Aber auch schon ähnlich, dass wir so ungefähr bis zur Hälfte, wir brauchen erstmal, was haben wir jetzt hier gespielt irgendwie? Vier Stunden. Wir brauchen erstmal vier Stunden, bis man so halbwegs checkt, dass es losgeht. Okay. Tja, gucke ich nochmal in die Notizen, oder was? Ja, Hälfte, habe ich doch gesagt. Uli Armknecht hat mit keiner Miene verraten, ob ihm der Kürbis etwas sagt. Die KG sollte ihn im Auge behalten. So, gucke ich jetzt, gucke ich jetzt immer rein, oder was? Wenn du was bestellen willst, wende dich an Melissa. Das ist ja der beste Kellner der Welt. Kennen Sie Bodo Hetner? Bodo Hetner. So, was mache ich denn jetzt? Ich muss erst nochmal irgendwie im Auge behalten, das heißt, mach was anderes. Ja, das stimmt schon. Ich muss erst nochmal in Gabis Zimmer hier, irgendwas absprechen. Mein Riecher sagt mir, dass Hetner etwas vorhat. Aber er sitzt doch im Gefängnis. Und bisher wegen guter Führung in den offenen Führern. Nee, ich glaube, das Zimmer ist es nicht. Karl nochmal. Der Melissa reden. Führen Sie auch Grusel rum? Kennen Sie Kommissar Glockner? Nee, das haben wir schon alles. Das haben wir schon alles. Glockerladen nochmal. Ach, okay, ich kann mit allen mit ihm reden. Oh, okay. Hallo David. Jetzt bekommst du Oskar mal ganz zu sehen. Weißt der? Mich hat nämlich schon mal eine Dogge quer durch die Nachbarschaft gejagt, nachdem eine Alarmanlage losgegangen ist. Aber nein. Wie du siehst, kann Oskar dich gut leiden. Das spricht für dich. Was hältst du von Herrn Kruschwitz? Hätte man dich in der JSA besuchen können? Was hältst du von Herrn Kruschwitz? Erst dachte ich, Mann, der ist total locker drauf. Und dann? Hey, der will mich bloß für seine privaten Geschäfte einspannen. Gefälligkeiten, Botengänge, Schulbesuche und so weiter. Aber so kam ich zu meinem Job und der Bude hier. Mit Kruschwitz nimmt man jede Hürde. Er ist der volle Kumpel. Nur gut, dass er auf der richtigen Seite steht. Er ist der volle Kumpel. Ui, ei, ei. Okay. David, du bekommst Besuch. Sofern er durch die Tür passt. Hallo, ich bin Willi Sauerlich. Ach, du bist doch der, der immer bloß Schokolade im Kopf hat. Ich mag keine Schokolade. Damit fängt man sich bloß Pickel ein. Ach was, das ist mit der Pubertät. Um Schokolade kommt man einfach nicht herum. In meinem Freundeskreis bin ich auch immer der volle Kumpel. Ja. Hast du wirklich dauernd Autos geknackt? Was halten denn deine Eltern von deiner Lage? Die? Keine Ahnung. Die waren wegen mir völlig durch den Wind. Was sollen denn die Nachbarn von uns denken, hieß es. Sie sind weggezogen. Egal, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen. Ich glaube, meine Eltern wären da ganz anders. Ich hoffe es zumindest. Pass auf, dass dich David nicht gleich einspannt. Hi David, ich bin Carlos der 9b. Herr Behring sagte, ich soll mich nicht von dir einspannen lassen. Was meint er damit? Keine Ahnung. Wir können ja darüber nachdenken, während du mir das Werkzeug rübergibst. Lieber nicht. Ich möchte mich nicht schmutzig machen. Die Werkbank ist genial. Irgendwann verrate ich dir mal das Geheimnis der schwarzen Kiste. Aber das hier geht vor. Hast du dich ganz alleine eingerichtet? Kannst du denn von dem Job einigermaßen leben? Geht so. Viel Geld gibt es nicht. Aber ich darf hier umsonst wohnen und bekomme eine warme Mahlzeit. Es ist ja auch nur vorübergehend. Ich glaube auch, dass sich etwas Besseres finden lässt. Immerhin hast du Maschinenbau gelernt. Bunkergelände nochmal gucken. Ob ich nicht nochmal ein paar Schritte... Nee, da ist noch nichts. Ich muss das hier erst checken. Hm. Ist auf dem Globus was markiert gewesen. What? Hier drin? Achso. Nee, ich glaube nicht. Das ist einfach nur die Karte. Was bedeuten die Striche an der Wand? Bust du brav alles, was dir dein Chef... Bust du... Oh, das hatten wir ja schon. Okay. Der Tim hat sich doch nicht da drauf gewöhnt. Oder jetzt doch. Hey! Wenn sich hier jemand herumtreibt. Zeigen Sie sich! Hallo? Was... Was ist das denn für ein Vieh? Wo... Wo ist der hin? So, jetzt aber Tim. Let's go. Das also hat Karl gesehen. Ist das ein wildlebender Wolf oder was? Dieses Gelände zu betreten, erfordert viel Mut. Und noch mehr Dummheit. Und noch mehr Dummheit. Wo macht das denn nicht? Er macht das nicht. Schade, ich dachte wirklich, jetzt hätten wir Tim mal... Jetzt hätte er mal seinen Mut zeigen können. Ja, wir schicken nachher die Oma da aufs Gelände. Nochmal hin. Mann, was geht denn hier ab? Ich habe Sie gefragt, was Sie hier zu suchen haben. Noch dazu in dieser lächerlichen Aufmachung. Wissen Sie überhaupt, dass das militärisches Gelände ist, Mann? Aber dies ist doch kein aktiver Stützpunkt, bitte sehr. Ich? Ich betreibe Forschung. Denken Sie doch an Ihre Sicherheit, Mann. Wenn ich Sie blindlings aufs Sperrgebiet lasse, bekomme ich Ärger mit... mit meinem Vorgesetzten. Oh, Sie sind vom Militär? Was dachten Sie denn? Ich bin... Ich bin Oberstarmknecht. Ich... Ich trage Zivilklamotten, um... Wenn ich Sie noch einmal hier erwische, dann... Dann ziehe ich Ihnen persönlich den Hosenboden stramm. Hehehehe... Oberstarmknecht. Ach du meine Grimpen. Also... Das ist auf jeden Fall jetzt der Komplize. Das wissen wir jetzt. Wehrwölfe. Vampire, Teufelsrunde, bitte sehr. Aber mit dem Militär lege ich mich nicht an. Verfext, ich wäre gerne aufs Gelände gelangt. Wenigstens einmal. Das ist dieser komische Professor. Ich rausche lieber ab, bevor er mich entdeckt. Oder der falsche Oberst zurückkommt. Tja, jetzt ist er weg. Tja, was machen wir jetzt? Dann zieht er dir den Hosenboden stramm. Mal kurz gucken. Der Professor habe auf dem Bunkerglende nichts zu suchen, weil es zu gefährlich sei. Wer soll dem Kellner es abkaufen? Profitlich allerdings ließ sich beeindrucken. Er hat was liegen lassen? Von mal wo? Im Krimiladen? Ah, ich kann es aber nicht nehmen. Na gut. Ja, wo ist der jetzt? Hm. Nee, hier bleibe ich nicht. Nee, jetzt sag nicht, der macht irgendwas mit der Omi. Jetzt hört auf mich zu schocken hier. Hat ihn Heppner gedroht sich zu... Nein, der... Könnte er noch sein. Das sieht so einen ganzen Tag aus. Haben Sie schon mal jemanden im... Äh... Tim, jetzt wo Herr Kruschwitz gegangen ist, möchte ich, dass hier wieder die alten Regeln Einzug halten. Du hast im Nebenraum nichts zu suchen. Willi noch mal? Ich bin dann ausgerechnet Willi. Hallo Frau Michels. Was Armknecht betrifft, sind wir immer noch nicht schlauer. Den muss man wohl rund um die Uhr observieren, um... Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir unterbrechen kurz unser Programm. Soeben erreichte uns die Meldung, dass einem Inhaftierten der JVA Hollergrund die Flucht gelungen ist. Was? Wir schalten nun live zu unserer Kollegin vor Ort. Ich stehe vor der JVA Hollergrund. Sie hören selbst, man ist in heller Aufregung. Die Gefängnisleitung, die Polizei, die Medien... Ihnen allen geht es um die Frage, wie war es möglich, dass einem Gefangenen, Bodo Heppner, der wegen Bankraufs einsaß, dermaßen greif die Flucht gelangt. Treten Sie bitte zurück. Wir ermitteln hier. Und da ist auch schon Kommissar Glockner. Herr Glockner, wie konnte die Flucht gelingen? Er hat Hilfe von außen gehabt. So viel steht fest. Es wurde beobachtet, wie ein Geländewagen ausscherte und zielgerichtet gegen die Außenmauerkrachte. Heppner musste von Kenntnis gehabt haben, da er sich im Moment des Crashs unmittelbar hinter der Mauer aufhielt. Das Kennzeichen des Jeeps, in dem er fluh, war abgeklebt. Keiner der Augenzeugen konnte genaue Angaben zur Person... Und dort kann man ihn nie mehr finden, das ist klar. Ja, leider gerät dieser auch nicht ins Blickfeld der Kameras. Um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen, die Fahndung läuft auf Hochtouren. Das ist aber leider Berufsverkehr. Danke, Kommissar Glockner. Wir halten Sie daheim auf dem Laufenden und melden uns wieder, sobald wir eine genaue Beschreibung des Täters vorliegen haben. Damit gebe ich zurück ins Studio. Sie halten Sie auf dem Laufenden und machen nun weiter mit Rimsky-Korsakov und seinem Opus 35, Chee-Razade, gespielt vom Philharmonischen Orchester. Das ist vielleicht ein Ding. Das mit dem Jeep muss Armknecht gewesen sein. Wie konnte er aus vier blöden Symbolen einen ganzen Fluchtplan herauslesen? Oder tun wir ihm Unrecht? Wir dürfen uns auf keinen Fall anmerken lassen, dass wir was mitbekommen haben. Aber seid vorsichtig. Kommissar Glockner wird es gar nicht gefallen, dass ihr bei so gefährlichen Leuten auf eigene Faust ermittelt. Auf dem Auto war ein Aufkleber-Oma an Bord. Ja, hm. Nee, das Orchester können wir jetzt nicht mehr hören. Chee-Razade hören. Waren Sie mal selber bei der Polizei? Ja, okay. Okay. Hier habe ich Armknecht zuletzt gesehen. Ob sich Häppner an diesem Ort versteckt hält? Um das zu überprüfen, müsste ich aufs Geländer. Ja, dann jetzt mal bitte. Station, Stolperfallen, ein scharfer Hund, drüber Aussichten. Wenn mich nur jemand führen könnte, ja dann. Ach, der Weirre oder was? Was kriegen wir denn denn? Dieser Gefängnisausbruch. Oder die Oma? Lassen Sie mich raten. Der liebe David hat eine Auszeit genommen. Hä? Ach, du meinst diesen Häppner, der entkommen ist. Aber wenn du David suchst... Der ist hinten. Den wollte ich mir schon lange mal vorknöpfen. Soll ich? Was ist denn jetzt mit ihm? Du bist doch so ein Autofreak. Was hast du der Klasse erzählt? Nächtliche Spritztouren mit Papas Auto? Die Karre vom Nachbarn in den Graben gesetzt? Mit anderen Kids Wettfahrten in geklauten Wagen bestritten, bis es crasht? Das tönt dich ungemein an, was? Schnell meinen Jeep geklaut und gegen die Wand gesetzt. Das trifft nicht. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Hältst du ihn wohl für ganz schlau, was Kleiner? Danke. An deiner Stelle würde ich fix das Weite suchen, sonst kann die gute Gabi deine Knochen einzeln zusammensuchen und dann ihren Wauwau verfüttern. Na, was ist? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Herr Behring? Sag mal, das war ja nicht mit anzuhören. Ich dachte, du bist Detektiv und kein Raufbold. Aber, 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 haben Sie nicht mitbekommen, wie David ausgetickt ist? Wenn hier einer ausgetickt ist, dann wohl du. Alter, was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem los in diesem Teil? Das ist ja nicht zu glauben. Unglaublich. Ich musste ich beten, das Gelände zu verlassen. Das war mir eben so nach dem Film raus. Ich bin der Freund von Gabi Glockner. Lassen Sie mich durch. Herr Glockner muss jeden Moment eintreffen. Da kannst du nicht hin. Okay, dann vielleicht mal nur Gabi. Alter, also der Hund ist auch irgendwie nicht so der Knaller irgendwie. Ich finde den Hund doch irgendwie furchtbar unerzogen. Das kann ich leider nicht zulassen, junge Dame. Ähm, okay, wir müssen erst mal zu dem Vater noch gehen. Oh. Oh. Haha, geh mal nur ran. Dabei hätte er in aller Ruhe seine Strafe verbüßen und dann die Beute holen können. Was ist denn mit Oskar los? Sieht so aus, als hätte er einen neuen Spielkameraden gefunden. Oskar, aus! Ist ihm auch scheißegal. Hat die Polizei den Jeep ausfindig gemacht? Ob Hebner wegen meines Artikels geflohen ist? Ja, das wird sein, Gabi. Aber darin stand doch nur das, was er dir gesagt hat. Oder sehe ich das falsch? Sicher. Der Rest der Ausgabe war Schülerkram. Was wir halt so tun und lassen sollen. Und jetzt lass uns so tun, als dürfte ich einen Blick auf die Fluchtstelle werfen, okay? Na meinetwegen. Ach, deswegen war der beim Gärtner. Ah, ja. Hm. Alter, der was? Also irgendwie finde ich den Oskar komisch. Und das muss man erst mal schaffen, dass ich den Hund von der Gruppe komisch finde. Hebner hat sich unmittelbar vor dem Ausbruch im Kräutergarten der Anstalt aufgehalten, wo er schon öfter gearbeitet hat. Dabei muss ihm eine Schwachstelle der Mauer aufgefallen sein. Komm, ist ja, Glockner verlangt vom TKG, sich vom Tatort fernzuhalten. Okay. Da sind wir wohl jetzt da durch, oder wie? Tim ist schon für drei Orte gesperrt. Das muss man auch erst mal schaffen. Na, will mich hier keiner einspannen? Das Waschbecken funktioniert endlich. Und die schwarze Kiste? Naja. Ach, ich seh schon. Von mir aus kannst du mal einen Blick drauf werfen. Wozu ist der Kasten gedacht? Ich experimentiere noch. Erwarte nicht zu viel. Gib mal was von dir. Bok, 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 bok. Was? Hä? Sprechprobe, Karl Vierstein. Ähm. Ähm. Sprechprobe, Karl Vierstein. Das beeindruckt wohl nicht. Okay, warte mal. Moment mal. Da muss ich gerade noch mal. Da muss ich noch mal kurz sehen. Okay, also. Wie war das mit dem perfekten Lärm? Ähm. 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 Ich mach mal das Heul. Ähm. Ähm. Tierisch, aber zu träge. Was, 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 was ist das denn? Warte mal. Jetzt wird hier aber alles, also jetzt kommt das Huhn. Ich weiß auch nicht, weil, also, manche Sachen hier checke ich null. Okay, also. Wie war das mit dem perfekten Lärm? Bok, 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 bok. Was war das? Gockel-Alarm? Ähm. Ähm. Was haben wir hier gerade gefunden? Okay. Okay, also. Wie war das mit dem perfekten Lärm? Okay. Oh, das war ein Tick zu heftig. Ich flicke das später. Nichts schult das Auge mehr als eine Reparatur. Wie? Was war es, oder? Was geschieht hier? Das war jetzt das, was passieren sollte, oder? Okay, Moment mal. Ich mach noch mal den letzten Lärm. What the fuck? Okay, also. Wie war das mit dem perfekten Lärm? Wie männlich. Okay, ich hab keine Ahnung, was das hier für eine Szene ist, oder was das überhaupt soll. Ich, äh, ich check's nicht. Keine Ahnung. Hast du von Hedners Ausbruch gehört? Warst du mal in einem Kriegsbunker? Kennst du einen Uli Armknecht? Hat sich Herr Kruschwitz mal wieder blicken lassen? Wie klappt das mit Herrn Behring? Warst du mal in einem Kriegsbunker? Nö, was soll ich da? Ich brauche Platz und viele schnittige Kurven. Kann ich mir denken. Okay, warte mal. Da haben wir jetzt noch einiges zu fragen. Ich hab da aber alle Sounds jetzt abgesperrt, oder? Okay, also. Wie war das mit dem perfekten Lärm? Sprechprobe. Das hab ich aber alle gemacht. Sprechprobe. Karl Vierstein. Doch, doch. Warst du mal in einem Krieg? Hast du von Hedners Ausbruch gehört? Kennst du einen Uli Armknecht? Nö. Wer soll'n das sein? Ein Mann, der weder lesen noch schreiben kann, aber den Führerschein besitzt. Hm, müssen wir das alles fragen? Oder geht's hier irgendwo weiter? Kann schon sein, dass wir da noch ein bisschen was fragen. Kennst du einen Uli Armknecht? Wie klappt das mit Herrn Behring? Hat sich Herr Kruschwitz mal wieder blicken lassen? Kruschi hat so viele unter seinen Fittichen. Ich bin nicht der Einzige, der mir Papiere für ein stressfreies Leben besorgen muss. Der wird nachts schon von Stempeln und Unterschriften träumen. Tja, er ist ein Meister seines Fachs. Nee. Da ist, glaub ich, nix mehr. Alles in Ordnung? Hedners Ausbruch hat mich total umgehauen. Tim, er war genau von dem Moment an anders, als er die Schülerzeitung las. Komm, dein Artikel war klasse. Auch wenn mir deine Aktion nicht gefiel. Bei einem wissenschaftlichen Beitrag von Karl. Ja, da wäre er sofort eingeschlafen. Na, mal Karl. Wenigstens wurde sein Foto vom Bunkergelände genommen. Hm, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ihr wollt ja mal bei der Oma gucken, ne? Jetzt haben alle Angst um die Oma. Hat ihn Heppner gedroht? Nein, da... Aber mit wem? Wo könnte Bodo Heppner sein? Ha! Willi wieder? Waren Sie mal selber bei der Polizei? Gott! Das ist nix bei der Oma. Aus, Oskar, aus! Was hast du denn bloß? Aus, Oskar! Himmel! Die armen Katzen schafft den Hund hier raus, bitte! Schäm dich, Oskar! Wenn es um Katzen geht, bist du manchmal unausstehlich. Lass doch bitte den Hund zu Hause. Das ist ja das Nervigste in diesen ganzen Folgen, was es nur gibt. Deswegen sag ich ja, bei 5 Freunde, da löst ja auch der Hund immer die Fälle. Der findet dann irgendwas oder so. Bei TKG nervt er einfach nur. Zumindest in Spielen. Bei den, ähm... Bei den, ähm... Hüppiger weiß ich nicht. Okay. Kann ich noch mal auf ein Revier gucken? Ja, wieder ein Minigame. Danke. Wie der... Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass das jetzt gerade die Aktion war, die ich machen musste. Ich kann mich nicht um alles und jeden kümmern. Okay. Was? Also die Minigames in diesem Teil sind doch erheblich einfacher, sage ich mal so, als im letzten. Und wie der TKG ist geschafft. Wo Zeitungsartikel. Lass mich mal gucken, ob der mit dem spinnt. Na, wir können ja nur... Das Teil macht mich noch wahnsinnig. Auf ein neues. Oha, der wollte wohl raus. Sieht aus wie ein Metalldetektor. Äh, Herr Glockner, wo soll ich mit diesem Detektor hin? Ach, der gehört längst aussortiert. Schaff ihn mir einfach aus den Augen. Ich nehm's auf meine Kappe. Hm, dann kommt er halt mit. Er könnte uns nützlich sein. Seit wann haben wir denn so ein Geräusch, wenn wir das einpacken? So, jetzt fang ich hier auf. Störfaktor weniger. Ich möchte dich bitten, nicht mehr aufs Revier zu kommen. Du siehst ja, womit ich mich herumschlagen muss. Siehst du das ein? Natürlich, Herr Glockner. Notfalls muss ich Gabi mit Ihnen kurz schließen. So. Können wir denn immer noch bei der Hälfte sein? So, jetzt... Jetzt gehen wir mal aufs Gelände, sag ich. Es geht nichts über ein Wunderwerk der Technik. Puh. Mal sehen, was die Technik so hergibt. Darauf ist absolut kein Verlass. Was? Das war's jetzt? Gut. Reparieren? Wo reparieren wir den denn? Hier? Hörerladen? Kann man sowas reparieren? Woher beziehen Sie Ihr Sortiment? Ach so, ach der Typ hinten. Ja, ja, doch. Hast du von Hebners Ausbruch... Wie klappt das mit Herrn Behring? Hat sich Herr Kruschwitz mal wieder blicken... Kennst du einen Uli Armknecht? Warst du mal in einem Krieg... Hast du von Hebners Ausbruch... Wie klappt das mit Herrn Behring? Ich hab erst einmal Mist gebaut. Als ich Ware verkauft hab, die reserviert war. Aber verkaufen macht Spaß. Ich war verdammt nett zu der Alten. Solange du in ihrer Gegenwart nicht Alte gesagt hast... Ich hab den Akustikmelder des Kastens deaktiviert. Auf die Dauer nervt er ganz schön. Sag mal, traust du dir auch zu, einen Metalldetektor zu checken? Ach, und ich hab mich schon gefragt, was du da mit dir herumschleppst. Ich kann ja mal einen Blick draufwerfen. Da haben wir ja das Prachtstück. Sieht aus, als wären ein paar Kontakte lose. Ich kann dir nichts versprechen, Karl, aber ich will mein Bestes tun. Es eilt nicht. Aber es wär cool, wenn's funktioniert. Na klar! Es eilt nicht. Wir können doch nicht erst bei der Hälfte sein. Caro, Hilfe! Mara und Hackerin Caro sind wir wirklich bei der Hälfte? Das kann nicht sein. Das wäre das längste Spiel der Welt. Ich glaube, ich gucke nochmal. Ja, na gut. Ja, 20.30 Uhr. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Caro schon im Bett ist. Nein, da ist sie noch. Wir brauchen schon noch Zeit. So, David traut sich zu, um den Detektor zu reparieren. Sie fragen, wie lang dauert das? Kann ich jetzt Zeug wieder hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, da ist es. Wie sieht's aus? Die Stromversorgung war unterbrochen. Ich musste eine Menge Kabelsalat entwirren, aber dann hatte ich es. Nimm ihn mit und probier ihn aus. Hier geht das schlecht. Privatkram während der Arbeitszeit, du verstehst? Klar. Vielen Dank. So, jetzt geht's endlich mal auf das Bunker. Geht trotzdem auf, wenn du dich im Dunkeln rumtreibst. Können wir den hier mitnehmen? So, jetzt aber. Das hört sich schon ganz anders an. Aber wenn das Gerät nun mitten auf dem Gelände ausfällt. Mann, ein falscher Schritt und ich könnte ein Bein verlieren. Nein, danke. Das kann jetzt nur Tim, oder was? Komm. Kann Tim auch den Detektor bedienen, ist die Frage. Dann mal los. Ich muss dort lang gehen, wo der Detektor minimale Werte anzeigt. Oh nein. Ich weiß zwar nicht, was ich genau suche, aber nur wer wagt, gewinnt. Also, Ohren auf und sich ganz bedacht vorarbeiten. Bloß keine hastigen Bewegungen. Wie gehe ich denn? Wie gehe ich denn? BASD? Pfeiltasten? Brauchst du Hilfe? Ja. Wir gehen mit der Maus. Das mache ich doch gerade. Ach so. Ich muss den erst. Ach du Schande. Ui. Ui, der ist aber jiggly. Wie jetzt? Hm. Hä? Mann, das könnte explodieren. Shit. Shit, 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 shit. Ich dachte, wenn man schnell drüber geht. Wenn man schnell über Minen geht, dann passiert nichts. Ja, aber wo soll ich denn rausgehen, wenn ich... Wo muss ich denn überhaupt hin? Shit, 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 shit. Wo muss ich hin? A. B. Oh nein. Hier. Ja, so leichte Schnee-Labyrinth-Vibes hat es schon. Hä? Kann das sein? Hm. Was finde ich hier ausgehoben? Wo muss ich denn hin? Da in die Mitte, glaube ich. Oh. Aha. Hm. Oh, ist die jetzt? Aha. Ah, Mann. Ah, wie jetzt? Ah, wie jetzt? Einmal außenrum? Eine Bombe? Nee. Hm, wie jetzt? Aber ich muss da links einmal außenrum, oder wie? Oh nein. Ah, wie jetzt? Was? Nein. Oh nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Jemand mit ihren heißen Drahtkacke, ey. Ich wünsche mir das Taubengeräusch zurück. Ja, ich auch. Was macht STRG H? Oh! Komm, so machen wir schnell. Das ist ja mal nett. Das ist wie bei Snap the Snappy, wo man dann das Kreuz kriegen kann. Aha. Komm. Oh, wie willst du denn da in die Mitte? Ach, da hinten durch. Okay. Das ist der erste Cheatcode, den ich jemals in einem TKG-Spiel gesehen habe. Hey, Moment mal. Diese Stelle kennen wir doch. Das ist das Gebüsch, wo das Vieh des Professors sein Unwesen treibt. Schnell den Detektor wegpacken. Sonst verrät er mich noch. Oh, Schnauze! Ganz ruhig. Hier tut ja keiner was. Oh, Schnauze! Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Okay. Habe ich es mir doch gedacht. Eine Attrappe. Und davon haben wir uns ins Boxhorn jagen lassen. Ähm, offenbar reagiert das Teil auf Licht oder Geräusche. Moment, hat der Dave bitte mitzunehmen? Jetzt hat er ein letztes Stücklein geschlagen. Oh, da! Das tat gut. Tim macht mal ein Geradiging zum ersten Mal. Oh, der hier versteckt ist. Der hier versteckt ist, der jetzt gewarnt. Bei dem Lärm, den ich gemacht habe. Den Kopf sollte ich als Trophäe behalten. Vielleicht schenke ich ihm Karl. Als Andenken an seinen Ausflug in die Krypto-Zoologie. Hä? Wo geht's denn da hinunter? Ein verborgener Einstieg. Hallo? Ist da wer? Der geht ganz schön tief runter. Alles verrostet. Wer da runtersteigt muss echt lebensmüde sein. also streng ich denke wenn ich runter hallo bankroll wird verhaftet das ist wie dumm da einfach rein zu rufen taschenlampe kann ich nicht nehmen ich glaube ich kann nichts machen jetzt david armknecht jeder ist auf seine weise erfindungsreich wer hat sich das wohl einfallen lassen gut den ungefährlichsten weg beherrschen im schlaf trotzdem ist es mir auf dem gelände nicht geheuer kann ich nicht noch taschenlampe nehmen ok gefährlich kann jetzt nicht die oma fragen oder hat ihn hätte gedroht nein das ihn könnte die attrappe interessieren ist ja gar keine mehr wo steckt denn ihr keller haben sie von hebners ausbruch gehört wo steckt denn ihr keller uli das wüsste ich auch gern wir haben heute abend geschlossene gesellschaft ach darum machen sie sauber sonst ist es ja hier ekelhaft dreckig ja miss marple miss marple auf diesen ausgemachten schwindel ist sogar ein professor der kryptozoologie hereingefallen kryptozoologie wer glaubt denn an solche am märchen da muss man nicht ganz gescheit sein wo könnte bodo heppner seine beute versteckt haben meinen sie heppner hat er einkommen also ok horrorladen ich glaube david hat als bastelfreak echt was auf dem kasten das lob wird er gerne hören ich richte es ihm aus wenn er zurückkommt ach er ist gar nicht im hinterzimmer nach so viel knast macht er bestimmt viele spaziergänge mit so viel platz um sich herum wie irgend möglich hat halloween ein das das mehr verfragen ne ne kann sie mir jetzt öfter mal den kopf zeigen den burschen hat tim in hageforst süd gefunden er könnte mit heppner zusammenhängen entweder versteckt er sich dort oder seine beute könnte sich das geld denn gut in einem bunker halten hageforst süd leicht mit dem fahrrad zu erreichen aber nicht ungefährlich die beute handlich verpackt mhm eigentlich ein prima versteck mhm tja ich weiß einfach zu wenig über den bunker mhm 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 Sie lügt. Ist auch nicht, die steckt da mit drin. Okay, da können wir auf jeden Fall jetzt immer so einfach hin. Das hat sich ja fein ausgetüftelt. Okay. Hier geht jetzt nix mehr, ne? Die macht die nur noch sauber. Findet der Spielautomat gar keine Verwendung mehr? Wenn Gäste eingeladen sind, lassen wir ihnen das vergnügen. Aber nur, um sie ein wenig zu schröpfen. Jeder Versuch kostet einen Euro. Und herauskommen, Drops. So finanziere ich neue Requisiten für das Café. Och, und ich hatte gehofft, damit ließe sich eine Falltür in den Folterkeller öffnen oder so. Das ist immer sehr transparent. Nur, um sie zu schröpfen. Nochmal zur Oma. Hä, wo soll denn hier was sein mit einer Zeitung? Wo könnte Bodo häp... Ha! Die Internette, oder was meint ihr? Also das kann wirklich das längste Spiel aus der ganzen Reihe sein. Wo soll Gabi denn die Zeitung bekommen? Ach so, die guckt ja immer, stimmt, die guckt ja immer hinten bei dem Flughafen. Ich habe 500 Exemplare der Schülerzeitung ausgedruckt. Aber langsam wird es Zeit, dass Silke und Achim zurückkommen. Wenn Herr Albertson etwas macht, dann aber richtig. Alles schon fest verschnürt. Da ein Exemplar herauszuzerren, kommt nicht gut. So, das Exemplar ist für Frau Michels. Dann hat sie die aktuellsten Informationen zum Bunkergelände Hageforst Süd. Oh Mann, das ist es. Häppner hat durch unsere Schülerzeitung erfahren, dass der Bunker bald abgerissen wird. Nicht er steckt da unten, sondern das Geld. Na gut, das... Ja gut, das haben wir uns ja schon mal so ein bisschen gedacht. Aber nicht, dass er abgerissen wird, da habe ich nicht dran gedacht. Okay. Dann gehen wir mal mit, Willi. Eine Ausgabe, Internata. Bitteschön. Hier steht etwas über das Bunkergelände drin, auf dem Häppner seine Beute versteckt hat. So, der Bunker soll komplett abgerissen werden. Da haben wir das Motiv für den Ausbruch. Sobald er die Polizei abgehängt hat, wird Häppner gefälschte Papiere besorgen. Die Beute holen und sich absetzen. Meidet die Gefahren des Bunkers. Haltet euch an den Komplizen. Bestimmt muss er die nötigen Papiere beschaffen. Mhm. Okay. Aber wo ist der? Wo ist der Typ? Ist der jetzt hier auf der Feier? Ähm... Ähm... Hat Halloween eine lange Tra... Hat... Das Wort... Jetzt doch in den Bunker rein, oder wie? Entweder sollte der mechanische Hund die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder ungebetene Gäste abschrecken. Hä? Hä? Wo geht's denn da hinunter? Ein verborgener Einstieg. Hallo? Ist da wer? Da wird es ganz schön tief runter. Alles verrostet. Wer da runter steigt, muss echt lebensmüde sein. Flixt, wir machen was. Mal schnell hier gucken. Die Polizei fehlen immer noch handfeste Beweise. Sehr, das stimmt. So nicht Freundchen, spritztouren, Tischlämpchen, kleine Ausraster, alles auf meine Kosten. Wo treibt er sich bloß wieder herum? Die Zecke wollte doch kommen. Oh, hat es Scherben gegeben? Wie? Ach, mein Angestellter hat wohl einen Tischkürbis fallen lassen. Mhm. Okay. Ah, sonst kann ich ja auch nichts machen, ne? Ja. Bahn frei. Was haben wir denn da? Hallo? Das muss der Boden vom Kürbis gewesen sein. Ist das nicht... Ah. CD. Das also war das Pudelskern. Eine CD. Das Pudelskern. Ähm. Ich muss den Versuch wagen. Die CD hat einen fetten Kratzer. Sieht mir nach Absicht aus. Na mal hören. Gut gemacht, mein Freund. Ich wusste, wir Rätselkönige verstehen uns. Wie damals im Zeltlager. Versprich mir, diese CD zu zerstören, wenn du sie gehört hast. Die Zeit alt. Sie wollen den Bunker abreißen. Hol mich raus, damit ich unsere Beute bergen kann. Ich habe im Knast entdeckt, wo früher mal ein Nebeneingang war. Das Tor wurde seinerzeit zugemauert, ist aber brüchig. Nur sieht das keiner. Wegen der Efeuranken. Wir brauchen folgendes. Einen robusten, aufgetankten Wagen. Klebeband. Ach ja, ehe ich es vergesse. Kümmere dich schon mal um die Papiere, damit wir für eine Flucht ins Ausland gewappnet sind. So also hat Armknecht seine Anweisung von Heppner bekommen. Die Symbole hatten überhaupt keine tiefere Bedeutung. Im Kürbis selbst steckte die Botschaft. Gabi muss die CD Schleunigst Kommissar Glockner bringen. Nehmen. So. 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 Zack. Ich muss gleich los. Die Videos der Überwachungskameras auswerten. Warte noch. Schau mal, was ich habe. Also diese Polizei in dieser Stadt, das ist einfach ein Witz. Komm, Oskar. Papis Nerven liegen gerade etwas blank. Der Arme. Die Polizei ist wirklich der absolute Horror. Keine Spuren von Heppner oder Armknecht. Ärgerlich, dass Berufsverkehr war. Nicht einmal die CD wollte es hier anhören. Ist bei dir wirklich alles in Ordnung? Tja, was machen wir jetzt? Aber nur Tim kann zu dem Bunker hingehen? Wer auf das Gelände will, muss der reinste Spürhund für Sprengstoff sein. Nee, nur Tim. Okay. Ich wieder mache jetzt auch mal. Ui. Welche Gefahren lauern in einem alten Bunker? War Heppners Beute nicht sehr unhandlich? Sollten wir beim Stand der Dinge nicht lieber zur Polizei gehen? Ich glaube, zu der Polizei nicht. Was verbindet wohl Heppner mit seinem Komplizen? Was war denn Hageforst Süd für ein Bunker? Also, soviel ich weiß, handelte es sich um einen Nachrichtenbunker, der alle Botschaften in die Heimat und Befehle an die Kriegsfront weiterleitete, selbst unter den erschwerten Bedingungen eines feindlichen Angriffs. Das klingt nach einer unterirdischen Kleinstadt mit lauter Soldaten, Funkern und Laufbooten. Mhm. Auch mal die Infos. Was verbindet wohl, was war denn, was verbindet wohl Heppner mit seinem Komplizen? Jetzt sag nicht, im Bunker kommt da wieder so ein... wie so ein Patterson und Findus Bunkerer zum Spiel. Ach, vielleicht sind das heimliche Geschwister. Labyrinth. Gute Kumpel. Liebhaber. Völlig Fremde, die kooperieren. Ach, die Fäden dieser Welt sind zu vielen Mustern geknüpft. Ich glaube, sie haben hierzulande keine Perspektive gesehen. Das schweißt zusammen. Oh, da steht einfach nur ein Klavier. Okay. Oh. Eine Weltreise. Eine Weltreise? Also ich würde mir von so viel Geld ein Häuschen im Grünen kaufen. Mit Garage. Und in der steht ein Ferrari drin. Mein Vater Hermann Sauerlich. Der Schokoladen Sauerlich mit der Sauerlich Villa hat einen 12 Zylinder Jaguar. Auch nicht ohne. Danke für diesen Einwurf. Wie gut kennen Sie Uli Armknecht? Uli? Der arbeitet im Krimis zuhauf. Ein Pfundskerl, aber als Kellner. Eine Null. Der spricht nur mit einem, wenn er was von einem will. Und selbst dann muss man den ersten Schritt machen. Hat er nach mir gefragt? Das sollte mich wundern. Nein, er hat sie mit keinem Wort erwähnt. Hier wollen sich zwei Erwachsenen in Ruhe unterhalten. Hm. Doch. Es kam in den Nachrichten. Wahrscheinlich ist dieser Heppner mit der Beute längst über alle Berge. Da versuchen wir Jugendliche für Recht und Unrecht zu sensibilisieren. Und was zeigt sich wieder? Verbrechen lohnt sich doch. Nicht wahr? Hallo die Herren. Stille. Ja. Besuchen Sie David? Haben Sie von der Fahndung nach dem Jeep gehört? Ja. Besuchen Sie David? Das hatte ich eigentlich vor. Aber er ist ausgeflogen. Nach seiner Zeit im Jugendgefängnis hat er Nachholbedarf. Verständlich. Wenn noch was anliegt, ich schließe gleich ab. Ne, mit der CD rum? Was machen wir mit der CD rum? Der hat ja Verbot. So viel Geld möchte ich mal auf einen Schlag bekommen. Spähen Sie Lotto-Behring. Wer heute zu Geld kommen will, muss aus seiner Haut raus können. Fazit? Und da jeder von uns eine ehrliche Haut ist, bleiben wir in Sachen Geld bescheiden. Kennt Sie Professor Wislav profitlich? Mir sind viele Namen geläufig, aber der ist mir noch nie untergekommen. Das ist ein absoluter Spinner. Eigentlich habe ich schon Feierabend. Was wollt ihr denn mit Gabi? Ich kann ja auch keine CD geben. Haben Sie von der Fahndung nach dem Jeep gehört? Ich staune überhaupt, wie Heppner diese Flucht bewerkstelligt hat. Hatte dein Lehrer nicht erzählt, du wolltest ihn interviewen? Das habe ich. Noch vor seinem Ausbruch. Er hatte vom Gefängnis aus Instruktionen gegeben. Doch, doch, Sie können mir ruhig glauben. Ah, jetzt. Okay. Diese CD hat Heppner Uli Armknecht einem Kellner zugespielt. Sie enthält genaue Anweisungen. Ich vermute, Armknecht war bereits damals in den Bankraub verwickelt. Herr Albertson hat recht. Du und die Jungs, nicht wahr? Ihr seid die reinsten Detektive. Wart ihr bei der Polizei? Moment, dein Vater. Ist er nicht Kommissar? Na, wenn er dir nicht Glauben schenkt. Das würde er. Bestimmt. Aber wir haben im Moment keinen so guten Draht zu ihm. Der Stress. Also, ich kenne eine Menge Leute bei der Polizei. Zeig mir die Scheibe doch mal. Weißt du was? Ich werde mich der Sache annehmen. Wenn Sie meinen, hoffentlich haben Sie mehr Glück als ich. Und nun raus, Leute. Ich will endlich schließen. Oh, jetzt kann sie auch nicht mehr zur Polizei gehen. Okay. Okay. Ist bei dir wirklich alles... Hm-hm. Für Laufpublikum haben wir leider geschlossen. Tut mir leid. Nee, sag nicht. Der hat auch damit zu tun. Hm. Polizei sehe ich keiner. Wenn wir nur schon die Beute hätten. Und wenn ich wenigstens ein Stück hinunter steige? Ich muss es einfach wissen. Also los. Vorsichtig. Ganz. Oh. 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 Ah. 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 Oh, Mann. Ah. Mir tun alle Knochen weh. Ist noch alles dran? Okay. Da habe ich wohl nicht zweien gehabt. Aber wie komme ich hier wieder raus? Ich sehe kaum meine Hand vor Augen. Ach, hier hat das abgebrochen. Mist. Okay. Okay. Da geht es wohl tiefer in den Bunker. Worauf habe ich mich bloß eingelassen? Ich muss hier schleunigst wieder raus. Ach du meine Güte. Wir holen uns erstmal in unsere Taschenlampe hier. Da besteht akute Einsturzgefahr. Echt? Sieht aus wie eine alte Rohpostanlage. Was ist hier schon das ganze Geld hier? Steck ein jetzt. Die nehme ich lieber an mich. Okay, das war's. Ciao. Oh. Warte, meine Güte. Ähm. Ja. Das war's. Da ist doch jemand. Ein Mensch. Scheiße. Oder bloß ein Tier. Wo steckt das Prachtexemplar nur? Es muss hier doch irgendwo sein. Hier unten. Ach so, das ist der wieder. Nein. So ein Loch ist einem schwarzen Hund nicht würdig. Nicht würdig. Der Professor. Das war dieser Idiot von einer Professor. Hahaha. Herr Professor! Professor Profitlich! Oh nein. Er hat das nicht geschnallt. Zur Hilfe! Ei, 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 ei. Okay. Uch. Ne, doch. Weiß ich nicht, ob ich... Also, Tim, das hier die beste Wahl war, hier runter zu gehen. Jetzt ist er zwar reich, aber in den Bukka gefangen. Schade, dass es noch keine Handys gab in der Zeit. Das wäre sonst ein sehr einfaches Spiel gewesen. Da kann ich auch nicht reingehen. Ja, vielleicht könnte ich jetzt mal eine Praline essen, die Umfrage machen. Was mache ich denn jetzt? Kann ich jetzt nehmen, ne? Ach so. Ach so. Ach, ich kann hier noch wechseln. Ach so. Na gut. Können wir die erste ausholen? Fällt mir ja im Traum nicht ein, das Gelände zu betreten. Du hast recht. Was für dich gilt, gilt auch für mich. Jetzt nochmal zum einarmigen Spartiten? Komisch. Keiner da. Das machen wir mit Willi aber. Boah, es geht! Ich bin aber nicht süchtig. Alge, 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 Alge! So, let's go. In den nächsten zwei Stunden werdet ihr das hier sehen. Eine Runde noch. Ich bin ja nicht süchtig. Was kommt da wohl raus? Ich bin hier noch nicht fertig. Was kommt da wohl raus, wenn da mal drei wichtige stehen? Ach komm! Snap the Snappy! Den brauchte ich. Ja, noch einmal noch. Das ist auf Twitch verboten eigentlich, ne? So ein Glücksspiel. Aha! Aha! Was? Aha! Ich will jetzt hier drei Richtige. Mit Schokosnappy gewinnen. Und noch eine Runde. Aber irgendwann kann man schon hier gewinnen, oder? Ja. Das gibt's doch wohl nicht. Aha! Die 13. Drei mal 13! Wow! Habe ich den Jackpot geknackt? Aber da kommt ja nichts. Hä? Was ist denn jetzt los? War ich das etwa? Hm, hm. Der rafft es gar nicht. Hey du! Oh Mann, ich trau mich gar nicht mich umzudrehen. Seht euch nur an was er für Augen macht. Sie gehört doch dazu! Aber wir warten doch noch auf die Papiere. Wo bleiben die eigentlich? Tja, dumm gelaufen Kleiner. Mit dem Mechanismus was? Du hast uns einen unfreiwilligen Auftritt verschafft. Die Bühne lässt sich sowohl von hier, als auch von hinten bedienen. Eine feine Sache, die sich der Varieté-Besitzer einst ausgedacht hat. Was... was betreiben Sie eigentlich für Geschäfte? Ich verschaffe eine Atempause für alle Gestrauchelten, denen die Polizei auf den Fersen ist. Braucht jemand Papiere? Kein Problem. Für Geld bekommt man alles. Und zwar hier. In meinem Treffpunkt. Aus welcher Wand kommt die Oma? Aus welcher Wand kommt die Oma? Was machen wir mit ihm? Mann, warum habt ihr denn alles schon verriegelt und verrammelt? Ah, haben wir ungebetene Gäste. Na endlich, wo bleibst du? Was ist mit den Papieren? Ja. Ich trau dem Kerl noch immer nicht. Von den Kids, nicht wahr? Laufen noch mehr herum. Ich kümmere mich um die anderen. Und was die Papiere betrifft, da müssen wir noch ein paar Konditionen klären. Ich sagte doch, der Typ ist ein Raffzahn. Der will was von der Beute wetten. Der weiß mehr, als wir ahnen. Okay, lass dir was wegen der Kids einfallen. Der mit der Uhr? Alles weitere später. Inzwischen kümmern wir uns um das Fleischbällchen hier. Mir kommt gerade eine fesselnde Idee. Das ist doch jetzt der mit der Uhr. Ach so meine Güte, jetzt ist er ausgegraut. Machen wir jetzt. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, das Spielauto. Die Hauptsapparate kann man nur bewundern. Ach nee. Mh. Hilfe! Hilfe nicht! Hilfe! Sie haben mich gefangen! Holp mit Polizei! Polizei rufen. Na ja, wems gefällt. Die Waffe? Wo ist denn eine Waffe hier? Hilfe! Sie hätten mich gefangen! Ruf die Polizei. Da kann ich nicht hin. Das ist... Was mach ich denn jetzt? Hm. Na, erstmal zu Gabi. Wo sind sie denn eigentlich? Ja? Gut, gucken wir kurz mal noch, ob der Tim noch lebt. Ähm. Da ist der wieder. Hallo? Ich bin hier! Helfen Sie mir! Ich komme allein nicht raus! Jetzt kommt doch gleich wieder dieses Wolfsgesicht da. Tim? Ah! Bist du das? Was machst du denn für Sachen? Bist du soweit in Ordnung? Herr Kruschwitz? Ja, ich bin unverletzt. Oh oh. Was machen Sie hier? Der steckt da mit drin, Tim! Genau das Gleiche könnte ich dich fragen. Ohne Hilfe nicht wahr, bekomme ich dich hier nicht raus. Rühr dich da unten nicht vom Fleck. Ich lass mir was einfallen. Warten Sie, ich... Weg. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Mach da unten bloß keine Dummheiten. Ich kann ja auch nichts mehr machen. Okay. Äh. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Kätzchen streicheln. Wo könnte Bodo hepp... Ha! Ähm. Weiß die Oma was? Das ist die Frage. Ich kann nicht hier wieder mit Gabi dahin. Kruschwitz verspricht, Tim aus der Notlage zu helfen. Willi ist eine Gewalt von denen? Oder handelt es sich gar um ein Kleeblatt? Was? Ach so! Gewalt des Gangster-Trios. Ja, der Kruschwitz. Da sind es ja wirklich alle, die wir gesagt haben, die sind verdächtig. Weil fast alle NPCs hier tatsächlich damit zu tun haben. Okay. Ist hier noch... Nein. Ah. Ich habe keine Ahnung, wo die Kinder gerade stecken. Ach, Karl, da bist du ja. Ich komme gerade aus diesem Café-Krimis zuhauf. Ich glaube, David ist im Begriff eine große Dummheit zu machen. Kannst du mal vorfühlen? Ich habe doch schon am Anfang gesagt, dass der aussieht wie ein Bösewicht. Das sah doch aus wie ein Bösewicht. Was? Wüsste ich doch. Was wird denn hier gespielt? Na, wer sagt es denn? Noch einer von der Sorte. Kommt er zu dem anderen? Dem anderen? Ich dachte... Ist David hier? David? Ist das der richtige Name von diesem Fettkloß? Klößchen! Mein Gott, sie halten Klößchen gefangen! Und du wirst dich jetzt zu ihm gesellen. Wir haben heute noch viel vor. Also worauf warten wir? Holt noch mehr Stricke. Gut, also langsam wird's eng. Himmel! Sag deinem Köter, er soll die Klappe halten, sonst... Ihr habt die Papiere und ihr habt die Kinder. Bis auf diesen Tim. Er hockt im Bunker. Tja, was ich so alles weiß, hä? Ich hätte mir die Beute längst holen und abhauen können, nicht wahr? Aber ich überlasse es lieber euch, den Jungen auszuschalten. Kommt, ran an den Speck! Das ist unser Geld. Du hast für die Dokumente schon genug eingesackt. Zecke! Immerhin verschaffen euch die Ausweise, die ich besorgt habe, einen sorgenfreien Abgang. Warum ist der Bankraub damals eigentlich schiefgegangen? Das lag bestimmt an dir, du Blindgänger. Ich wollte die Beute ja in Empfang nehmen, aber da war diese bescheuerte Demo, genau da, wo ich schmiere, stand. Die ganze Kreuzung haben sie blockiert. War nichts mit Übergabe. Ich habe improvisieren müssen. Ehrlich gesagt sehe ich ebenso wenig ein, warum du hier den dicken Max markierst, Kruschwitz. Vielen Dank, aber nun... Was soll das? Wir benötigen deine Dienste nicht mehr, Zecke. Melissa wird auf dich achtgeben, bis wir genügend Vorsprung haben. Mit ihrem Gästezimmer haben wir ja alle schon Bekanntschaft gemacht. Geht klar, um den Geländewagen kümmere ich mich schon. Hey Uli, du wirst mir fehlen. Ich hätte dich gerne früher eingeweiht, aber ich wollte dich nicht unnötig hineinziehen. Du bekommst was von meinem Anteil, ich schick's dir, versprochen. Packt den Köter in Gabis Tasche und verschnürt sie beide. Das kennt er ja. Ich mache den Pick-up-Start klar. Uli und ich nehmen die Kinder und statten ihrem Tim einen letzten Besuch ab. Ihr Schweine, mein Papi wird euch alle drankriegen. Gut, jetzt haben wir nur noch Tim. Und der ist im Bunker. Oh, oh. So, jetzt kommt der Karate-Key. Jetzt kommt das letzte Karate-Spiel. Hallo! Hier bin ich! Okay, der Profi in Spä. Jetzt kommt die Oma gleich. Ich hätte gern mein Geld zurück. Sie? Ich denke nicht daran. Das könnte deiner kleinen Freundin aber schlecht bekommen. Tim! Tim! Lass mich los, du fieses Schrein! Nein! Ich tue alles, was sie wollen. Aber verschonen Sie Gabi! Helfen Sie mir raus! Die anderen zwei sind mir egal! Immer schön eins nach dem anderen. Ich lasse ein Seil mit einem Korb herab. Leg das Geld rein. Und zwar alles. Dann kommt keiner zu Schaden. Weder deine Süße noch dick und doof oder der Kleffer. Ui, ui, ui. Carlop Klößchen auch? Was mache ich denn jetzt? Shit, jetzt muss ich es da reinlegen. Ja, aber vielleicht auch das Geld und dann auch die Umfrage noch. Dass wir da noch mal ein paar reinkriegen. Ein paar Meinungen. Okay. Hey, was ist denn mit mir? Ich will zu Gabi! Hey! Gut, äh... Das war... Hey! Wir hatten eine Abmachung! Hapna! Ich halte Wort. Du kommst zu deiner Freundin. Oder besser gesagt, deine Freunde kommen zu dir. Hehehehe. Hehehehe. So, nun springt. Okay, das Bösewicht... Springt, sag ich. Wie? Was meinen sie? Ah! Nein! Hier ist eure Töle. Der muss nicht springen. Das ist aber nett. Okay, alle anderen haben die Beine gebrochen. Das sieht nicht gut aus. Okay. Ich nehme mal an. Seid ihr soweit in Ordnung? Sind alle tot. Jetzt haben sie uns die Fesseln abgenommen. Aber alles andere auch. Oder hast du etwas bei dir, was uns helfen könnte, Tim? Wir sind jetzt noch Theo. Nur blöd, dass sie den Geist aufbremst hat. Die können wir abschreiben. Meint ihr, wir finden einen anderen Weg hinaus? Gibt es überhaupt einen? Hier unten ist es schrecklich beklemmend. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Vorrat an Sauerstoff ist begrenzt. Und passt auf, wo ihr hintretet. Dieser Ort ist mordsgefährlich. Wo steckt eigentlich Oskar? Eben war er noch bei uns. Der ist schon abgehauen. Oskar! Weißt du uns den Weg? Ja, bitte. Bitte einmal mach irgendwas Gutes. Selbst Oskar kann sich nicht an den Brocken da vorbeischlängeln. Hunde sind doch von Natur aus begabt im Pferdenlesen. Vielleicht führt er uns hier raus. Oskar kann nur auf einem Auge sehen. Sieht er nicht quasi mit seiner Nase? Hilflos wirkt er jedenfalls nicht. Es sei denn, er stößt auf Hindernisse, die seine Fähigkeiten übersteigen. Du meinst wie diesen Brocken vor uns? Mit vereinter Kraft müsste er zu bewegen sein. Ansonsten sind die Aussichten eher trübe. Vertrauen wie Oskars Spürsinn. Was? Das Endgame dauert über eine halbe Stunde? What? Okay, da dürft ihr gerne helfen. Seht nur, wie ihr schnuppert! Zu... gleich! Okay. Wir kommen ja, Oskar, wir kommen! Kein Luftzug regt sich. Los Jungs, hinterher! Mit Oskar haben wir immerhin eine Chance. Ist aber nicht auf Zeit, ne? Wieder irgend so... Oh nein! Oh nee! Ich will nicht, dass du mir verloren gehst. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Weg nach oben zu finden. Blöd nur, dass uns Hebner und Armknecht alles weggenommen haben. Ja, und die Taschenlampe können wir auch vergessen. Vielleicht finden wir etwas, das uns weiterhelft. Haltet die Augen offen und seid bloß vorsichtig. Diese Anlage ist das reinste Labyrinth. Hier möchte ich nicht meinen Lebensabend verbringen. Was meinst du, Häuptling? Wir sollten immer zusammenbleiben. Aber lasst mich ein paar Schritte vorausgehen. So kann ich rasch die Lage peilen. Ich hoffe, wir finden einen Luxusfahrstuhl mit Liftboy. Dann mal los. Nee, Leute. Oh nee, warum immer diese Labyrinthe am Ende? Nee, das mach ich jetzt nicht auf gut Glück da durch dieses doofe Labyrinth. Okay, wer von euch kann mich da jetzt lotsen? Nee, das mach ich nicht auf... Das mach ich nicht! Das mach ich nicht hier nach 5 Stunden... Nach 5,5 Stunden noch so ein Patterson-Findus-Kack-Labyrinth. Okay, Saurus weiß Bescheid. Geradeaus. Okay. Rechts. Sicherung aufheben. Oh Mann. Glaube, hier waren wir schon. Wenn ich bald höher komme, brenn mir alle Sicherung durch. Da schwöre ich euch. Was mag das denn sein? Sieht aus wie eine Sicherung. Etwas vorsinnflutlich, wie ich meine. Aber intakt. Lass sie uns mal mitnehmen. Links, links, rechts, links. Mal erstmal links, links. 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 Rechts. Nichts. Das würde ich auch nach der Aktion nochmal hinschreiben. Links. Geradeaus, Treppe runter. Da geht es noch tiefer hinunter. Ach du Schade. Wollten wir nicht nach oben? Vielleicht gibt es unten einen zweiten Treppenaufgang. Oder wir finden was anderes, das uns weiterhilft. Okay, Treppe runter. So, das haben wir schon mal geschafft. Okay, so. So, wo ist der nächste Tippie von Saus? Da. Ebene 2. Das ist wirklich genau diese Tunnelscheiße von Patterson und Findus. Nee, also da habe ich jetzt keinen Nerv mehr. Geradeaus. Rechts. Links. Geradeaus. Lasst uns nicht lange fackeln und lieber wieder umkehren. Oder Jungs? Fackel mitnehmen. Das ist aber ein komischer Feuerlöscher. Das ist eine Gasfackelklößchen. Okay. Offenbar neueren Datums. Sicher stammt sie von einem Bunkerforscher. Warte mal, ich teste sie an. Die Lösung geht drei Seiten lang? Also der ist doch nicht zu fassen. Super, da ist sogar noch etwas Gas im Behälter. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Pass aus. Okay. Umdrehen. Alle diese Spiele machen mich verrückt. Umdrehen. Geradeaus. rechts. Rechts. Geradeaus. Links. Haken mitnehmen. Haken. 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 oß. Haken. 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 Saurus! Hilfe! das war jetzt falsch mit dem schrank ich jetzt ganz falsch man kann sich drehen und wenden wie man will irgendwie hat die ganze sache einen haken okay das ist das hier mit dem haken aber wo ist er ich sehe fast nichts hier ein fleischer haken oder was man wie in dem horrorfilm wo ein gespenster pirat mit seiner haken hand alle abmucks die ihn verraten haben bitte klösschen nicht schon wieder so eine halloween geschichte sagtest du pirat das erinnert mich an diese enter haken packen wir ihn ein so umdrehen links rechts geradeaus hier geht es noch nicht rechts saurus was ist das hier für eine lösung was ist das hier für eine lösung wo ist hier der sicherungskasten seid ihr euch sicher dass das ist die richtige lösung ist oder ist das jetzt hier wieder so ein salamander ding wo bin ich denn jetzt hier saurus ist doch auch teil der kriminellen bande das stimmt der steht da gleich mit dem geld hier ist nirgendwo eine sicherung ich mich jetzt wieder umdrehen oder was ja auf karo hören ich habe auf karo gehört jetzt bin ich hier der ecke ich erkenne wirklich fast nix da war die gasfackel gasfackel mitnehmen habe ich doch schon gemacht umdrehen ich hasse ja labyrinth habe ich schon mal gesagt so habe mich umgedreht ach so eine gute orientierung ich habe das gefühl die lösung da die saurus schreibt ist auch nicht so ganz die richtige oder geradeaus geradeaus so hier geht es nämlich schon nicht geradeaus das ist die lösung vom discord ist die auch noch falsch oder was oh man ich hasse diese lösung von tkkg okay rechts jetzt soweit geradeaus wie es geht okay hier ist eine wand hier kann ich jetzt nur rechts geradeaus wo ist dieser sicherungskasten nur rechts okay wenn es nur eine tür geht dann ist es ja einfach diese tür bekommen wir niemals von alleine auf aber wer will auch schon wissen was dahinter ist aber wir hatten doch auf eine andere treppe gesetzt eine die auf anderem wege hinaufführt offenbar wurde die tür mit strom versorgt ist das denn nicht ein notstrom aggregat scheint mir defekt zu sein da fehlt eine sicherung wie wäre es denn damit da bin ich ja mal gespannt boah ich fasse es nicht das war zwar ein kurzes vergnügen aber für unsere zwecke reicht's ach so ich dachte einer hätte jetzt einen stromschlag bekommen okay jetzt durch und immer rechts geradeaus bis zur treppe okay wenn das unter zeit wäre oh leute rechts aber aber diese treppe führt ja noch weiter hinunter nicht aufgeben gabi eine treppe ist besser als eine sack das ist doch das ist so der reinste hohn hier stell mir vor bei peterson und findus hätten sie das nur überlegen geschrieben na gut dann hätte ich mich besser orientieren können in einem labyrinth was komplett gleich aussieht bei peterson und findus aber die reise zum mittelpunkt der erde kommt jetzt ja ich komme gleich bei dinosauriern raus okay muss ich irgendwas mitnehmen die scheiben auch nicht mal andere sachen hin also entweder wird die wohler gelobt okay ja jetzt ist salamanderle hier wieder mit den tipps am start jetzt ist natürlich die frage welches video hat salamanderle gesehen links und nochmal links ich glaube ich muss noch dieses peterson findus nach und ohja also das war das war eine frechheit das hier im vergleich dazu ist das labyrinth hier noch okay so jetzt nochmal links oder geradeaus und feuerzeug oh ups sorry leute für ein stück sauerlich schokolade wäre ich jetzt feuer und flamme ich habe schon darauf gewartet dass sich dein magen meldet tut er doch immer irgendwann aber gegen eine deiner kürbispralinen hätte jetzt wohl keiner mehr was einzuwenden sollen hebner und armknecht daran ersticken ich wünschte wir hätten eine zündende idee wie wir entkommen um ihnen gehörig die schokolade zu versalzen ich glaube so langsam ist vielleicht das entwicklerstudio einfach hier unten gewesen in dem bunker was auch ein bisschen die spiele erklären würde so umdrehen mit umdrehen meinst du aber immer das hier was ich gerade gemacht habe rechts geradeaus rechts geradeaus geradeaus rechts wieso man das denn alleine raus findest du geradeaus bleibt zurück hier wimmelt es von ratten ich hatte eh nicht vor auf indiana jones zu machen das hat nicht einer von euch zufällig ein paar katzen bei frau michels mitgehen lassen aber müssen wir da überhaupt lang okay so jetzt machen wir uns den gasfackel na wie gefällt euch das ha 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 ja geben wir es ihnen was die tierliebe ist vom stockwerk abhängig was ist das gas ausgegangen was ist das denn hier unten gibt es keine tierliebe what the fuck okay was ist das okay also dieser teil der wirft echt ein komisches bild vor allem auf tim aber irgendwie auf alle außer aus ja karl geht eigentlich noch aber tim und tim und gabi kommt auch irgendwie komisch rüber okay so rechts ne warte mal seil aufheben was habt ihr gesagt wo ist denn hier ein seil ich sehe schon wieder nichts rechts dann seil okay ohne chat wäre das schon wieder unspielbar wirklich leider ist das bild hier extrem dunkel mann ey bloß eine sackgasse all die mühe umsonst da kann man sich ja gleich den strick nehmen achso ich dachte sie werden jetzt würden jetzt auf abseilen gehen donna wetter ein seil ja einer muss mal dringen na wenn es sich nicht vermeiden lässt stechen wir es ein ich muss mal dringen die ist ja auch ein schrank okay zweimal umdrehen nie umdrehen dann 2 mal links okay links steuerung L jetzt kommt ihr nicht wieder mit euren Cheats was sind denn das für Sachen was sind das plötzlich für Codes, die man hier überall nutzen kann okay, das ist ja deutlich besser sagt er mir, wenn ich schon 80% die durch den Punkt gab will, kommt er an den Kanzler machen oh man, oh man hell wie Licht okay gut, das war jetzt natürlich gut jetzt seh ich auch mal was Steuerung, halt, F, löst das Spiel ist immer geradeaus oder links bis zur Treppe, okay ja, das ist doch jetzt schon mal besser jetzt muss ich hier nicht die ganze Zeit so sitzen die Cheats sind aus der offiziellen Tivola PDF-Hilfe-Datei, wow warum macht man dann den Bunker nicht automatisch so dass man auch das Spiel sieht wäre jetzt mal so mein Vorschlag was steht da dein könnt ihr es lesen BAKA BAK 2 Wart ist es russisch links es ist doch einfach wieder unverschämt dieses Finalspiel also solche Sachen finde ich unverschämt so ist das Ende nee das wäre jetzt natürlich auch zu oh Gott gesamter Rückweg ach du Schein ja okay gut geradeaus links 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 geradeaus links geradeaus oder war wieder eine Ratte links geradeaus rechts rechts ich bin doch hier schon wieder falsch ich habe das Gefühl bei Saurus Dingern sind so ein Wort immer zu viel oder 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 liest ich das hier falsch oder liest ich das hier falsch oder liest ich das hier falsch wo bin ich denn jetzt ich gehe mal links ja gut ja gut das sieht doch richtig aus oder okay so geradeaus geradeaus und dann Seil oh krass nur eine Explosion kann ein solches Loch in die Decke gesprengt haben okay okay jedes 13. Wort muss man aus der Lösung streichen ich würde es leider Timola zutrauen mit dem Haken am Seil sollte sich was machen lassen ist es jetzt weg oh ne ja das hält was aus tja Oskar sieht nach einer lustigen Kletterpartie aus aber wie klickt sie den denn da hoch ich mache den Anfang kommt ihr komm Oskar ich halte dich ganz doll fest versprochen na klasse so Oskar jetzt hast du wieder Boden unter den Füßen merkt ihr auch dass die Luft besser geworden ist du hast recht Gabi lass uns keine Zeit verlieren Klösschen ist da jetzt so hochgeklettert oder wie na gut so weiter geht's geradeaus rechts geradeaus das wäre der offizielle Weg hier rauf gewesen gut dass wir eine andere Möglichkeit gefunden haben ist doch schon wieder was falsch selten so viel Spaß gehabt ja und den Satz sagt man oft bei TKKG Spielen Brecheisen mehr umdrehen Karate Kick geradeaus oder rechts ich vermisse die Miene die Taube meine ich ohja die Taube das waren noch Zeiten da musste man einfach nur in den Raum reingehen und da kam jemand aus der aus der Wand immer links bis es nicht mehr geht so ok können wir bitte einen Stift finden und dann hier noch so was kleines daneben schreiben hier ach ne hier drunter meine ich mit so einem Pfeil ok also weiter links kann ich jetzt nicht mehr Luft ist besser als da wo wir die ganzen Ratten verbrannt haben ja ok rechts ja aber so langsam nähern wir uns doch den Ausgang oder geradeaus bis zur Wand geradeaus ein paar Mal Leute ich bin mir nicht so sicher ob wir an der richtigen Stelle sind für geradeaus mehrmals noch alles ok ok solange ihr noch wisst wo wir sind man sieht ja kaum was nur diese Streifen an den Wänden Gabi was meinst du kann Oskar uns weiterführen ja bitte bitte kann könne mal irgendwas Oskar Oskar scheint tatsächlich etwas zu wettern komm Tim jetzt ist er an der Reihe achso aber ich muss ihn steuern Oskar wer ist denn jetzt unser Häuptling wer ist denn unser neuer Häuptling ja so ist das fein ich möchte zu gern wissen was du alles so erschnupperst komm führ uns hinaus ich dachte jetzt ist das einfach ok brauche ich euch doch noch ich dachte ich muss jetzt nur noch hinterher klicken oder der Oskar wittert die Rappen in der zwei Ebenen weiter drunter links ok da gehe ich einfach mal also wenn nur eine Tür ist dann was ist das denn gibt es ja auch noch Gespenste hier hey Oskar hat wohl etwas interessantes gefunden bist du sicher ich sehe nichts geradeaus beim Dampf zweimal geradeaus rechts 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 da muss jetzt wieder Dampf kommen ja links links Dampf aber was ist das hier Giftgas oder was soll das denn hier O wieder geradeaus Dampf ja rechts und Brecheisen her rechts hey oskar hat wohl etwas interessantes gefunden bist du sicher ich sehe nichts ich auch nicht wo soll denn da was sein gute frage Jungs irgend so ein metalldings und das fandest du interessant Oskar Damit lässt sich vielleicht eine Konservendose öffnen Falls wir einen Vorratsraum finden oder so. Ob Brechstange oder Stemmeisen. Das ist ein prima Werkzeug zum Aushebeln und Aufbrechen. Außerdem wäre Oskar gekränkt, wenn wir sein Fund nicht mitnehmen würden. Er hat ein Brecheisen gerochen. Umdrehen. Dampf. Komm, ich hinterfrag nichts mehr. Linksdampf. Geradeaus. Linksdampf. Hier rechts. Links. Linksdampf. Geradeaus. Geradeaus. Was gibt es denn hier? Das hier? Hey, dringt da nicht Licht durch? Ja, das ist loses Mauerwerk. Die Wand wurde nachträglich hochgezogen. Das ist unsere Chance, hier rauszukommen. Okay. So. Zack. Geht alle ein Stück zurück. Ich sehe mal, was ich da machen kann. Ja? Guck mal. Bravo, Tim. Das Tageslicht hat uns wieder. Klasse. Meine Herren. Halt. Oskar. Warte. Ah. Oskar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tu doch was. Das hält er nicht lange durch. Der Rest wird bald auch noch einstürzen. Rasch. Wir müssen schleunigst einen anderen Weg zu ihm finden. Jetzt haben wir etwas Licht. Das ist unsere letzte Chance. Ich gehe wieder voraus. Weilung. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt haben wir auch noch so verachtend, so lächerlich machende Musik dabei. Umdrehen. Geradeaus. Dampf. Hier ist aber kein Dampf. Geradeaus. Die Tür da. Die haben wir im Dunkeln völlig übersehen. Dann nichts wie durch. Los. Tür öffnen. Uff. Uff. Geradeaus. Links. Links. Geradeaus. Geradeaus. Rechts. Ja. Links. Da. Der Ausgang. Los, jetzt schaffen wir es. Ganz ruhig, Oskar. Puh. Jetzt stürzt es nicht ein. Wo sind denn TKKG? Ah, sie haben es geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Nun aber rasch die Polizei informiert. Oh. Kommissar Glockner sich nun euren Fragen stellen wird, möchte ich rasch meine loswerden. Kommissar Glockner, ist Oskar jetzt zum Ehrenmitglied der Polizeihunde ernannt worden? Nein, aber wenn jemand eine Auszeichnung verdient hat, dann wohl Oskar. Immerhin hat er meine Tochter Gabi und ihre Freunde aus der tödlichen Pfade des Bunkergeländes Hageforst Süd gelotst. Der Bunkerabriss hat übrigens bereits begonnen. Oskar verdient echt einen Orden. Und eine Extra-Ration Hundeschokolade an allen Sonnen- und Feiertagen. Das haben wir wirklich nur Oskar zu verdanken, das wir rechtzeitig aus dem Bunker gefunden haben, um Alarm zu schlagen. Tim hat recht. Danach stürmten wir sofort ein Café, welches als Umschlagplatz für gefälschte Dokumente diente. Dort fanden wir zwei geständige Personen vor. Die eine Person bedrohte die andere gerade mit einer Waffe. Wir erfuhren den ganzen Sachverhalt. Es war genau so, wie in den Medien darüber berichtet wurde. Naja, und das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Bankräuber tatsächlich an der Grenze abfangen konnten. Dann sitzen dieser Heppner und sein Komplize jetzt also im Gefängnis. Nicht nur die. Allen Beteiligten wird der Prozess gemacht. Sie kommen in verschiedene Anstalten. Was Thilo Koschwitz alles verbrochen hatte, ergab sich erst im Rahmen der Ermittlungen. Die Liste ist lang. Seine Methode bestand darin, freigelassenen Straftätern zunächst ernst gemeinte Tipps zu geben. Wusste ich doch. Und sie nach und nach in illegale Geschäfte zu verwickeln. Dabei machte er auf Kumpel. Die Masche funktionierte so gut, dass sogar unbescholtene Bürger darauf hereinfielen. Oh, Themenwechsel. Konnte die Beute aus dem Bankraub denn nun sichergestellt werden? Ja, Gott sei Dank. Alle sind jetzt zufrieden. Ich selbst habe zeitweise die Nerven verloren und weiß das Happy End wirklich zu schätzen. Ich hätte einfach früher auf TKKG hören sollen. Ja, das hätte er wohl, unser Kommissar Glockner. Zum Glück ist alles trotzdem gut ausgegangen. Ob das auch für das nächste Abenteuer gilt? Natürlich wieder mit Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Oh, Leute. Holy shit. Das hat fast sechs Stunden gedauert. Diese Spiele sind wilder, als die Polizei erlaubt. Ja, absolut. Da standen die Namen der Programmierer. Schnappt sie euch. Also das letzte, das Labyrinth am Ende ohne Chat. Ich glaube, das hätte ich jetzt nicht mehr mental verarbeiten können. Also vielen Dank an alle, die geholfen haben. Meine Güte. Was hat sich denn da so gezogen? Warum hat das dann plötzlich so lang gedauert? Das gibt's doch nicht. An welcher Stelle hab ich denn so gehangen? Ich hatte das Gefühl, wir hatten jetzt keine Stelle, wo das irgendwie eine halbe Stunde man nicht wusste. Das ist ja immer noch gut. Wir kamen ja immer noch relativ zügig voran, dachte ich. Bei den ersten Teilen hast du ja dann wirklich eine halbe Stunde random rumgeklickt. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir gut durchkommen. Meine Güte, ey. Der Teil ist einfach nur länger, ne? Boah. Boah, ich kann auch gar nicht sagen, wie ich das so fand. Also, ich werde meine Abneigung gegen so Labyrinth-Spiele, glaube ich, nicht überwinden, seit diesem Patterson- und Findus-Labyrinth. Das ist immer noch schlimmer gewesen als das hier. Weil in dem Patterson- und Findus-Labyrinth, hier hatte ich noch das Gefühl, okay, du kannst in die Ebene darunter oder jetzt weiterkommen. Wenn du das Seil da nicht hast, dann kommst du da sowieso nicht hin. Bei dem Patterson- und Findus-Ding war ja, du musstest ständig Gegenstände finden. Du konntest dann auf Ebene 8 kommen. Und auf Ebene 8 hast du dann gemerkt, huch, mir fehlt hier noch ein Gegenstand von Ebene 1. Also, das war wirklich unspielbar. Das hier war für den Labyrinth noch okay. Ja, es hat ein bisschen lange gedauert, bis man überhaupt mal wusste, was so ein bisschen der Fall ist. Das Kürbis-Minigame. Why? Ich bin irgendwie nicht, ich bin nicht so begeistert von dem Teil, muss ich sagen. Hätte ja auch passieren können. Aber ich habe das Gefühl, in dem Patterson- und Findus-Ding war es noch krasser, weil du konntest ja, du wusstest ja nicht mal, wie viele Gegenstände du finden musst und so. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, wovon ich die ganze Zeit rede mit dem Patterson-Findus-Labyrinth, das müsst ihr mal auf YouTube durchskippen. Also, das war eine Frechheit. Aber ihr meint, es hätte auch passieren können ohne Lösung. Ja, okay. Ja, vielleicht habe ich das jetzt hier auch einfach besser empfunden, weil der Chat gut geholfen hat. Aber der Chat hat bei Patterson-Findus auch versucht zu helfen und das war nahezu unmöglich. Weil da alles so ein unterirdisches Erdlabyrinth war und man auch sich schlecht wieder orientieren konnte, wenn man einmal falsch gegangen ist, hatte ich das Gefühl. Die Cheatcodes, die wir hier zum ersten Mal gesehen haben, das war was Neues. Ach Gott, wie her, der Minenlauf, wenn ich das noch ohne diese Steuerung irgendwas gemacht hätte. Die dicken Witze haben einen neuen Höchstwert erreicht, das auch. Das war wirklich krass hier. Tim auch komplett eskaliert in diesem Teil, wo du nur denkst, wie unsympathisch kann man denn jemanden machen. Also. Also ich bin gespannt, wo letztendlich hier sich dieses Spiel einpendelt, wenn wir die große Bewertung aller Spiele machen. Aber ich muss sagen, weiß ich nicht. Snap to Snappy war auch schon furchtbar, aber das war irgendwie noch lustig. Dieses Kürbis anzünden, wo du nur so denkst, ja warum muss ich denn das jetzt machen? Ai, 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 ai. Oh Leute, diese TKKG-Spiele, das ist wirklich, das ist was, das muss man erlebt haben. Meine Güte. Ja, was ist das denn? Der weltbeste Dota-Spieler der Welt spielt ja auch gerade wieder Dota. Schicke ich euch doch mal hin. Könnt ihr mal gucken, vielleicht ist er ja gerade schon in der Laune, wo er auf den Tisch haut. Ja, das ist, es ist wieder, es ist so eine, so eine, so eine Frage nach dem TKKG-Spiel, ist das, ähm, macht man sich danach noch einen schönen Tag oder ist das so ein Spiel, wo man danach erstmal duschen geht? Und das hier ist jetzt wieder eins, wo ich jetzt erstmal duschen gehe. Die meisten TKKG-Spiele sind die, wo ich danach erstmal duschen gehe. Aber bei manchen, bei manchen geht's auch gut. Bessere Story als Snappyland? Boah, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das hier besser finde als Snappyland. Aber ich bin jetzt auch gerade ein bisschen beeinflusst von der, ähm, von der Länge des Spiels. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. So, er hat zusammengekauert unter der Dusche. Aber das war doch mal wieder ein Fest. Drei Spiele haben wir nur noch. Das war Teil 13, Leute. Wir sind bald durch, was machen wir denn da mit unserem Leben? So. Ich glaube, Snappyland, ja, da waren auch so sehr viele sehr absurde Sachen bei, ne? Und es wird sehr interessant, es wird sehr interessant, am Ende die zu ordnen. Selber ein TKG-Spiel entwickeln, oh je. Vielleicht ist bis dahin auch ein Neuerteil raus, das kann sein. Oh Gott. Jetzt haben wir schon 22 Uhr jetzt. Ui. Okay, das war auf jeden Fall mein längster Stream seit langer Zeit. Aber ich konnte auch gut sitzen. Manchmal geht es. Manchmal geht es gut. So, dann habt noch einen schönen Samstagabend und morgen einen erholsamen Sonntag. Und dann schaue ich mal, also ich schaue jetzt mal die nächsten Wochen, wie ich das noch schaffe mit dem Streamen. Also solange es noch geht, streame ich weiter. Und bisher ist es noch machbar. Okay. Bestellt schöne Grüße an den Dota Snappy da drüben. Und habt noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.